halle und ein herzlich willkommen wieder zu einem neuen VliveOnline Livestream heute als Sven Rumpe als Zivilcorp letztes mal haben wir uns ja mal diesen GT 3S doch GT 3S 911 haben auch noch dein 911 eingegeben fürs LAPD kannst du anrufen auf jeden fall haben wir uns den ja gegönnt Polizei hat ja gesagt wir dürfen den ja anscheinend nicht fahren ich habe ja letztes mal ein bisschen drauf gekackelt und bin dann trotzdem gefahren ich habe mir überlegt vielleicht heute wirklich nur das polizei Auto zu kaufen mit dem ich wirklich zivil zivil unterwegs bin vielleicht was schnelles weil ich habe gesehen Kontostand Leute wartet mal Kontostand sagt nämlich aufgepasst äh lass mal gucken wo ist denn der Kontostand Banking App wo ist die hallo Banking ja wir haben über 400.000 Dollar mittlerweile gesammelt das sind alles Blitzerrechnungen die wir ausgestellt haben auf jeden Fall freue ich mich da drauf und jetzt muss ich mal kurz das vorlesen ich habe sowas auch nie erlebt und also off stream nicht on stream sondern off stream es hat einfach heute jemand off stream 500 Euro Superjet donated ich war ich habe es ihr auf Instagram posten das ist einfach nur heftig die Franziska Nachttrap und sie hat auch geschrieben viel Spaß damit unten und Franziska weiß ich wo das ist einfach real weil Franziska das schon öfters gemacht aber halt on stream aber nicht off stream oh da kommt einer mit seinem bollas fühle ich mich scheiße ich stehe da rum warte ich muss das schon weg bringen alter Franziska ich bedanke mich aber weißt du was ich jetzt mache weil Franziska das ja auf stream gemacht hat würde ich sagen wir haben wir jetzt noch mal eine fette 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 Herzregenshow rein würde ich sagen für Franziska das sind 500 Euro einfach off stream sondern wie gesehen ich hau mal raus ja für dich Franziska vielen vielen herzlichen Dank Franziska das ist einfach nur heftig dass du das einfach off stream gemacht hast aber es ist einfach zu viel Leute lasst alle mal ein Herzregel im Chat da für Franziska Nachttrap ich muss echt mal sein vielen herzlichen Dankstern ne das ist einfach nicht also das habe ich noch nie erlebt ich weiß nicht ob das schon mal jemals bei einem anderen Streamer off stream passiert ist ich habe keine Ahnung oder ob ich jetzt legend gefühlt der erste Streamer bin der einfach 500 Euro so gespendet bekommt einfach so off stream ich meine ich habe zwar angekündigt aber ich habe noch nicht gestreamt das war einfach so aber Franziska der Tag gehört heute dir und yu mxd 96 hat auch schon vor dem Stream auch donated meine erste Spende ist der beste Streamer immer vielen Dank an yu mxd 96 vielen vielen reiz da so wir fahren jetzt aber mal Richtung ähm links rüber aber ich glaube wir brauchen Verstärkungen so mittlerweile sind die Shopper da 121 gleich hier gut dann fahren wir rüber habe ich Lust habe ich Bock drauf ne aber das habe ich halt auch noch nie erlebt also ich weiß nicht Leute der Chat muss es mir mal sagen habt ihr sowas mal erlebt bei einem anderen Streamer schreibt es meinen Chat ja oder nein habt ihr es schon mal erlebt also ich habe so nirgends gesehen nicht mal bei dem Ami Stream habe ich das gesehen einfach auf stream einfach auf stream wobei ähm ja gut auf Twitch geht schwer auf stream glaube ich ne wieder nur bei YouTube gefühlt das ist einfach nur heftig äh GLA GLA Dankeschön für 1,3 Euro und äh GLA GLA mit gegrüßt ey danke für deine ganzen Donis gerade äh DevLeon ist auch VIP geworden der allerechte Brenner hör mal 6 Minuten zu spät ja es ich muss immer zu spät du weißt Bruder du weißt es muss immer ein zu später stream werden es geht nicht anders so die Frage ist jetzt nur soll ich mein Auto kaufen bevor ich zum LAPD fahr ich glaube es wäre gescheiter wenn wir jetzt Richtung Autohaus fahren und uns erstmal was schönes aussuchen oder hat Autohaus offen Autohaus hat nicht offen perfekt dann fahren wir halt zum Gebrauchtwagenhändel genau zum Gebrauchtwagenhändel schauen wir erstmal dort rum oder wir schauen ob irgendwer gebraucht sein Auto verkauft weil ich hätte gerne irgendwas Neues vielleicht irgendeine Limousine dass ich Leute auch mal mitnehmen kann weil mir mal auffällt wenn ich mit ähm so Sportautos fahre wie immer das Problem dass ich keinen mitnehmen kann das ist halt immer blöd ein bisschen ist dem gut wir schauen mal kurz auf Ebay Kleinanzeigen vielleicht verkauft da ein Ford Mustang ja gut das ist halt auch McLaren Alter jemand hat ein Meme gemacht auf dem RLO Discord normale Menschen machen halt Fotos von Autos am Tag RLO immer in der Nacht irgendwo wo man nichts sieht das ist immer gibt euch das ich weiß ich kann jetzt die Grafik mal draus machen dann ist besser aber trotzdem das ist halt echt man macht Produktfotos nicht in der Nacht auch in WeLife nicht schau mal man erkennt nichts oder man erkennt nichts wobei das wäre ein M5 F90 wäre doch ganz geil ne warte mal gucken den würde ich gar nicht mehr so schlecht finden muss ich ehrlich sagen soll mal den holen ich könnte mal anrufen und fragen für der kostet gar nicht so viel Fulltune 150.000 weiß noch nicht wie schnell der fährt 150k war schon geil gepanzerten Wagen könnten wir uns auch holen ne aber so ein ja wobei so ein M5 das waren das waren die Zivikopse sehr auffällig Evo mit 30k fulltuned ein Kennzeichen dabei fühle ich ja halt irgendwas wo wir vielleicht mal jemanden mitnehmen können und das würde ich aber auch fühlen ne Mercedes S65 AMG aber steht kein Preis dabei also einfach fast Limousin mäßig ja gut wir fahren mal leider hat Andels Auto Schmaus nicht geöffnet vielleicht hat er später offen vielleicht holen wir uns jetzt erstmal ein günstiges Auto vom Gebrauchtwagenhändler und dann schauen wir mal zum Andels Auto aus wenn es mal geöffnet hat ne aber es schaut gerade nicht so aus aber vielleicht kommen sie ja noch vielleicht kommen sie ja noch bei Andels Auto aus hier hauen wir die Prügel raus so Joden Emmerling danke für das Pferden auch und ähm Kuskel raus hab ich Lamenty ist auch wieder am Start ich kenn mal doch euch wurde geblitzt schau wegen dir Lamenty 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 so ne Aufpassen hab ich das Ding angemeldet ne ich mach den Pomaten an auf Ehre wenn ich kein Problem mit der Copa Rio krieg äh das Serhat ist auch am Start moin wie geht's dir so und wünsche dir viel Spaß beim Stream mir geht's ja gut ich hoffe dir auch Serhat das Serhat ist auch dabei ja ja Sven ja Dankeschön für zwei Augen und viel Spaß dann Bolle heute Krankenhaus AP auf dem schönen Stream das werden die Rubbellose heute entscheiden ich werde heute noch Rubbellose gönnen werden wir mal sehen ob die Rubbellose sagen ja oder nein RelifeCity 6 der uns das Team for the RelifeCity 6 Clash spendet für den Server ich hoffe ihr seid kein Nachbauserver einfach Relife RelifeCity nein aber da geht ja mal Kuss raus solange ihr ja kein Nachbauserver seid geht Kuss raus so schauen wir mal also ähm ich hab ja gesagt was ein Musil mäßiges wär geil ne ich werd's noch nicht also ich weiß nicht soll ich jetzt was kaufen oder soll ich später ach das wär halt auch nice VW Passat fühl ich mich wie so deutscher Cop einfach ey Audi R7 soll ja volle Kanne abgehen ne glaub ich Audi R7 geht ja voll ab kostet nur 60.000 wir haben genug Platz Leute und das geile ist halt also ich weiß dass der halt abgeht der Wagen Audi R7 der wird auch nicht verkauft alle Autos die nicht verkauft werden weiß ich genau äh könnten überlegen R7 weil ich fahr sonst immer BMW wisst ihr bin so der BMW Fahrer sonst immer äh Alfa Romeo kauf ich mir nicht der fährt sich nicht gut Zähler AMG fährt auch keiner vielleicht zu langsam oh das wärs mit dem Fake Cop Auto und dem Blaulicht einbauen haha ne das wärs äh gar nicht oh 110.000 Dollar Benz E63 AMG nur keine Ahnung wie der sich fährt der Wagen ne ich hab keinen Plan keinen Plan wie der sich fährt so da ist ein F10 M5 wäre ne Möglichkeit wie ich sag nur wäre dann wär das halt F90 gibt's dann auch im Autohaus ne den anderen der driftet zu viel kann man vergessen und hier gibt's noch ne S65er Limousine weiß ich leider auch nicht wie schnell die fährt aber ähm luxuriös da können wir auf jeden Fall Leute mitnehmen ne aber RS7 wäre halt also was kostet die Limousine die kostet ein 50er ne der RS7 kostet glaub ich 60 also preislich sind wir da fast gleich aufgestellt ne ich hab halt noch nie ein Audi gefahren als Cop noch nie wobei ich mag ich mag den ich mag den Wagen also von der Form her gefällt der mir überhaupt nicht ich mag dieses hintere Heck da überhaupt nicht ja das hintere Heck wer kennt's nicht? ne das vordere Heck gefällt mir besser ne mir gefällt das Heck nicht weil das so aussieht wie so ein Turnschuh kann man das so sagen weil der hinten so runter geht ach keine Ahnung das ist alles schon im RS7 jetzt rein ne also ich schau noch was es sonst noch gibt hier beim Gebrauchtwagen Händel oder wir sparen das Geld und schauen zum Autohaus rüber das könnten wir auch machen oder wir holen uns einen Kombi einen schnellen schau mal so einen M5 Touring damit als Cop unterwegs würde ich fühlen ey wär gar nicht mal so schlecht Autobahnpolizei oder so hätte ja auch vielleicht euch das mal so Tourings glaub ich also so ich weiß nicht kann man den ich glaub da kann man hinten das Heck nicht ach ich weiß es nicht würde ich gar nicht mal so schlecht finden oder hier der Benson ne das ist ein bisschen schäbig schäbig im 5 Touring ja ist halt ein Touring ne wer halt ist halt ja ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich jetzt wenn ich jetzt 60.000 Dollar ausgebe lass mal kurz gucken wie viel hab ich jetzt auf dem Konto wenn ich jetzt 60.000 ausgebe für den RS7 muss ich auch nochmal Tuning bezahlen wobei was krieg ich für 400.000 beim Autohaus drüben ist die Frage was krieg ich da für 400.000 goldene G-Klasse oh ja dann wär ich erstmal abgeschossen von 1 zu 7 M5 Kombi ne ich überleg gerade weil die jetzt hier 60.000 Dollar ausgibt dann hab ich nicht mehr so viel Kohle weil dann bin ich bei ja ich werde dann so auf 300.000 untergehen mit Volltuning hab ich noch 300k könnte ich mir noch was leisten von ja egal komm wir kaufen uns das hier einfach was für die Zwischenzeit ich kann ja wieder verkaufen wenn mich gefällt alle schreiben RS7 rein ich glaub ich werd mir den RS7 wirklich holen das ist gar nicht mehr so schlecht oder sollen wir uns das Offroad fähiges holen inzwischen war nicht gedacht hier die G-Klasse die runtergepatcht wurde von Andel höchstpersönlich wäre auch geil wenn ich nur so fahren würde wie früher ja nicht glaub ich nehm den RS7 alle schreiben RS7 RS7 ja komm dann wisst ihr was wir machen das ich hol mir schnell mal Geld und hol mal den RS7 dann fahren wir das erste mal mit Audi rum ich mein ist halt kein Porsche aber RS7 dürfen wir glaub ich sogar fahren das ist genehmigt so 100.000 abheben dann was mach ich jetzt mit der Karre da vorne soll ich die jetzt einfach da stehen lassen oder hmm oder mitnehmen ach ich schau mal oder Leute ich hätte noch ne Idee ich hätte noch ne Idee was ist was ist wenn wir den 911er fahren den wir eigentlich nicht fahren dürfen und wir tauschen dann später wenn wer vom Autohaus da ist schauen was das Autohaus zu bieten hat und dann kaufen wir ein Auto und dann können wir immer noch den RS7 nehmen wisst ihr was ich mein ich glaub so machen wir das weil ich will jetzt nicht mein ganzes Geld raushauen dann gibt's drüben beim Autohaus ein Auto was übelst viel kostet und dann hab ich kein Geld dafür ja komm wir machen so wisst ihr was wir fahren denn wir fahren den 911er fahren wir jetzt ne Runde ähm illegalerweise kriege ich sie hier vom Chief auf die Fresse perfekt und dann holen wir uns was entweder vom vom Andels Autohaus oder von hier holen wir uns dann so wenn wir in der Zwischenzeit ankommen haha machen wir es so weil dann weil dann kann man nicht gucken wenn es beim Autohaus irgendwas gibt was uns übelst gut gefällt dann nehmen wir das dort mit und sonst fahren wir hier rüber und holen uns ein RS7 wenn irgendwas beim Autohaus nicht passt machen wir das so ist besser dann fahren wir erstmal den äh GT3RS wenn wir mit dem Thumbnail wären wir dann auch gerecht dass wir die mit Blaulis heute wieder ausstatten dann passt das schon hä denn Alexa ist gerade abgegeben was macht denn die denn ok mhm mhm soo wieso Cop heute Gegenfrage warum nicht warum heute nicht Cop gibt es irgendwie ein Cop Verbot heute dass man heute kein Cop Spiel macht gibt es dann ein Verbot für warum heute eigentlich auch kein Karl Heinz oder warum heute kein Kevin Hartmann das könnten wir eigentlich auch die Frage stellen oder wo ist eigentlich Mark Rump warum ist heute kein 1 zu 7 Stream eigentlich das ist also irgendwie liegt vielleicht daran dass ich kein Oktopus bin mit 50.000 Armen und kann jeden Charakter gleichzeitig spielen ja so gut warte habe ich noch was drin im Auto dass ich noch gucken kann äh ne perfekt ich kann mal Sachen reintun wenn wir wollen soo dann starten wir den gleich später aus mit Blaulicht ETC ich werde mich aber gar nicht dann als Highspeed eintragen weil ich werde heute nicht Highspeed fahren ich werde heute einfach ganz normal auf Streife fahren als Undercover Cop ich werde mich dann aber auch nochmal umziehen oder ist das der ist das der Herr Harris ich gehe nochmal dran vorbei Hallo wo ist der Herr Harris wo ist der Herr Harris Hallo ja ist der Herr Harris ich sage ich frage immer warte wir fragen jetzt nach Sonderzulassung hab ich ihn erkannt hab von hinten ne das heißt das Auto steht nicht mehr dort wo ähm der große Parkplatz ist am Hauptplatz der Herr Harris direkt erkannt von beiden direkt ja Kennzeichen ist X6M und das sind kein Porsche fahren weil er nicht auf der Liste steht aber ich werde jetzt einen Herr Harris fragen ja den haben wir jetzt hinten gestellt weil er sonst auf der Straße gestanden wäre der Porsche fährt auch nicht so schnell muss man sagen ja passt gut ciao so sind die Anwalt fertig ähm Chief ja ich bräuchte dich bitte mal kurz um ja kurz um also ich bräuchte dich auch mal kurz bitte äh ich hab ne Frage könnten sie mal kurz mitkommen in Richtung Garage warten sie kurz Zeit ja ja äh folgendes Problem jetzt gerade ähm kommt sie mal mit und zwar das Auto hier vorne ich ähm ich bin ja ich bin ja ähm oh Gott boah alles gut noch noch rechtzeitig gesehen ach du scheiße ach du scheiße das war knapp ich bin ja an der Kamme unterwegs und hab ich mir gedacht ähm ich bin den letzten Mal gefahren da wurde ich nett drauf hingewiesen im Funk dass der nicht auf unserer Liste steht des fahrbaren Fahrzeuges ähm jetzt wollte ich fragen ob ich vielleicht eine Genehmigung dafür bekomme dass ich den heute fahren darf äh dass ich nicht wieder in das Fettnäpfchen trete wie letztes Mal fahren sie 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 oder allgemein ich fahr allgemein äh das Fahrzeug fährt auch gar nicht mehr so schnell also wenn ich jetzt Top Speed habe 280 der ist gar nicht mehr so extrem ja passt passt also wenn das dann das passen würde für sie ich würde einfach heute komplett zivil fahren und dann ja passt äh aber extra eintragen als zivil jawohl wird eingetramt und wenn sie ähm sich ins Big Head eintragen als als High Speed trotzdem damit sich bescheid was das zu sagen naja ich sag's mal so so schnell ist der Hobel wirklich nicht also ich bin ne 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 aber es ist nur für mich zur Info ja ja ich trag mich ein perfekt danke dankeschön jawohl danke jedenfalls ah jetzt haben wir eine Genehmigung bekommen jetzt kann keiner mehr im Funk sagen äh du darfst den nicht fahren äh vom Chief haben wir jetzt ne ey dass ich den heute mal angetroffen hab so richtig random ich hätte ihn sonst einfach angefunkt oder so aber voll geil der Herr Harris hat mir das erlaubt wenn ich dann mich wieder eintrage ja das trifft uns ja aber nicht da hab ich gesagt ja ich hab aber mit dem Chief gesprochen und ich darf das danke Herr Harris Herr Harris ein richtig eine richtig tolle Socke ist Herr Harris oder eine sportliche Socke aber ich muss mich erstmal anmelden ich brauch meine äh meine Ausrüstung umziehen werden wir uns noch äh Leute was sagt ihr mal für Sven Rumpe neuen Haarschnitt würde ich fühlen würde ich machen würde ich machen das PCAD ach komm das heißt halt PCAD passt schon ne aber ich würde mal neuen Haarschnitt für Herrn Sven Rumpe richtig geil empfehlen also ich würde sagen wir werden uns heute unter die Leute mischen werden uns ähm wobei dann werde ich mal ein Kennzeichen ändern 9-11 ist ein bisschen ein bisschen auffällig ein bisschen auffällig als Cop wenn das drauf steht ja wir werden mal gucken sonst tue ich irgendwas anders drauf ähm Kleiderschrank lass ich mal so stehen dann werde ich mal gucken später aber vielleicht mal einen neuen Haarschnitt vielleicht mal einen Bart anders machen oder so bei mir geht der Haarschnitt so ein bisschen auf dem Sack so langsam aber mal schauen ich würde Hemd fühlen schreibt er oh alter sollen wir uns als Businessman ausgeben oh das wäre so lustig im Anzug einfach ich fahre einfach im Anzug rum das wäre so lustig stell dir mal vor schau mal so wie der da vorne ich fahre im Porsche sehe ich aus wie so ein Businessman im Porsche einfach im Anzug ich würde das nur fühlen und dann bist du angehalten die Leute checken gar nicht dass ich Cop wäre ey weil kein Cop fährt in den Anzug rum niemand oh warte ich muss ja meine Sachen holen ab würde ich irgendwie fühlen ne mit Anzug aber die Frage ist halt kann ich mich da doch gut bewegen und gut rennen im Anzug ne mit so Anzugschulen und so weil das hier ist schon lässiger damit bin ich schnell unterwegs so tragen wir uns dann gleich später ein ich hole noch meine Sachen Rüstung holen wir weißt du was wir jetzt machen wir können das also wir haben Ehepanzerung dabei ja gut sonst hätte ich das gemacht wie bei 1 zu 7 drüben 1 zu 7 Position auffüllen Waffen wurden mir letztes Mal abgenommen ich werde dieses Mal werde ich meine Waffen jetzt ins Lager stecken weil ich nur so viel Stuff dabei habe der nicht mehr gehört ah ja der hat mir die M4 abgenommen das war ja das Problem mit mir die M4 hat er mir abgenommen Schrotflinte glaube ich auch ne ne Schrotflinte habe ich noch also was hat er mir abgenommen M4 und dann war es das ne M4 und den Rest habe ich Waffen kaufen M4 200 Dollar easy Spikestrips also Alkoma Spikestrips hat er mir abgenommen also das schon dreist gut dann ist richtig das habe ich nichts gesagt dann gehen wir noch runter in den Keller tun wir schnell die Sachen weg die Waffen die nicht mehr gehören vom letzten Mal also der Schüsse guten Abend kannst du mal PD als Offloader machen und auf Kocher und Pflanzensuche wäre mal was anderes habe ich öfters gemacht früher ich bin nur eher so der Typ der gerne auf dem Highway steht das ist so eher mein Ding also ich mag das Leute Fahrzeug anzuhalten als auf Suche zu gehen ich finde Suche ist ganz geil aber ich glaube auch für euch etwas langweilig wenn man da stundenlang du suchst halt wirklich 2-3 Stunden bis du halt was findest wenn du halt mal Glück hast On-Stream dann auch immer schwer wenn man dann halt nichts findet ist sind die Leute dann immer mal Piste also die Leute das war Endsmatt das tu mal rüber warum habe ich so viele Sachen dabei aber freue ich mich auf 3-0 wenn das nicht mehr möglich ist weil ich finde das hier ist halt auch unrealistisch wenn du da mit dem ich weiß nicht Waffenarsenal rumläufst was halt ja ich weiß auch nicht so Glock 17 passt habe ich sonst noch irgendwas was denn weggehört den Alk behalte ich Nö ich glaube sonst haben wir alles ah nee warte iPhone 8 das kann ich weglegen ah jetzt kommt der Müll das habe ich ja niemand abgenommen jetzt kommt der Müll das haben wir ein altes glaube ich ach nee warte also warten kann man da habe ich noch eins zack das hier Schlagregen auch weg ach die Axt und so das ist ja auch alles das gehört ja auch alles hier rein Springmesser kommt hier rein Rohrzange kommt hier rein das ist ja alles von dem Typen Feuerlöscher behalte ich ja das passt ich habe mal jemanden alles abgenommen Schlagstöcke können wir auch behalten aber was soll ich mit einem brecheisern als Kopf machen macht halt gar keinen Sinn also Handstandsschlüssel können wir auch weglegen auch von dem Täter oh bolla jetzt tue ich das Einzelne ups so jetzt sind wir ich glaube ja ready für alles jetzt haben wir alles RLO 2.0 auf 3.0 gefixt ja ist aber echt so auf 3.0 haben wir so viele Sachen gefixt die hier halt äh noch verbuggt sind oder ihr müsst auch so bedenken auf 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 3.0 läuft halt alles ganz anders ne also das Framework läuft auch ganz ganz viel frischer als hier gut aber wenn wir uns hier mal Blaulicht einbauen ich überleg nur soll mir das Ding richtig low profile halten dass wir das verstecken das Blaulicht oder soll man das richtig obvious anbauen warte erstmal Kennzeichen ändern das allererste was wir machen Kennzeichen weil das schon zu auffällig ist ähm jetzt hauen wir dann drauf als Kennzeichen not the cop das ist vergeben Raser 1 sollen wir Raser ran machen oder 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 irgendwas irgendwas das wir an aussehen wie jemand der halt oh Business oder ne was wollen wir ne Business geht sich nicht aus ähm Robocop ja Kennzeichen Robocop einfach Yolo Kartel Kartel äh Christine Christine? ne ähm Race Me Race Me wäre ein geiler Name eigentlich oh Bitcoin oder Bitcoin ich glaube der Bitcoin ist noch frei oder Bitcoin ich könnte Bitcoins probieren aber ich glaube Bitcoin ist sicher weg ne dann können wir auf Business machen ja Bitcoin ist weg ich mach mal Bitcoins Bitcoin hat sich schon mehr ach komm Bitcoins ist auch weg wirklich oh warte ah ja stimmt Dogecoin habe ich ja auf einem auf einem anderen Auto glaube ich ne ja geht auch nicht oh man was könnten wir nehmen Dior 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 2008 oder ähm ähm ne Jackpot irgendwas was so Businessman mäßig sich anhört wisst ihr irgendwas was mit Business zu tun hat YouTube? YouTuber? YouTuber ne aber ähm irgendwas was mit äh Trader ja ähm oder oder wie heißt diese Gruppe da Porsche ja ach es geht sich nicht aus Lightcoin ne äh es muss jetzt äh Börse ja Börse aber ich ich fand jetzt hier äh Boss ne Boss ist äh vergeben 100 pro Richman Nike ja hier Stolles Knight Döner ja äh irgendwas was 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 hatten wir jetzt vorhin irgendwas hat jetzt vorhin was gesagt hab ich hab's vergessen jetzt Rolex uh warte mal ach Rolex Boss geht sich nicht aus was ach Kacke Roley ne ähm Krypto na Rolex aber ich schau mal ob Rolex ob das schon vergeben ist ja es vergeben ach komm lecko Rolex ist ja geil gewesen real Rolex geht auch nicht ne ne Stonks wird das so geschrieben Stonks ich glaub ne Stonks aber wir probieren es mal das geht sogar noch Stonks ich tue das einfach mal ich hoffe ich hab das richtig geschrieben weil ich muss mal gucken Stonks ist doch ist das jetzt richtig geschrieben ja doch doch passt kennt ihr das meme diesen diesen äh da gibt's da gab's den Fortnite den Typen äh diesen wie heißt der 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 Kurt hieß der der Aktienkurt perfekt Stonks perfekt ähm besser geht nicht Leute jetzt das das ist okay also ich tu ihn nochmal schön einparken dass sie sich das merken aber Stonks ist doch perfekt für so ein äh für so ein Börsentyp perfekt die Schale werfen und dann mit dem links rumgucken das wird echt lustig so Stonks boah ich dachte grad ich rede da mit mir so lightbar dann schauen wir mal wie wir einbauen also die einen Frontblitzer kann man richtig geil einbauen die Frage ist nur wo bauen wir sie ein dass man es nicht sieht da könnte man hier wobei fällt das auf hier nö ne also ich finde das fällt zum Beispiel hier gar nicht auf wenn man die so ganz klein einbauen oben ah das ist doch fies oder das ist ja mal richtig hot fies und hackt können wir das genau selbe machen ey das feiere ich aber so das ist richtig nice so hätten wir früher schon so machen können so und da bauen wir auch nochmal so ein richtig nice Bruder richtig nice ins Heck auch ich weiß noch nicht ob man es am Heck sieht ich sehe halt hier nicht durch ne ob man das durchgucken kann mal gucken ich hätte gerne einmal 5.000 Dollar zurück mit so so müsste es funktionieren ne ja klappt funktioniert ey das sieht ja mal richtig geil aus so also das also so fällt das null auf also im Heck hast du keinerlei Indikatoren dass das ein Cop-Auto ist von vorne vielleicht dezent aber ich finde ich finde so dezent finde ich echt geil so das feiere ich am meisten was sagt ihr Leute so lassen das ist halt richtig low profile also so würden die also wenn wir irgendwo bei fahren würde keiner checken dass wir halt Cops sind ne würde keiner so checken perfekt ich fahre mal so und dann tragen wir das Ding noch ein mit Stonks ganz wichtig eins THD eintragen achso PCRD ich bin schon so auf 1 zu 7 tragen wir uns ein als ähm Informationsblatt ist hier ne wir gehören nur dazu nur er bekommt die wir gehören nur dazu wir brauchen nichts auch nichts ein Porsche T3RS Verkleiber Zeugen Zirft Dos Zirft das ist eingetragen Fangen Sie bitte bewusst zu sein. Lieutenant 2 Sven. So, sind wir im Dienst eingetragen. Das passt auch. Haben wir irgendwas, was hier ist? Geringe Gefährdung, Morddrohung gegen Frau und Herr Harris. Drohung von Hundebande. Falls nach Herrn Harris schief einst gefragt wird, ist nicht im Dienst und auch nicht erreichbar. Ey, wir haben doch keine Morddrohung jetzt ausgesprochen gegen Herrn Harris, oder? Oder hat das Ding gemacht? Da haben wir Herr Harris und die Frau Harris. Aber wir sind gar nicht mal hinter denen noch mal her, ne? Oh, was ist das? 17 Polizisten sind gerade im Einsatz? Ach, laber nicht. Okay, 17 Kops hier, oder? Oder ist ein anderes Blatt? Achso, warte, hier ist hier noch Besatzung. Hoppala. Zweite Besatzung. So, gut, wir sind fertig. Wir können in Dienst gehen, Funkgerät anmachen. Rein, die Ulge. King Fortinet. Ja, das Admin-Menü würde ich nicht gerne aufmachen. Ach, egal. Playtreader, aber weil der Playtreader wird eh nicht funktionieren, so wie ich ihn kenne. Ja, funktioniert auch nicht. Ja, ich konnte es vergessen. Abend. Abend. Gute Sicherheit. Falls, ne? Eximit. Eximit. Same lane. Opposite lane. 140. Yes, we did it. Und ab geht, Luzi! Mit Sondergenehmigung der Polizei. So, dann fahren wir uns mal umziehen. Das ist mal das Erste. Fahren wir am besten, äh, fanden zu dem Laden, da ist nie was los. Ist scheider. Wir hätten jetzt das Autohaus da. Ne. Gott sei Dank, ich dachte schon, jetzt wäre das Autohaus da, wäre ich ausgerastet. Kennzeichen-Stonks. Beste Leben, Bruder. Beste Leben. Jo, danke. Wir können auch damit jetzt auf, ähm, Dings fahren, ne? Auf, äh, auf Autobahn, wenn wir das wollen. Dann werden wir Bock drauf haben. Hätte ich auch irgendwie Bock drauf, aber wir werden uns heute halt echt mal um die Leute mischen und gucken, was rauskommt bei. Und danach wird sich auf Ehrenbruder-Basis neues Auto gegönnt. Wobei jetzt hier, also, wenn man jetzt hier dunkel ist, da sieht man es schon hart, ne? Von vorne. Da sieht man schon hier die zwei Blitzis rausstehen. Ja, am Tag wird es ein bisschen besser, glaube ich. Das ist dann nicht so auffällig, weil das ein bisschen, also merkt ihr, wie hell das da rausguckt? Schon, ne? Schon ein bisschen auffälliger. Als, äh, davor in der Garage. Ist ja voll assi. Der Garage sah das beste aus. Äh, das Fahrzeug mit dem Kennzeichen K21-Trennung C2 steht hier auf dem Isthalwe im Gemüse. Im Gemüse? Das Kennzeichen ist dann noch nie einen Anzug als Sven Rumpe angehabt. Das ist echt heftig, ey. Als du drüber nachdenkst. Das sind harte Zeiten, ne? So, wo kriegen wir denn einen Anzug her? Einen schönen. Ich will dann aussehen wie die Men in Black, ey. Da kriegen sie Angst. Was, hab ich, sind ja irgendwo Aliens? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, von Chifon. Einmal über das Radiesge. Fünf vor. Ah, wo ist denn dieses eine Ding, was wir hatten? Dieses schmale, wisst du, was ich meine? Dieses schmale Sakko. Das suche ich gerade. Wo ist es? Das ist ganz weit hinten, glaube ich, ne? Ah, hab ich mich verklickt. Super. So, nämlich das schwarze, schmale Sakko gab's da. Das hätte ich gern. Versuch mal grau. Ne, grau passt gar nicht. Sieht aus wie eine Anwalt. Graue Reste. Das ist der Sound, auf ich spende. Das ist der Sound, auf ich spende. Ich lese dann gleich alles vor, sobald ich im... Ah, da ist es hier. Das hier wollte ich haben. Zu oder offen. Ich würde es offen tragen und dann unterstört brauchen wir ein neues, ne? Boah, das sieht einfach so doof aus, wenn man... Ah, jetzt... Ah, das hier war es, ne? Das hier. Das hier muss gewesen sein. Wobei, es gibt es auch noch zu, auch, glaube ich, ne? Das ist das... Ah, das ist das zu. Das hier wollte ich, genau. Frage ist... Weiß lassen. Ja, doch weiß lassen. Perfekt. Arme sollten passen. Was brauchen wir an der Hose? 64 kurz hinten. Ist euch nicht so arm hoch, jo? Ist euch nicht so arm hoch, Jens? Was ist die Hose hier? Ne. Eine schmale... Was ist die hier? Ne. 1286 East Highway Kurz vom Tunnel Richtung Palizu mit dem Kennzeichen S leert CLASS Ah, die hier. Die hier ist es. Die ist schmal. Ah, ne, doch nicht. Ist eine Jeans. Oh, 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 oh. So gerade die Anzugshose, die da dazu passt. Ich finde sie gerade nicht. Da gab es so eine ganz schmale, elegante Hose. Ich finde sie echt nicht. Oder es war die am Anfang. Ich bin wieder zu blöd dafür, um das zu checken, als die ganz am Anfang war. Ne, dann war die ganz am Anfang. Ja, ne, noch mal eins. Lass da, du Brustwörter. Nämlich die von Anfang. Ach, hier. Die hier. Ja, das ist sie. So, Schuhe noch. Schöne Schuhe brauchen wir. Und dann... Können wir gleich schon fast in Dienst gehen eigentlich, ne? Der wird jetzt auch wieder 1076-19-Mischer-O-PD. Ja, passt. Linken 10 von Adam. Ja. Ja. Kurz überdraht ist möglich. Ja, was? Uh, LAPD. FBI. Ja, komm. Das könnten wir tragen. Das könnten wir tragen. Und sind wir halt nicht zivil unterwegs, ne? Detective könnten wir tragen. Das wäre möglich. Sollen wir das tragen? Das sieht schon... Das sieht schon geil aus, oder? Oder soll man das weglassen, Leute? Schauen wir mal rein. Aber ich finde das irgendwie geil, weil wir sind ja Detective. Hier ist sogar... Das müsste sein... Das hier ist sogar Homeland. Wir haben sogar... Alter, wir haben sogar Homeland-Abzeichn. Das wusste ich gar nicht. Wir brauchen gar keine Herumland-Westen mehr. Wir gehen einfach hier rein. Aber hier das Detective wäre meins. Das könnte ich tragen, weil wir Detective-Unit sind. Das King-Unit. Hätte was eigentlich, ne? Dann sieht man, dass ich ein Cop bin. Aber... Das Problem ist halt, dann kann ich nicht untertauchen. Ja, gut. Nee, ich lasse es weg. Chat-Strapp auch. Nein, nein, nein. Ja, nee. Aber dann... Ja, es macht ja keinen Sinn, weil ich bin ja dann als Cop unterwegs. Als CV. Und dann ist da dieses... Abzeichen. Das habt ihr schon recht. Das passt nicht. Das passt nicht. Da gebe ich euch komplett und vollkommen recht. Das ist die Frage. Schwarz und schmal? Sieht aus, als würde ich zu einer Beerdigung gehen. Oh, die Hose ist noch falsch. Hoppala. Die Hose ist noch immer falsch. Die falsche ist noch mal die Jeans. Ach, was ist denn jetzt? Dann ist das hier... Das ist die richtige. Ja, das ist jetzt die richtige Hose. Gefunden. Und ich glaube, jetzt habe ich alles. Ich bin fertig. Perfekt. Ja und speichern. Ja. Als... Ähm... Anzug. Einfach Anzug. Passt. Sieht mir echt businessmäßig aus. Businessman. Brauchen wir noch eine geile Brille. Oh, stimmt. Die Brille fehlt. Dankeschön. Eine richtige businessbrille. Ui, ja. Pilotenbrille oder business? Das passt schon. Pilotenbrille. Und jetzt müssen wir nur noch... ...zum Stylisten, Leute. Guck, guck dich das an. Das sieht doch nicht nach Polizei aus, oder? Warte, habe ich meine Weste dabei? Oh, ich habe die Weste vergessen. Ja, komm. Ich muss noch eine Weste drüberziehen. Wissen Sie, wenn ein Einsatz kommt, dann kann ich die Weste drüberziehen. Dann wissen die Leute auch, dass ich ein Cop bin, weil sonst haben wir immer das Problem. Sehen sie das nicht? So, hier nochmal. Weste brauchen wir. Ja, Hundebandelweste, bitte. Welche passten denn gut drüber? Ich finde sogar die kleine Weste passt auch am besten. Die hier. Die passt. Die ziehen wir drüber. Ja. Dass wenn es mal zu einem Dings kommt, können wir die drüberziehen, bist du? Nur sollte es dazu kommen. Spot in der Mission Row. Zack, raus. Von Richtung Hauptplatz. Handfeuerwaffe angehört. Maske brauchen wir keine. Wir gehen jetzt nur noch schnell Friseur gucken. Nein. Schau mal. Richtung Urin-Shop ungefähr in die Richtung. In Richtung Urin-Shop? Ich komme von Weste Highway. Schau auf mir, was entgegenkommt. Komm, egal. Komm, man, das sind informativ. Es hat auch jemand eigentlich für sich. Also kriegt es am Hauptplatz Waffenladen. Schießungband. Ach, Schießungband. Da brauchst du gar nicht anfangen. Negativ ist im Schüssel. Die Luft bei einem Wien-Shop hochbekommen in die Richtung. Ja, positiv Wien-Shop Richtung. Äh. Hä? Äh, hier im Schnappenladen. Link 11, Link 15, 7, Air-118. Da ist Responding Hauptplatz. Da ist Responding. Er hat gerade die Meldung ausgehauen, dass da Schießübungen stattfinden. Komm, man, ATTEN beim Waffenladen. Also die, die ihr gerade im Punkt gemeldet habt, die waren am Abend, aber nichts zu tun. Ui. 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 Kein Kennzeichen dran. Kofferraum Office. Ich glaube, das passt. Hier noch eine andere Haarfarbe. Ich habe ein Kennzeichen, Abfrage, wo denn los? Alter, so sehe ich ja komplett anders aus jetzt. Damit kann ich richtig untertauchen, ja. Kauf bestätigen, aber sowas von. Ey, Leute, damit tauche ich jetzt richtig hart unter. Gibt euch das mal bitte. Damit kann ich jetzt richtig untertauchen. Die Frisur ist geschleckt. Leute, die muss geschleckt sein, die Frisur. Wir fahren Porsche. Wir sind jetzt Businessman. Unmöglich, dass uns wer erkennt. Jetzt noch Maybach. Er ist richtig geil so. Gefällt mir. Ja, aber es ist nur für heute so. Wir müssen uns ein bisschen verkleiden. Die Leute kennen uns ja mittlerweile schon. Wir müssen uns ein bisschen untertauchen. So. Los geht's. Nein, der Mittelscheitel. Ne, das passt schon so. Geschleckte Frisur nach hinten. Wir fahren Porsche, Jungs, Mädels. Wir fahren ja, wir fahren ja kein AMG. Wir fahren, wir fahren Porsche. Können wir später machen mit dem AMG fahren oder so. So, Leon, der Breite. Danke für den Euro. Ähm, Finn Buch. Ich bin letztens auf den Töpferkurs geflogen. Meine Lehre meinte zu mir, ich hätte mich im Ton vergriffen. Ja gut, den kenne ich aber auch schon. Meiner so ist der beste. Dankeschön. Xinzabu. Da war noch ein, ähm, was? Da war noch einer eingetragen mit Lieutenant 2. Ja, passt doch. Wir wären Lieutenant 2, oder? Ich bin nicht der Einzige. So, von Lenny oder so. Oder, was heißt das? Benelli? Dankeschön fürs Töpferden. Robert, rrrr, mach vielleicht ein Licht am Spoiler. Letzter Dispension, das ein Flick am Internet. I don't know. Ein bisschen schnell da vorne, ne? So mit dem mal. Negativ ist so bronzemäßig. Also auch ein bisschen. Was ist da vorne für ein Auto? Äh, hier oben im Klamottenshop. Mann, ich triggere, dass das der Plate wieder nicht funktioniert. Check, 1020. Ah, Mist, das ist das Blaulicht, das Flasht so aussehen. Ui. Was ist? Kommt wieder zurück zu euch. Was, was brauchen die? Was ist denn los? Äh? Frage, was habt ihr hier? Was habt ihr gerade für eine Person? Was ist denn da los, Alter? Ah, das war die Person, die hier geschossen hat. Okay, alles klar, dann ist alles gut. Aber ich habe schon festgenommen, ich dachte, die sind wohl hinterher. Fährt jetzt schon an der Heine zu dem anonymen Dispatchen. Dispatchen, mein Mann. King vorfährt an. Dann vor, linken Fährt, ich bin halt. Zwei Kilometer. So, und wer hat jetzt den Anonymen Dispatchen angenommen? Äh, King vorfährt, ich habe mich anscheinend verdrückt, tut mir leid. Auf 8, King vorfährt. Ja, das sieht man nicht noch mal. Aber jetzt hat er doch 300, ups. Hä, jetzt wurde er gepatcht, dafür nur niemals 300. Schauen wir mal, wie ich schon wieder verdrückt. Das ist das erste Mal, dass ich mich verdrückt habe, weil der Scheiß-Appler. Ich glaube, annehmen, ich wollte eigentlich GPS-Position setzen, weil man nimmt erst an, wenn man angekommen ist. Wir kommen nicht los, der Dude. Das machen wir aber nicht, mein Herr King vorfährt. Ja, wer hat es dazu gelernt? Liege erlaubt Pflanzenfragen, ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Das kann nicht stimmen, aber nächster Schmachspur, der ist positiv für den Schuss, weil der Schmachspur in 10, 15 Minuten per Jahr oder länger. Ja, jetzt fährt er wieder 280. Also, das Ding ist komisch. Also, irgendwas stimmt mit dem Porsche nicht. Der fährt über 300, ist er davon gefahren. Jetzt fährt er wieder 295. Ich versuche den Herrn nochmal, weil er hat in der Verkehrsanhaltung der Feuerordnung gekauft. Nee, ich habe 10 vor. 284. Ja, 284. 284. Ganz komisches Auto, ne Leute? Also, das... Oh, ey. Oh, ich habe nach vorne. Oh, da können wir anfahren. Ja. Das ist der Sound, aber ich spiele dich. Ja, gut, der ist negativ. Jetzt ohne Blaulicht fahren, ist ganz wichtig. King 4, link 35. King 4 hört. Äh, wann triffst du an? Palito oben. Äh, warte mal, da fährt gerade einer mit seinem Motorrad Palito an. Ich bin gerade in Palito angekommen. Der ist mir gerade Richtung, äh, vor Palito in der Kreuzung reingefahren. Der scheint zu den Pflanzen anzufahren. Ja, informativ, dort bei dem Dispatch waren keine Pflanzen, also nirgends. Wir haben allerdings bei der Tankstelle einen abgemeldeten Koffer. Also ein abgemeldetes Kochermobil. Der ist mir fast reingefahren vorhin. Er ist einfach über die, jetzt kommt über die Linie drüber gefahren. Das schau ich mir jetzt mal an, was da da macht. Einmal stimmt da doch nicht, bis er hier reinfährt, oder? Stimmt doch was nicht, der ist doch hier runtergefahren. Die Pflanzen können ja auch nicht so schnell weg sein, eigentlich. Da ist... Gehen wir als Ziviler dorthin. Gehen wir es mal kurz an, ja. Zivilist. Anscheinend sind die Pflanzen doch irgendwo, laut letztem Dispatch, auf einem genauen Standpunkt. Da fährt, da fährt einer mit Motorrad auch rum da hinten, also irgendwas stimmt da nicht. Da ist ja Ofrood unterwegs bei den Pflanzen. Ja. Ich bin da zu Fuß. Okay, wenn sie Ofrood anhalten, braucht es, gibt es Bescheid. Ja. Da fährt ein Motorrad herum. Mit einer Person, die zu Fuß herumlauft. Das bin ich. Ich bin die Person mit dem Anzug. Ah ja, da sind die Pflanzen. Ich habe nichts gesagt, dass da keine Pflanzen sind. Lägen 11 für Commander 10. Von der Höhe. Ah, du wolltest dich um den Dispatch beim Bezüglich der Grundausbildung, ne? Ich glaube, da hast du die Information eher... Ich verstehe dich ganz schlecht, ich bin der One. Bitte ein bisschen lauter reden. Ich glaube, die Information zum Dispatch der Grundausbildung hast du. Äh, Grundausbildung machen wir jetzt aktuell keine mehr. Also wir hatten angeschrieben, aber es meldet sich keiner. Ja, dann vor, dann sage ich es ab. Ah, da stehen sie doch, ja. Da stehen sie. Ich muss sagen, ich vermute, dass der Motorradfahrer das mitbekommen hat, der ist gerade weggefahren. Der gehört da dazu, hundertprozentig. Der ist genau darunter. Und zockt euch nochmal in Busch, tu die Fahrzeuge weg und wartet. Ja, sehr klar. Wenn keiner da ist, brennt sie ab, macht Fotos, wenn ihr wollt und zieht ab. 6, 2, 4, 6, 8, 7, 7, 8. Oh Mann, der Kombination hat das Ding hier. Hallo? Kommt man da irgendwie von vorne hin? Ja, der steht links, ne? Dass ich wüsste. Achso, hörst du mich? Ja, ich hör dich, ne? Ja, der ist mir vorhin schon aufgefallen, der war ohne Kennzeichen unterwegs, ist mir da vorne rein gekracht. Der ist direkt hier diesen Feldweg lang gefahren und ich schätze mal der hier runter, ne? Ja, ich bin da oben gestanden und hab dich da unten gesehen, beziehungsweise das Motorrad. Ne, ne, der ist, der ist dann da unten, der stand dann da unten. Aber ich vermute mal, der hat auch Wind mitgekriegt, dass da was jetzt ist, weil, äh, ja. Wollen wir jetzt in meinem Busch dort vorne hocken? Ja, ich stelle jetzt das Auto weg. Anfältig um den Olaf von Bergen. Meines Wissensach steht der auf der Fahndung. Negativ. Linklton, zurück von Code Pete. Habe mal in Schlamm gestellt, das Ding. Dann sehen wir uns mal rein, vielleicht klappt es ja, ne? Aber der ist weggefahren, ich bin mir sehr sicher, dass der nicht mal kommt. Aber schon so obvious angebaut dahint, muss man sagen. Sehr obvious. Linken 64, back to note. Ah, bist du hier? Ja. Ach, ich hab's gespürt. Dann gehe ich in den andern Busch rüber. Ähm, Willst du auf... Oder sollen wir hier drin bleiben? Ist auch okay. Mir ist egal. Willst du auf Taser oder ich auf Taser? Äh, ich auf Taser. Ne, passt. Geh mit langen Waffen. Fahrzeug schon gesucht? Ne. Dann mach ich jetzt gar nicht. Das gehört auf jeden Fall dazu. Warte, ich... Da unten fährt er lang. Warte, komm her, komm her, komm her, komm her. Da unten hab ich grad was gesehen. Versteck dich mal da drin. Irgendwas hab ich grad unten gesehen. Ich glaub, der ist ja grad wieder lang gefahren. Ich kann nur schnell DNA spulen vom Fahrzeug entnehmen, weil der hier direkt neben steht. Da hat er damit was zu tun, ne? Mach das mal. Ey, die Levin mit der Frage hatte, hätte eine Betrieleinheit vielleicht höher irgendwie kurz der Mission Road zu kommen, ist hier von der Kanzlei wegen der Straßensperrung. Haben wir den A gefunden. Müsstest du denn jetzt Mission Road fahren? Müsste ich jetzt, ja. Kennzeichen? Mal gucken. YVH612, kannst du mal schon durchgucken. Ja, der müsste jetzt bald kommen, weil der muss die Dünge pfeil sind. Und ich rast wahrscheinlich inzwischen durch wegen den Arschboden. Nicht versichert. Nicht versichert, perfekt, Abflug auch holen. Äh, Personen? Wie heißt der? Tim Mining. Tim Mining. Alles klar. Ich fahr schon inzwischen, Row, ne? Ja, passt. Jawohl. Tag ist, irgendeine Einheit von uns in der schwarzen G-Klasse gerade aufmauern. Chilliard unterwegs. Also ich finde mit Anzug schon frisch, ne? Ich fühl mich richtig gut drin. Also das ist halt undercover, undercover hier. Aber ich muss den vorderen Blitzer, müsste ich noch umbauen. Das ist noch zu auffällig im Auto. Ich bräuchte bei dem Pflanz von bitte noch eine Einheit. Ich bin gerade alleine. Und da, King V1 ist Mission Rocket Defund. Was zwecks den auch? Ja, King V1 ist Mission Rocket Defund. Ja, King V1 ist Mission Rocket Defund. Ja, ich glaube der ist abgehauen der Motorrad, der der Wind mitbekommen. Aber ich frag mich wer da diesen, diesen Dings reingeschallert hat. Diesen, 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 diesen anonymen Dispatch. Kann ich das für mich mal fragen. Der muss ja dann in der Nähe gewesen sein. Vielleicht war, vielleicht war der Motorradfahrer der Typ, der den anonymen Dispatch gegeben hat. Das ist was ich meine. Könnte ja auch sein. Weil irgendwann muss in der Nähe gewesen sein, anonymen Dispatch gesendet haben. Vielleicht war das der, der Motorradfahrer, ne? Man weiß es halt nicht. Ich war jetzt so gut es geht. Nur mit Blaulicht, dass ich nicht so auffällig bin mit der Kiste. Wir müssen jetzt ganz schön in Richtung Mission Road, dass wir die DNA-Spuren sicherstellen können. Ich hoffe, ich bekomme sie hochgeladen. Leute, ihr müsst mir bitte nicht, äh, reinschreiben in irgendeinem Strand oder sonst was. Wenn ich es nicht sehe, dann sehe ich es nicht. Ich werde, äh, keinen Meta, Peter, ähm, ähm, Chat, äh, vielleicht dann lesen. Ich werde das einfach mitnehmen, was ich auch sehe. Wenn ich es nicht gesehen habe, hab ich es nicht gesehen, Leute. Also, weil ich jetzt nicht diese Information nutze, um nochmal zurückzufahren und nochmal auf dem Strand zu gucken, ob da wer steht. Ganz einfache Sache. Klingt vorhört. Ja, ähm, wolltest du erst den Fahrradlust führern? Für heute, ähm, eher weniger. Ja, den vorhört, dann trage ich dich als Backup-Fahrradlust führern. Jawohl. Heute will ich keinen Fahndungsführer. Sag ich wie heute, wenn dann irgendwo mitfahren oder, ähm, halt undercover sein, ne? Als Fahndungsführer will ich ja nicht undercover. Und das, ich sehe überhaupt nicht aus wie ein Fahndungsführer. Ja, das ist schon mal schnell. So, sobald wir Richtung Stadt Einlass angekommen sind, werde ich mein Blaulicht ausmachen und werde wieder langsam fahren. Wir müssen die DNA-Probe halt so schnell wie es geht Richtung links bringen. Mal gucken können, wer das letztes im Fahrzeug gesessen hat. Ging 15 1076 Oceans. Hallo? 289? Ja, ich habe einen Einsatz. Ich muss die DNA-Probe zurückbringen. Ich bin auch mit Blaulicht gefahren vorhin. Na gut, habe die nicht gesehen. Ja, ich muss die DNA-Probe vorbe... Ja, ich habe nur diese kleinen Blitzer drin. Ich habe es jetzt ausgemacht, wenn ich in die Stadt fahre. Da habe ich nur die Blitzer drin. Alles gut. Ja, unten, unten. Ich habe doch gehört im Funk. Ich habe hier die DNA-Probe. Ich dachte schon wieder, ich baue hier einen Scheiß, ne? Dabei wollte ich nur die DNA-Probe rüberbringen. Ich baue doch keinen Scheiß, Jungs. Ich weiß ja, was ich mache. Ich habe nur letztes Mal den Dispatch angenommen, den ich nicht annehmen sollte. Aber sonst... Morgen bin ich telefonisch nicht erreichbar. Es geht ja um den 23.10. Es geht um den 23.10. Leute, darum geht es heute. Um den 23.10. Da saß ich am Klo und hatte richtig harten Durchfall. Die Pflanzen sind jetzt weg. So. An die eine, die was zu den Pflanzen abgelaufen wollte, die Pflanzen sind jetzt weg. Was, abgleichen? Abgleichen oder hochplanen? Weil, abgleichen ist dann, wenn ich die Spur habe, ne? Keine Übereinstimmung und wenn ich jetzt auf hochladen gehe. Wenn ich sie hochladen, dann sehe ich, ob die Spur hochgeladen wird oder nicht, ne? Upload erfolgreich. Jetzt kann ich nachgucken unter Datenabruf. Informativ. Drei maskierte, vier maskierte Männer am Hauptplatz. Mit einer 100-Banner-Western. Und jetzt den 21.10. Und jetzt den 21.10. Und jetzt den 21.10. Schauen wir mal. Ja, 21.10. Das heißt jetzt Tim Meining. Sein Fahrzeug. Tim Mining, ja. Dann werden wir dann mal herbeten, warum so ein Auto da daneben steht. Ging vor nochmal mit der DNA-Probe zur Datenabfrage. Der Halter des Fahrzeugs mit der DNA-Probe stimmt überein. Durch den Drogenfund. EFM, ähm, Kofferum sind 90 MEF. Link in 66, für die Konten einleitend. Von Air One meldet Riesen-Pflanzen-Plantage. Central T. 80 bis 100 Pflanzen, ein Webdaar, ein Urus, eine GK-Support. Einer Verlustung. Einer Verlustung. Informativ, bitte Anfahrt über den Weg zur Manchiliats-Spitze, dort ist einmal drin. Fahrzeuge nicht vor Ort, ich habe gar nicht alle gehört. Eine G-Klasse, ein Urus und ein Webdaar. Vielleicht soll ich auf der Hohre wechseln? Oder auf der High-Suite? High-Suite-Back-Up-Lab. Ja, okay. Riesen-Pflanzen-Pfund. Offroad-Wechsel, ich brauche dich bitte als Fahrrad und ein Offroad-Fahrzeug. Ja, unterwegs. Wenn wir unten bleiben, oder? Bei Hilfswand ist ebenfalls. Super. Ich gebe euch nochmal meine Position. Von meiner Position, Air One ist aktuell oben auf der Spitze gelandet. Von unserer Position, Unterrichtung, Hähnchenverarbeitung. Von der Position zu unserer Position aus ungefähr 50 Meter Luftlinie unterhalb. Ich hätte nur ganz schön was machen als King-Unit. Das ist da, wo wir damals die Leute auf dem Hotel der Tat nur die Pflanzen gesehen haben. Genau. Das ist dann weiß ich. Ganz schön was klären. Riesen-Pflanzen-Plantage, ja! Ich würde auch bitten, Swat, wenn möglich, und gegebenenfalls des Logier als Backup. Wie gesagt, linken mehrere Personen vor Ort. Brauch von unten. Jetzt würde ich vielleicht noch ein, zwei Offroad-Einheiten nach unten mitnehmen. Dann wollen wir mit der Information an alle Einheiten, die was da respawnen, und ab dem Bereich Mount Gilead, Blaulicht und Sirene ausmachen. Also was, ich fahre nochmal an als Backup, wenn die da unten sind. Ähm, damit ich da in der Nähe bin. Und dass ich mal tanken fahre, bevor ich das jetzt angehe, weil ich muss jetzt einen Tim anrufen. Clear. Closing. Also ich wenigstens glaube ich einsatzbereit bin als King-Unit, wenn was ist, weil ich habe jetzt kein Offroad-Fahrzeug da. Aber was heute so viele Pflanzen fülle, also das finde ich, das finde ich heftig, weil sonst haben wir nie so viele Pflanzen fülle. Jetzt war ich extra als High-Speed-Drogen. Wir werden als Backup als Bodenanhalt da sein, wenn irgendwas ist, kann man die trotzdem verfolgen, wüsste? Dann könnt ihr normalerweise Pflanzen fülle sehen. Boah, Alter, wer fährt nicht? King 64 fährt vom Sägeberg hoch. Front, away, front, away. 155? Front, away. Ich fahr vom Balkadorf hoch. Was ist da immer wieder? Das Sägeberg liegt. Der fährt aber ein Scheiß zusammen. Dann will ich gleich mal anhalten und fragen, was sagst du? Komm, das Sägeberg anfahren? Hm, nicht vom Sägeberg, aber es gibt einen anderen Weg von unten an. Ich fände echt einen Schmor anzahmen. Ich sehe vorhin einen Schmor anzahmen. Schau, dass du immer von diesem blöden Motorradfahrer, die sagen, blöde Kratzer drin. Ich könnte kotzen. Ich wollte ja noch nirgends rein gefahren, nur die Motorradfahrer, weißt du? Alles wegen dem Motorradfahrer auf der KTM. Ey, aber das ist immer geil. Großer Pflanzenwohn bin ich dabei. Lenny, mein erster Spender. Dankeschön. Du guckst du. Danke für... Alter, 50 Euro. Das ist immer spannend. Alter, liebe. 50 Euro und ehrenhafte Fees. Von da guckst du. Was guckst du? E-L-C-R-P-Gamer. Moin. Nach dem Stream wieder im Mod-Talk reden. Ja, wenn ich das jetzt hier ankündigen würde, dann wäre alles full im Discord. Weil letztes Mal um 5 Uhr morgens mit Fox, mit dem alten Mod Nice im Moderator call und dann haben wir ein paar Leute reingezogen. Einfach so random. Einfach random reingezogen, weißt du? Weil die halt im Talk waren. Ich dachte jetzt hier ist der Discord wieder full. Dann muss man nochmal schauen, wenn ich hier den Weg nochmal zu E1 zurückkomme. So. Schau mal schnell. Dass wir jetzt rüber kommen. Also ich will jetzt halt nur als Backup unten sein. Ich werde jetzt nicht auf den Berg mit dem Porsche rauf fahren. Das wäre eine richtig dumme Idee. Aber ich werde halt da sein, wenn irgendwas am Boden passieren sollte. Weil ich glaube, wenn so viele Pflanzen sind, wird das in einer Schießerei enden. Bin ich ehrlich. Weil so viele Pflanzen lässt es nicht einfach so schnell gehen. Das war ja bei 1 zu 7 auch so. Ja. Hat es ja auch in einer Schießerei am Ende des Tages geändert, bist du? Oh, weißt du was? Der Typ hier vorne, der hat mich... Ach komm, ich lasse ihn in der Stadtwerke. Er macht einen guten Job. Mein Gott. Ich lasse ihn einfach nur. Ja, der macht ja nur seinen Job. Er puggelt sein Bestes. Ich bin in... Die Personen sind jetzt am Ernten. Die ernten jetzt perfekt. Können wir den normalen Weg nach Monchile zum Sägeberg hochfahren? Können wir wahrscheinlich gleich losfahren. Die sind gerade fast fertig am Ernten. Schau mal, wo ist die Location, wenn ich mich da mal ein bisschen... Kannst du zurückkommen, ich brauche deine Hilfe. Sind da unten? Ich lasse ihn mal stehen, ich bin hier. Ich lasse ihn jetzt stehen, soll er da stehen, mein Gott. Wenn er am Handy ist, dann bestimmt. Und sind sie jetzt angehalten, ne? Was machen sie auf dem Punch-Streifen? Die Einheiten, die rum sind, kennt ihr den Weg da runter? Oder soll ich euch den zeigen? Dann werden wir uns hier so ein bisschen aufstellen, ne? Alles rundherum. Können wir wenigstens spotten. So, Blacklight, danke zu Euro. Leon, der breiter, mein Vogel ist anders. Alter, wer? 2,84. Das ist, äh... Linken Teil 6, wieder Back in Punk. Führerscheinabnahme. Genau, ähm... Informativ Adam Warren und 12 David Warten und in ähm... Wie ist teilweise. Versuchen irgendwie die Leute abzufangen, wenn die runterfahren? Ja, der, der da da oben kommt. Kannst du mich retten? Ich bin hier genau vor dir, ich komme nicht mehr weg. Das ist jetzt dumm für das? Eine Führerscheinabnahme. Haha, der Führerschein ist weg. 9 mal, die sind schon fast weg. Wir haben einen schwarzen Raptor vor uns. Tief alles rein nach vor Ort. Das checkt mich ja. Hier, komm ich mir jetzt hier unten. Rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Soll ich den Funk freilassen? Ungefähr 10 Pflanzen zum Ernten. Gehen vor Ort, 1086. Mit dem Kennzeichen Fox 007. Hallo Fox. Oh, ist das der Typ vom... Ne, das ist doch nicht der, oder? Dann sehen wir dann halt hinter mir. Wir stellen uns auf die Bank. Bei dem, Alter, das Führerschein, da muss ich nachgehen dazu. Wer fährt hier? Am 20.10. Führerschein-Sperre? Die haben jetzt noch 10, 15 Pflanzen. 24 Stunden Sperre. Der dürfte heute gar nicht fahren. Am 20... Wobei, ich weiß nicht, ob er am 20.10. die Sperre bekommen hat. Das wäre gut, dass das dabei stehen würde, ne? Der hatte gestern schon eine Führerschein-Sperre. Da werde ich ihn heute auch einen ausstellen. Zumindest am 20.10. war. Fahrzeuge sind alle von euch weggedreht in die Fahrtrichtung. Ja, der hat immer einen Anspreisenden Führerschein. Ja, der hat immer einen Anspreisenden Führerschein. Trenzend Pipsi. Guten Tag. Der BMW ist leer. Guten Tag. Wir sind vor der Fahrzeuge hinterher. Dem Kollegen im Tahoe geht's dir gut? Dankeschön. Wir sind vor. Ich würde einmal zurück zu dir kommen. Wirst du schauen, ob die Unit da ist. Aber jetzt ist der Funk so voll. Das ist richtig beschissen. Ja, können Sie uns ein Update aus der Luft geben? Hallo Fox. Hat er zugelassen? Da hat er gar nicht geguckt. Der ist zugelassen. Hallo Fox, zugelassen. Wir haben unten bei den Gleisen keinen Sichtkontakt zu den Fahrzeugen. Ah, der ist das King 15. Ich kann mich nicht gefühlt sonst bin ich tot. Ich fliege den ganzen Berg runter. Ich brauche den Abholung gleich. Geflüchtet ist er sogar. Ich brauche die Fahrzeuge hinterher. 35. 10-20. Ah, das ist auch schon da. Wolle ich noch mal der 10-20? Wollen wir mal reden bei mir? Ah, die sind hier. Okay. Da kann ich jetzt nicht fahren mit dem Offroad machen. Ist eh egal. King 4 und King 15 Haben sie gestern eine Führerstandsperre ausgestellt gegen einen Herrn Fox Das ist korrekt Und welche Uhrzeit war das? Gegen 23 Uhr ungefähr Ja dann hat er gegen die 24 Stunden verstoßen, so habe ich ihn wieder mit doppelter Geschwindigkeit geblitzt Gegen 23 Uhr das heißt er hat keine 24 Stunden Sperre gehabt, das ist ein bisschen problematisch Ich werde auch jeden Moment fallen vermutlich Guten Tag Sie haben gestern eine Führerstandssperre bekommen Ich habe jetzt meinen Kollegen gefragt wann die war Sie haben 24 Stunden eine Führerstandssperre In welche Richtung ist die G-Klasse gefahren? Das wurde mir aber nicht mitgeteilt Ich kann das den Kollegen herholen Dann können wir das gerne klären weil das Die Frage war da auch Wir sind noch eine zweite G-Klasse Beziehungsweise ein weißer X7 dabei Eine zweite G-Klasse war kurzzeitig hinter uns Aber da war ein LAPD-Fahrzeug hinten dran Ganz einfach weil da kommen jetzt zwei Fahrzeuge auf euch zu Deswegen werden wir fragen euch Informativ wir sind mit der G-Klasse jetzt Höhe Silo statt einwärts am Istave Frage für die Nagelbänder sind so schnell? Ja wenn dann im Verkehr vorher ausbremsen und dann Nagelbänder Das kann ein bisschen dauern das Problem ist der Funke ist gerade sehr voll ich werde jetzt hier dazwischen funken Ich muss den Kollegen mich mal anfunken und den muss ich mal befragen was ihr ihn gestern ausgestellt hat Ja da kann sich jedenfalls an sie noch erinnern Ja Vielleicht kann mich auch an die noch erinnern Ja ja Ne ähm Wie gesagt Und sie sind auch wieder doppelt so schnell gefahren Wurde ich auch nochmal sagen Echt? Ja 2.60 habe ich sie geblitzt Informativ für euch habe ich mal in die Mitte von den 2 Stunden schnell Sie fangen gerne schnell kann das sein Ähm Jein Sie müssen sich vorstellen das ist jetzt äh Vor ein zwei Tagen ist was passiert und seitdem geht es bei mir mit den Gefühlen durch Ja aber dann sollten sie vielleicht besser nicht ähm Ein Kraftfahrzeug fahren Ja ich weiß Sonst sind sie sich am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad Und sie nicht aufs Schlafsbüter drücken Ich muss einfach nur hier hoch und dann jagen gehen Ja positiv Ich habe die Armee auf Ich bin gleich nochmal bei ihnen So vielleicht vielleicht kommen wir wieder auf den Highway runter Ja King 4 an King 15 King 4 an King 15 Karte 15 Ich höre Mount Station Nieserweyrwärter südwärts King 4 ich komme gleich über Draht 10 vor Casino ab Ist besser stimmt man muss über Draht Haben wir das Problem hier nicht Berliner Rückkehr weiter Richtung Casino Wir fahren jetzt zum Casino vorbei, fährt auf dem Casinoparkplatz. Müssen wir mal gucken was er jetzt bekommt, er hat gegen, also wenn er um 23 Uhr angehalten hat. Fährt auf Pferdebahn. Ich fand die komplett offroad. Die fangen grad auf die Pferdebahn rauf. Pferdebahn. Wieder von der Pferdebahn runter. Der anonyme Dispatch ist fertig, ne? An den muss ich mich jetzt auch noch kümmern. So, annehmen. Recht im Kanal müsste vorne wieder auf die Straße kommen. Der ist ja fertig, hat die Pflanzen schon mitgenommen. Mal vergessen den wegzumachen. Linken fährt sich so spannend in der Dispatch. Vorne am Casino wieder auf der Hauptstraße, weiter Richtung Windhoof PD. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen vorlesen. Wir fahren den Highway, Windhoof PD Southbound, Richtung Pinbox Hill. Oh so ich nicht anrufe, ich kann auch anrufen. Rechts, Richtung Waffenlagen, nochmal rechts, wieder Richtung Nationalbank hoch. Schauen wir mal, wer ist ein King 15, lass mal gucken. Fährt links, sitzt gleich am Tattoo-Later vorbei. King 15, Sergeant 2 ist äh... Chris, Chris, am Mann, das ist das. Rechts am Waffenladen, Richtung Westen brauchen wir keine Versteckung. So lange dauert hier, weil es stehen wir schon lange. Chris, 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 Chris. Südwärts, äh, jetzt Richtung Rockford Plaza. Rockford Plaza weiter rechts Süden. Links an der Baustelle lang, Richtung Pellbox Hill. Oh, der hat keinen Empfang. Hier ist kein Empfang, scheiße. Der ist, der ist hier oben irgendwo. Ja gut, jetzt haben wir... Der hat ja keinen Empfang, Oberhofenberg. Überführung runter, Richtung Gebrauchtwagenhändler. So, so ein kleines Problem. Der Kollege hat um keinen Empfang, der ist grad am Berg irgendwo. Mhm. Er muss mich jetzt nämlich eigentlich anrufen. Jetzt muss ich warten, bis er wieder einen Empfang hat. Dass wir das jetzt schon abgehören können. Das kann jetzt so ein bisschen dauern. So fünf Minuten, schätze ich mal. Kann ich dann zumindest aussteigen? Sie können gerne aussteigen, können sich still hinsetzen. Ist sogar besser, wenn Sie sich am besten hinter die Barriere stellen. Was Sie da sicher sind, ich werde mich da auch erst mal in den Schwennen. Ach. Rechts Richtung Juwelier. Über ein halber. Ich muss Ihnen ja noch mitteilen. Ich habe eine Waffe bei mir. Ich habe aber auch einen Waffenschein. Also... Alles klar. Könnte ich den mal sehen? Natürlich. Also ich bin bescheid. Also bedanke ich, dass ich das sagen. Das machen wir wenigsten. Ich habe den Tankfedern. Mechanikhand links. Danke schön. Gehen Sie zurück. Geh klasse. Wissen Sie, jetzt haben wir grad das Problem, ist grad riesen Einsatz. Deshalb dauert es jetzt ein bisschen länger als geplant. Und der Kollege ist halt gerade genau in dem Einsatz drin. Jetzt bräuchte ich ihn gerade. Das war grad ein bisschen problematisch. Weil das müssen wir schon abklären, was jetzt passiert ist mit Ihnen. Ja, das ist halt die Frage. Ich weiß halt nicht, was er für eine Uhrzeit dann sagt. Naja, er meinte so 23 Uhr. Wenn wir jetzt die 24 Stunden... 24 Stunden Sperre von gestern nehmen. Und er sagt mir, 23 Uhr hat er in die Sperre ausgestellt. Dann müssen Sie bis 23 Uhr warten. Dass Sie den Führerstein wieder machen können, BZW. Dass Sie dann im Führerstein gültig wieder fahren können. Oh, wir müssen hin. Es tut mir leid. Jetzt ist grad scheiße. Ich muss da leider anrücken. Fährt in die Hells. Wissen Sie was? Den Führerschein behalte ich jetzt erstmal. Wart vorbei, ich hab zu wenig Sprit. Holen Sie sich jetzt... Ich rufe Sie an. Warten Sie, ich muss Sie anrufen. Ich schau mal, ob ich Ihre Nummer hab. Äh... Wissen Sie was? Ich ruf Sie zum BD auf, okay? Ja, okay. Alles klar, ich hab Ihre Daten. Alles gut. Ey, jetzt geht's hier direkt ab, Leute. King Force unterwegs. Punkt nördlich. Kreis, äh, Richtung Gebrauchtwagen. Hände von der Überführung Mutter. Jetzt an der Baustelle, äh. Links wieder am Job. Ey, da muss ich jetzt nicht wirklich... Ich kann jetzt nicht... Es ist... Es ist grad so problematisch, ey. Sonst im Bereich des Anschlusss. . ZaufeERleiberreiche. Wo? Ich krieg deine... Äh... Deine Position nicht erreicht. Nach aktuell. Vor allem, die sind in Kontakt. Die... ...kennst den gefundenen P1-12? Alter, ich bin doch gar nicht reingefahren. Was? Mein Auto hat nicht mal ne Beschädigung. Hä, was war denn das gerade? Ey, mein Fahrzeug hat nicht mal ne Beschädigung gerade bekommen. Ich bin nämlich nicht richtig reingefahren. Ich hab's gerade gesehen. Ich war voll weit. Also ich war schon knapp, aber ich war noch so weit weg, dass ich nicht reingefahren bin. Das Auto ist auch nicht beschädigt. Ganz komisch. Vielleicht war das Andel. Vielleicht stand Andel da mittendrin. Das ist in der Allbank. Äh, King vorfährt gerade an. Verdankt. Komm mal, der hat den Kurs in der Allbank. Wurde ja durchgefunden, ne? King-Unit mit da in die Bank und deshalb bin ich ja hier. Ich bin zwar kein Fahndungsführer, aber ich, äh, dass ich jetzt schon hinkomme. Ey, die Service ist schon hier. Oh, ich bin fast abgefahren. Oh ne, ist egal. Ich komme ja hier rauf. Die King-Unit ist da. Bei der Bank ist es ein Bankraub, ne? So wie es aussieht. Ja, ja. King-Unit im Porsche. Wer kennt sie nicht? Abgesehen vom Chief. Ehre geht raus an denjenigen. Ich weiß ja nicht, ob sie es sehen, aber ich habe ein Blaulicht an, ja? Achso, die sieht das von hier oben nicht. Sorry, ich habe nichts gesagt. Der sieht das von hier oben nicht, wenn da eine Kuppe ist. Wie gesagt, zugelassen. Der McLaren war auf einen Igor aramiert mit dem Kennzeichen Poli und Zeit. Ja, links geht das schon. So, wenn er am besten wieder auf den Starten macht. King-4 jetzt bei der Staatsbank eingetroffen. Was genau ist hier passiert? Da müsste eine G-Klasse stehen. Die bräuchte einmal die Inabrückung von dem vorigen Besitz bzw. den Fahrzeugehalter. Wir haben ein genauer Standort der G-Klasse. Ich müsste bei der Nationalbank direkt vor dem Eingang der Nationalbank ständig kommen dazu. Negativ steht nicht vor der Nationalbank, da steht nur ein weißer Maibach. Ja, dann wird das Fahrzeug schon abgekollt. Ja, so schnell angefangen, bis es ging, ne? Ja, ich habe gerade mit dem Chief vom F-Team gesprochen, falls Kollegen eingesperrt werden oder eingesperrt sind in ihren Fahrzeugen nach Verhusen, befreien und dann zur Tante Bärta rüberbringen. Ja, okay, schon wieder wenig, übrigens, äh, that's bad. Wird jetzt noch irgendwo auf dem Monchilett, äh, Unterstützung benötigt? Link ist ja, es ist vor allem, letzter Dispatch. Spentan noch nicht, ich, äh, hier ist noch eine Einheit. King-4, verlinkt nur 45. King-4 hört. Gab's eine Übereinstimmung von einem Burrito mit der DNA-Spur? Es gab eine Übereinstimmung, äh, mit dem Namen, ja. Ja, 10-4. Dann könnten wir den, denke ich, auf die Fahne setzen, so richtig. Dann brauchen wir ein Haftbefehl vom Supreme Court noch. Äh, von den A-Spuren müsste man ein Haftbefehl ausstellen, ja. Ja, 10-4, verlinkt nur 45. Fährt kurz zum Supreme Court, rüber zwecks Haftbefehl. Adam-1, 10-86, eine Schwarze Maibach, kennt sein, HP-Lehr-TV, südlich vom Waffenland, bei den Snau-Kon. X-ray, 11-5. X-ray, 11-5. X-ray, 11-5. King-4, 10-6, Mechaniker. Will den Kratzer rauspolieren lassen. Das müsste schnell gehen, theoretisch. Martin, David, nochmal mit der Frage, haben wir vielleicht eine County-Einheit, die nochmal hochkommen könnte zum, äh, Mount Goliath, äh, als Absicherung? Haben wir eine Einheit, die mich rausholen kann aus dem Auto? Deine Position, Jürgen. Nicht Jürgen. Wer ist Jürgen? Ah, sie schauen jemanden sehr ähnlich, tut mir leid. Von einem Meter. Oh, alles klar. Heißt jemand Jürgen, der genauso aussieht wie ich? Ja, der arbeitet sogar bei uns, ja. Ah, okay. Tatsächlich, sehr, sehr, sehr große Ähnlichkeit. Ah, okay. Ne, was kann ich für Sie tun, der Herr? Ähm, ich hab zwei Kratzer im Fahrzeug. Ist vor dem Motorradfahrer, ähm, rechts reingefallen, hat einen Kratzer hinterlassen. Und ich hab vorne noch einen Kratzer drin im Auto. Den müssen wir nur auspolieren. Jawoll, schauen wir uns sofort an, ja? Alles klar, danke. Sehr karge, nicht dafür. Perfekt, erstmal die Kratzer schon auspolieren und dann geht's weiter. Aber ich mag das nicht, wenn ich da mit Kratzer rumgucke, mit der Kisse nicht mehr gucke ich das an. Mir riecht auf den Senkel, das Ding. Hallo. Hallo, was kann ich für dich tun? Äh, der Kollege macht das schon, außer Sie haben gerade Zeit. Haben Sie gerade Zeit? Äh, ja, okay. Ich hab gerade Zeit. Ja, aber der Kollege putzt dann noch hinten das Auto. Also, es wäre eigentlich nur der Kratzer hinten rechts. Äh, hier ist ein Motorradfahrer reingefahren. Da ist ein fetter Kratzer drin. Müsste man ihn auspolieren lassen. Und vorne, links, hab ich auch noch einen Kratzer drin im Dicken hier. Stoß schnell rein. Jawoll. Ich kümmere mich noch. Alles klar, dankeschön. Ne, das Seitengassenparken hat mir nichts verpasst. Ja, ich mach ihn auf. So. Ja, aber lieber noch. Lieber in der Seitengasse, äh, anstatt zu werden, ähm, 1086, dann ne Riesenballerei hast. Ja, aber ne, ich hab nicht gewusst, ob mich das vielleicht eventuell in den Hinterhalt lockt. Also ich sag's mal Sie. So, ähm, Robert, mach Lichter in den Spoiler heute nicht. Wie heißt dein Reh mit Vornamen? Kartoffelpür. Wenn man wieder da hoffe, du und Schande. In der Familie geht's gut. Jawoll, uns geht's subi. Ich hoffe aber bei dir auch, mein lieber GBS Max, auch schon lange dabei. Hannah McNeil, eine Kleinigkeit für den Server. Schönen Abend, dankeschön. Heute endlich aufgestockt auf Dünner 28 hier bei Dramm. Ja! Ach! Ach, die tun mir so leid gerade. Oh, King? Was brauchst du denn in den 36? Ah, ich hab hier Personen, die von den Balkern verfolgt werden. Und mit dem Codewort V3. Und ich glaub, das ist dann etwas für die King-Units. Und mit dem Codewort V3. Ja, King4, ich hätte Zeit. Ich bin nur gerade bei Mechaniker. Ten4, dann zeig ich das denen und die warten hier in der Repstation bei Mission Row. Ja. Ten4. Okay, ist das schön. Ja, hab ich gesagt 1000 Dollar, gell? Dann sagt er, okay, 8500. Ich darf nur nicht vergessen, ich muss, äh, Alufox noch ausrufen. So, dann haben wir's schon. Oh, dankeschön. Das macht dann bitte 500 Dollar. 500 Dollar. Das ist doch so. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ebenfalls. Ciao. Wiedersehen. Äh, King4 an King15. 500. Ähm, die Anhaltung vorhin musste ja dann unterbrochen werden aufgrund der Anfahrt der Bank. Ähm, ich habe ihm gesagt, dass wir den Herrn Fox ausrufen lassen im PD. Ja, sie sind ja gerade im PD, oder? Negativ. Ich fahr gerade einen Kollegen ins Auschwitz. Ten4. Ja, aber wir müssen das nochmal klären, sonst über, ähm, über Draht. King4 hört. King4 hört. Sie sind sehr leise im Funk. Ich kann auch lauter reden, ist so besser. Ten4, danke dir. Alles klar. Das ist so besser. Sie sind sehr leise im Funk. Oh, dann sage ich jetzt nicht tanken. Dann will ich ihn aus. Ah, ich fahr ja eh ins PD. Mission Row. Dann fahren wir eh rüber, das passt. Ähm, weil ich muss, äh, ob er la 100 ist, aber war das falsch. Ich muss, dann rufe ich ihn gleich mit aus, wenn die Biker da sind. Dann machen wir das gleich. Machen wir das gleich mit. Ja, die Cops haben jetzt gerade echt die Scheiße am Dampfen bei oben auf dem Berg. Ich bin froh, dass ich angefahren bin. Dann bin ich auch jetzt tot. Die sind alle auf dem Kopf gefallen. Also auf dem Kopf mit dem Auto halt, ne. Gedreht anscheinend. Mir lässt mal nichts. Äh, Sex passiert. Ja, ne. Ich benutze die gerade. Ich wollte eigentlich fröhlich damit retten, aber ging da nicht. Ging in die Hose. Kai, kommt man da überhaupt mit der R1 hin oder wer ist geschickter mit dem Auto? In der Westen Cross Motorrad. Ja denn. So, dann fahren wir mal an Leute. Jungs und Mädels. Hab ich richtig Bock drauf. Einem Kollegen zu helfen. Jetzt mit dem Biker jetzt mal zu helfen. Die haben anscheinend Androhung oder so bekommen. Das ist ein Fall. Warum steht der immer noch da? Soll er abgeschleppt werden. Ein Fall für die King Unit. Deshalb sind wir hier. Wegen Ahm. Da darf er nicht stehen eigentlich. Hab jetzt Besseres zu tun. Hab jetzt echt Besseres zu tun. Er hat ihn jetzt auf groß umgestiegen. Wir kommen nach oben. King 4 für die 36 kommen. King 4 hört. Hattet ihr auf euch auf, ja? 10-20. Ich bin gerade direkt vor ihnen. Warte einfach. Hallo. Komm mal mit bitte. Jawohl. Warte. So. So Freunde. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die zwei Herren werden von dem Biker verfolgt. Haben das Codewort V3. Ich weiß ganz grob was es bedeutet. Aber es ist halt eher so ein Detekt-Kram. Und für dich zur Info da draußen warten schon die Biker. Also es ist besser. Heißt die Situation. Wir haben einen Freund, der gibt wohl Informationen hier ans PD. Der gibt wohl Informationen ans PD. Der heißt Mike Smirnoff. Und er meinte daher, dass wir jetzt damit inbegriffen sind. Und deswegen die auch uns verfolgen sollen wir das auch sagen zum PD, wenn irgendwas mit dem Balkan sein sollte. Oh und was genau soll dieses Codewort heißen? Das soll irgendwas bedeuten mit Informant. Das wurde so irgendwie gesagt. Das wissen auch ein paar PD-Dealer irgendwie. V4. V4. Oder V4. Ja aber irgendwas mit V4. War das die V3? Haben das die Biker zu ihm gesagt, dass die V4 sind? Oder wie? Nein, nein nicht die Biker. Der Mike hat das sonst gesagt, dass wir das sagen sollen. Der ist irgendwie Informant von einem anderen. Wie heißen die anderen nochmal? Marshalls. Der meinte irgendwas mit den Marshalls. Genau von der Marshalls ist der Informant. Sollte da halt ein paar Sachen aufdecken von den Bikern etc. Nur und seitdem gefied verfolgen die uns. Die haben zweimal wegen gestern umgeschossen. Können Sie das nachweisen, dass die, die sie umgeschossen haben, die wegen? Ja. Das waren sehr große Einsätze. Dreimal jetzt schon. Vorgestern und gestern. Und wo war das genau? Einmal Fleischerei und zweimal am Hauptplatz. Und das waren ihre Fahrzeuge? Die wurden einfach angeschossen? Ja, also wir wollten eigentlich bei dem ersten Mal, wo wir angeschossen wurden, wollten wir von ihm den McLaren verkaufen. Da haben die uns hinterrücks angefangen auf uns zu schießen. Ich hatte das überlebt. Also ich wurde nicht runtergeschossen. Aber meine Kollegen, da war dann auch ganz schnell das PD da auf jeden Fall. Das hatte dann auch meine Kollegen auf jeden Fall direkt zum Oceans gebracht. Und gestern war es halt bei der Fleischerei. Da haben die uns ein Bild geschickt von unseren Kollegen. Den haben sie niedergeschossen. Und dann sind die da hinten, weil ich wusste wo das ist. Und genau eine Minute später kamen auf einmal gefühlt zehn Bikes und haben da rumgeschossen. Zehn Biker. So, davon ist halt Mike Smiller getroffen worden. Die haben uns versteckt und sind dann geflüchtet damit. Ja, konnten sie die Gesichter kennen? Der war dunkel und die meisten waren maskiert, aber... Aber drei Leute. Daher, dass sich Mike irgendwie verteidigt hat, wurden auch drei von den Bikern auf jeden Fall irgendwie getroffen. Das ist immer schwer zu sagen, wenn wir halt keine Gesichter haben von den Leuten. Das ist immer schwer nachzustellen. Ich war jetzt die letzten Tage nicht da aus dem Grundrechts nicht nachvollziehen, welche Daten gesammelt wurden bezüglich DNA-Spuren und so weiter. Und ähm... Also, die standen jetzt hier draußen, ne? Haben die noch irgendwas gesagt zu ihnen? Weil sie sind jetzt hierher gefahren, schätze ich mal. Und dann haben die die jetzt verfolgt die ganze Zeit. Wir waren am Hauptplatz. Ja. Haben gerade Auto ausgepackt. Da war ein Kollege links neben mir schon. Guck mal, die Biker warten da zu 100% auf uns. Mhm. Gerade, wo wir in unserem Auto saßen, sind alle rübergekommen. So, da wo man die Autos auspacken kann. Alle gleich in Kolonne rübergefahren. Ja. Einer ist, glaube ich, sogar schon direkt ausgestiegen. Da sind wir halt schnell abgehauen. Haben Sie Waffen gesehen? Waren die bewaffnet? Ähm... Nicht, dass ich wüsste. Also, Waffen habe ich nicht gesehen. Okay. Aber Sie haben schon mit... mit Tod haben Sie schon gedroht. Ja, wir sollen schon öfters gedroht. Öfter schon, mhm. Wir könnten jetzt so folgendes machen. Also, ich hätte... ich hätte eine, ich sag mal, in Anführungsstrichen Lösung für Sie. Das wäre, wenn Sie beim Court... könnte man es anfragen. Bezüglich dem, äh, Zeugenschutzprogramm. Ähm... Oder... Andere Möglichkeit wäre... Sie kriegen irgendwie das hin, dass Sie Kontakt aufnehmen. Mit den, mit den Bikern. Denen das vielleicht erklären, wenn Sie sagen, Sie haben damit gar nichts zu tun. Weil Sie meinten ja, Sie sind ja mit Informant, das sind ja nicht Sie, oder? Ne, das ist der Max-Mano. Genau, dann können Sie ja, dann können Sie mal probieren, dort anzurufen. Das vielleicht freundschaftlich, freundschaftlich auf Distanz zu klären. Und das zu erklären, dass Sie damit nichts zu tun haben. Und sollte alles nicht helfen, gibt's halt, wie gesagt, das Zeugenschutzprogramm. Dann kann man Sie da, äh, ich sag mal, einschleusen. Dann gibt's auch die Möglichkeit, dass Sie das Recht haben, Maske und so weiter zu tragen, an öffentlichen Orten. Ähm... Es ist halt dann halt eben das Problem, das, äh, müsste beim Court angefragt werden. Das geht nicht so schnell. Und sonst wird bloß gesagt, dass irgendwie momentan dieses Zeugenschutzprogramm, dass es das momentan irgendwie nicht gibt. Naja, es gibt die Möglichkeit, dass Sie eine Genehmigung bekommen vom Court. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Wir hatten letztes Mal jemanden, der hat von einem Pedilas ausgestellt bekommen, was er nicht hätte dürfen. Der musste das auch beim Court anfragen. Das hat einfach nur den Grund, damit Sie sicher sein können und sicher wingen können. Oder Sie machen halt ein komplettes Umstyling, ja auch eine Möglichkeit. Aber... Das haben wir schon mehrmals versucht. Hat nichts gebracht. Ich habe das Gefühl, dass einer unserer Freunde irgendwie zu dem Ball kann, da er die ganze Zeit hingeht und sagt, ja, die sind so und so aus dem Phantasmus. Okay, dann bringt sich das auch nachts. Das bringt nichts. Ich war vorgestern oder so bei denen, wollte mit ihnen reden. Am Abend, wurde ich von denen entführt. Aber Sie haben damit wirklich nichts zu tun, was da eigentlich passiert ist. Also das verstehe ich halt nicht, warum Sie dafür angekreidet werden. Also als Informant her nicht, aber natürlich versuchen wir auch unseren guten Freund Mike ein bisschen zu unterstützen, was das dann angeht. Und deswegen sind wir da mit reingeraten auf jeden Fall. Sie meinen, beziehungsweise Aussagen von den Bikern, dass sie da Informationen geschickt haben. Genau. Läuft, ne? Okay. Wir haben uns angefragt bezüglich dem Zeugenschutzprogramm. Wissen Sie noch? Wir haben es noch nie angefragt. Naja, wir haben es nur einen Officer vorgestern gefragt. Und der meint, das geht momentan nicht. Warum soll das momentan nicht gehen? Weiß ich, der meint das einfach nicht. Weil der Marsch-Service das irgendwie momentan nicht anbietet, wurde irgendwie gesagt. Naja, es ist halt eigentlich eine Sache des Supreme Courts, dass sie das Recht bekommen, eine Maske zu tragen. Das sind mal das A und O, dass sie das kriegen, wenn es wirklich nötig ist. Hat ja eine andere Person das Helf-Problem gehabt. Das müsste ich sonst mal mit dem Chief besprechen, ob das für sie möglich wäre. Weil wir haben Personen, die genau aus diesem Grund maskiert rumlaufen. Die bekommen dann einen Zettel vom Court ausgestellt. Das müsste ich aber mal abstören. Ja, bitte. Ich kümmere mich einmal kurz um die Sachen mit dem Herrn Fox. Ah, machst du das? Folgendes. Information. Geblitzt worden. Autobahn East Highway Richtung Palito hoch mit 260 kmh. Bist du gegen 15? Ja, ja. Ah, perfekt. Da weißt du eh, er meinte halt, ihm wurde nicht gesagt, wann seine Sperre... Ja, ich habe gerade noch mal in der Bodycam geguckt, das war mein Fehler. Also wurde es nicht... Das war jetzt noch ein bisschen stressig. Okay, wurde es also nicht gesagt. Aber dann machen wir folgendes. Dann stellst du ihm heute eine 24 Stunden Sperre aus. Am besten... Aber sonst die Rechnung hat er schon von dir bekommen. Hat er noch nicht bekommen, die kriegt er noch. Ähm... Warte, ich werde gerade angerufen, warten sie ganz kurz. Sichtig, schnell auf. Ähm... Rechnung hat er noch nicht bekommen. Müsste man nur ausstellen. Können auch sie machen. Wie gesagt, 260 kmh geblitzt und am besten diese 24 Stunden Sperre machen. Führerschaft abnehmen. Ja. Mach ich das recht. Wie passt das? War sehr kooperativ, also hat sonst gepasst. Alles da. Jawohl. Alles da. Danke. So, ähm... Ich könnte uns mal den Chief anfragen bezüglich dem Zeugenschutzprogramm, was da los ist. Ähm... Also mein letzter Stand war eben, dass man beim Chorot eine Anfrage machen kann bezüglich der Maske. Ob es jetzt dieses Zeugenschutzprogramm so gibt, dass sie Polizeischutz genießen können. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber wenigstens hast man das mit der Maske hinbekommen. Ich werde das mal durchfragen. Das Problem wird bloß sein, wenn wir jetzt wirklich mit der Maske rumlaufen und unser Verdacht sich bestätigt, dass das einer aus unserer eigenen Reihen ist, der dann... Dann bringt es nichts dann so recht. Dann bringt das auch nichts. Ne. Ich hatte mal eine Idee für sie. Die wussten genau, wo wir sind. Ich hab... Ich hab mal eine Idee für sie. Zwecks eigenen Reihen. Wie wäre es dann, wenn sie ja mal komplett, sie zwei, Kontakt abbrechen mit allen Freunden, die sie haben. Dann ziehen sie sich um, machen sie sich ein komplett neues Styling und dann schauen sie, ob sie wiederverfolgt werden. Weil dann können sie sicher gehen, ob das aus dem Freundeskreis kommt oder nicht. Da braucht er irgendein Officer noch Hilfe. Übrigens, der jetzt da aufgewacht ist, der wird auf dem Stay draus rennen. Bitte? Das ist auch noch einer von uns auflegen. Der wird auch vom FD gerade behandelt. Der war vorhin nicht da, ne? Der ist jetzt ausgekommen. Ne, der ist nicht gestoppt. Warten Sie, ich muss ganz schnell rangehen. Ich werde angerufen. Hallo? 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 Ich bräuchte die Übereinstimmung von dem DNA-Spur von dem Burrito. Brauchst du die Nummer? Ne, 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 nur dein Beweis. Den Beweis schicke ich dir gleich zu. Kann ich machen. Jawohl, bis gleich. Stell dir eine Ermittlungsakte rein? Mach ich eine Ermittlungsakte rein, jawohl. Passt, danke dir. Bis wird gesappt. Ciao. Ja, passt auf, wenn du draußen rumnäust. Ich könnte nie warten, irgendwo auf uns. Also, ich werde sonst nochmal Rücksprache halt mit dem Chief. Ich werde sonst mal anrufen. Ich schau mal, ob er da ist. Was für perfekt. Ja, da müssen wir jetzt gucken, ne? Chief One da, ne? Müsste Chief One sein, ja. Was Vince angeht. King 4 und Chief One. X-Renaline. Ich bin mit dem Chief. Was will ich sehen? Der ist doch da, oder? Der ist doch da, oder? Fischen, wo steht's? King 4 an Chief 1 Ich hätte kurz eine Frage zum Zeugenschutzprogramm, gibt es das noch? Er telefoniert Stand vor Komm mal kurz raus Da oben steht einer auf dem Dach und wartet schon auf uns Wo denn? Genau hier um der Ecke auf dem Parkdeck Roter BMW Oh ja, da oben, der beobachtet Ja, aber das ist einer von denen King 4 ganz kurz mit einer Durchsage Bitte aufpassen Mission Row PD Die platzieren sich derzeit anscheinend Bikern auf den Dächern Bezüglich, dass es hier gleich vielleicht zu einem Schusswechsel kommen könnte Ich gebe Ihnen mal den Tipp, gehen Sie mal kurz rein ins Gebäude bevor es jetzt zu einem Schusswechsel oder sowas kommt Gehen Sie mal kurz rein, wir checken das jetzt gleich ab Wir stehen ja bestimmt hinter jeder Ecke und warten schon allein Das ist ja normal Einfach kurz hier drinnen bleiben, wir machen das schon Ich habe jetzt nochmal Rücksprache mit dem Chief gehalten Zeugenschutzprogramm ist komplett in der Hand des Supreme Courts, auch den US Marshes Das heißt, Informationen müssen Sie sich dort beschaffen, da kann ich Ihnen gar nicht weiterhelfen Das ist komplett deren Sache, was die machen Aber kann man da nicht irgendwie noch ein Schreiben vom PD bekommen? Also, ich habe jetzt den Chief gefragt, das ist nicht in unserer Hand Wir haben da auch kein Wir haben auch keinerlei Rechte, einfach ihn was auszustellen, dass ihn in den Masken tragen dürfen Das kann nur das Court Deshalb wird das alles drüben gemacht Aber ich meine sowas, dass man so ein Recht auf ein Zeugenschutzprogramm hätte Ja, das ist das, was eben das Supreme Court abwiegt Mit den US Marshals Das macht Supreme Court in Kombination mit den US Marshals Das sind wir gar nicht Also, wir haben das mal gemacht Aber anscheinend macht das das PD jetzt nicht mehr, wusste ich jetzt auch nicht Das ist jetzt nur noch US Marshals Es ändert sich immer alles ein bisschen Es ändert sich ein bisschen, also ein Unteil zu Supreme Court Das gehen wir nachher mal da hingucken, nachfolgen Ich meine, ich kann ihn Also, ich habe jetzt ein bisschen Backup gerufen, dass hier mal abgecheckt wird, was die machen Ich empfehle Ihnen jetzt mal drin zu bleiben Ich komme nochmal gleich zu Ihnen zurück Ich muss mal ganz schnell nach hinten meinem Kollegen was zusenden Bleiben Sie einfach hier Ich habe Kollegen gerufen, also da kommt jetzt auch ein bisschen Einheiten als Backup, dass hier nichts passiert, ja? Alles klar Ich bin gleich wieder bei Ihnen Also, heute ist hier echt ein bisschen fertig viel, ey Bruder Informativ an die Einheiten, gerade bei Mission Row sehr viele Biker rund ums Mission Row Ja, hier driftet auch jemand bei der Brücke Ja, die suchen diese, ähm, diese, ich sag mal, Leute, die anscheinend sie verraten haben Die stehen jetzt drin im Mission Row PD im Eingang Nur so zur Information sind drei Leute, die da geschützt werden sollten Stand for Stand for Stand for Datenabruf Bertika 1 und Leitung vor Ort Da sind wir schon, so das war jetzt hier der Herr Das war am zehnten, ne, da ist er Tim Meining Oh, lebe ich es jetzt zugemacht Also ich habe es rausgelöscht, weil ich draufgeklickt habe. X-Renay nochmal mit der Frage, wollen wir die Leute dann einfach mit Zubber und Back fahren? Na, wohin willst du denn fahren? Kingfoy nochmal mit der Information bezüglich Abholung, wäre gar nicht so schlecht. Sie wollen eigentlich Richtung Supreme Court, wegen Anfrage bezüglich Zeugenschutzprogramms. Zeugenschutzprogramm, jetzt geht es dir. Ja, der Chief meinte halt, wir müssten das mit dem Supreme Court und mit den Marsches absprechen, wie das jetzt ist. Ich weiß das selber gar nicht. Supreme Court muss das Ganze genießen, bevor das durchgeht. Ja eben, die wollten halt dorthin gebracht werden gerade, aber die kommen da eh nicht weg, also wir müssen sie sogar so wegbringen. Ich glaube, die werden da auch nicht abziehen. Die meinten, die warten hinter jeder Ecke. Ja, X-Renay informativ. Es sind drei Personen, aber das ist mir persönlich zu risky, die dann zum Supreme Court zu bringen. Dann haben wir die ganzen Balken oben Supreme Court stehen. Mit der Frage, die Marsch ist oben auf dem Montschliger, jetzt warum schiebt ihr? Was ich oben drauf rummachen? Wie wärst du immer die gefährdeten Personen denn, ich sag mal Hütchen spielmäßig machen? Drei Suburbans und alle drei Suburbans in andere Richtungen fahren. Äh, Chief One mit einer Frage, wieso holt sie nicht einfach den Supreme Court zum Petit? Das ist eine gute Idee. Ich schaue mal kurz ins Tablet. Ich muss jetzt das weiterleiten, den Ding. Sorry, dass ich die Donis gerade nicht alle vorlesen kann. Ich guck dann alles durch, Leute. Ähm, ich muss nur ganz schnell meinem Kollegen das zusenden lassen unter Akte. Und jetzt los bei mir, hab ich gerade weggeleckt. Äh, Ermittlungsakte hier. So, laden wir hoch, das Ding. Informativ, die haben wir überwarten Luftraum beim Petit. Ich hoffe, ihr habt genug Sprit. Noch ist er halb, also sollte es Gas geben, das die Supreme Court erholt. Ja, ich schaue dann informativ, die benötigen noch zwei Minuten. So, das müsste jetzt passen, ne? Mal passen. Mal passen. Mal gucken, dass wir das Petit irgendwie absichern. Das Problemchen ist, dass die sich hier... Also, so wie ich das Fahrzeug kurzzeitig gesehen habe, wirst du das Fahrzeug aus dieser Kette, aus dieser Ecke nicht mehr rausbringen. Versuchen sie es mal. Ja, an jeder Ecke. Ja. Und erwartet, das ist doch so schön auf uns mit der Legitär. Ja. Und schon einmal das jetzt gefühl, die da auf einmal hier zum KD muss auch oben hier. Schau mal. Ich werd mir das ein bisschen angucken. Schau mal, die parken sich hier ein. Da oben auf dem Dach stehen sie. Informativ, auf dem Parkhaus neben dem Mission Road stehen zwei Baikal. In dem Raptor und dem Mercedes müsste das sein. Das an der Brücke direkt? Ne, auf der anderen Seite. Ich fahr mal kurz ne Runde. Neulich vom Mission Road. Oder so ne Runde und mal durchfahren vom Mission Road. Neulich vom Mission Road. Oder Supreme Court, das war benachrichtigt oder nicht? Extraordär, informativ. Ja, zwei Minuten noch. Einfach auf. Eine Person ist mit dem Fernglas rechten Mission Road am Schauen. Das andere Fahrzeug ist ein BMW und verlässt das Parkhaus jetzt. Auf da mein ich. Kommt das rechte Mission Road. Check das schnell kurz ab von oben vom Dach runter. Linken Side 6 mit der Antenne D6. Neben dem Arcadis Tower benötige Unterstützung nicht angemeldetes Fahrzeug. Ich hab schon so lange nicht mehr Mission Road einfach so wegen so ner Sache. Ich hab mir das jetzt mal von oben betrachtet wie das aussieht. Also ich finde das Outfit und so das passt übelst gut zu Sven Rumpel. Also jetzt no, no, no steht auch das Ding. Links steht, Alternative Zelle. Na ja stehen der, guck. Da steht einer. Schauen ob ich vielleicht von oben irgendwo was sehen kann, wo noch einer stehen könnte. Dagegenüber stehen sie nicht. Ne es sind aber nur drei oder vier Leute da stehen. Hier ist glaube ich auch keiner. Ne. Machen wir ganz schön Aufstand wegen den dreien hier drinnen. Die machen ganz schön Aufstand. Jemand von uns da auf den Mission Road Sachen rumrennen? Ja, KING4. Ja, KING4. Ja, KING4. Ja, KING4. Ich hab sie abzuschauen und mal geguckt, dass da wohl niemand auf dem Dach ist. Die beiden Roter Maybach ist jetzt auf das Parkhaus hochgefahren. Ja, wir fähr doch ein Schwarzer Maybach mit HB-Kennzeichen, solche Dinge. Ein Schwarzer Maybach mit HB-Kennzeichen, wer das wohl ist? Ja, jetzt kommen wir mal wieder bei Kauf und Zwischenro für die. Warum wollten die gerade rein? Was wollten die? Ja, die haben irgendwelche Ausreden gefunden. Aha. Der eine wollte was wegen der Rechnung fragen, der andere wollte was wegen der Waffenschein fragen, was man den machen kann. Wie gesagt, jetzt kommt eh das Supreme Court her und dann kehrt sich das schnell. Schau was, wenn wir den machen, wenn die schon so... Sven, was ist, wenn wir die einmal kontrollieren und dann wenigstens hier hinter die Tür haben? Ja, ja. Dann haben wir die wenigstens erst in unserer Schlusslinie. Können wir machen. Kommen Sie mal bitte einzeln zu uns rüber. Wir müssen sie einmal durchsuchen, dann bringen wir sie einmal hier in den Bürotrakt rein. Ja, ich habe eine Pistole dabei, die kann ich Ihnen sogar jetzt geben. Nehme ich ehrlich zu. Das ist aber jetzt gerade wegen der Situation. Hallo? Kann ich sie jetzt einmal durchsuchen? Geht das? Ja, ich durchsuche sie einmal. Haben Sie was Spitzes dabei, eingesteckt? Messer und eine Pistole. Haben Sie einen Waffenschein? Ja, habe ich. Waffenschein haben Sie auch? Nein. Müssen Sie mir dann einmal bitte zeigen, dann einen Waffenschein. Nein. Eigentlich will ich auch keine Wissen mehr tragen, aber wegen der Zündung. Passt du. Waffenschein kriege ich noch von Ihnen? Ich habe die nie gesehen. Ja. Dankeschön, kriegen Sie zurück. So, alles durchsuchen auch mal. Die muss ich gesehen haben. Ja, die müssen Sie auch gesehen haben. Alles gut. Einmal besitzt einer illegalen Stoßwaffe. Kennen Sie Ihre Rechte? Ich kenne meine Rechte. Perfekt. Perfekt. Aber, eins kann ich Ihnen sagen, Sie sind jetzt relativ sicher dann da unten. Ja, das glaube ich. Gut, dann können wir einmal rein. Aber kommen Sie überhaupt auf die Idee mit einer illegalen Schusswaffe ins PD zu kommen? Ja, ich hatte die eigentlich gar nicht davor. Ach, die hatten sie gar nicht, natürlich. Ich hatte die wirklich nicht. So. Ist eigentlich in Ordnung, dass ich zwei Schusswaffen beibrage? Ja, oder? Äh. Ja, Sven. Ja. Könntest du das eventuell einmal machen mit dem Besitz einer illegalen Schusswaffe? Weil ich müsste eigentlich 10-7. Äh, ja kann ich machen, ist kein Problem. Perfekt. Äh, wie gesagt, einmal eine Uzi. Und dann hast du hier einmal die SIM-Karte und Akku von dem Jens. Jawohl. Perfekt, danke. Ähm, recht wurden vorgelesen schon bei ihm? Ähm, kennt er. Alles klar. Perfekt. Gut. Sowas vergesse ich nicht. Wer war das jetzt? Er hier, ne? Mit der weißen Karte. Ja, richtig. Jawohl. Was ist denn? So, mit euch zwei kommen wir mit. Also kommen wir alle bitte mit. Einmal bitte alle mitkommen. Ähm. Einfach mir folgen. Am besten wir, am besten setzen sich in den Pausenraum. Ähm. Äh. Zerträgern. Was wurde hier zugesteckt? So. King 15, äh. Okay, die hab ich nicht zu. Ich hab jedenfalls die Nummer nicht weggegeben. Also bitte einmal, ähm, die beiden Herren können sich hinsetzen. Im Pausenraum, genau. Ähm. Bitte warten sie einfach auf, aufs, aufs Supreme Court. Die werden gleich antreffen. Ich bin dann gleich wieder bei ihnen, ja. Einfach sitzen bleiben, nirgends hingehen, ja? Ja. Ja. Alles klar, perfekt. Dann einmal bitte folgen. Ja. Dann machen wir das nochmal mit ihnen. Ich hatte die gar nicht. Äh, King 4 zur Information. Wir haben zwei Zivilisten im Mission Row Pausenraum. Ähm, die warten jetzt hier, bis das Supreme Court kommt. Das ist so schön, kurz und kürzer. Ein Informativ der Raptor stellt immer noch mehr drei Leute auf den Tag. Was sagst du nicht? Ich schwöre, ich schwöre es. Kann man da werden doch den geben. Die hatten sie, ne Uze, ja. Aber das, haben wir die zugesteckt, oder wie kann ich das verstehen? Du sagst ihn so, wie es ist. Mein Kollege hat die mir zugesteckt, aber der hatte davor auch keine, meinte der. Und jetzt, er hat die mir einfach gegeben. Er meinte, ich hab die nicht zugesteckt. Gut, dann machen wir das aber jetzt auf die einfache Art und Weise. Ja, ich werd auch nichts dagegen tun, alles gut. Ich, ich, es ist einfach nur, es ist einfach nur Unnötigkeit. Ja, es, ist halt das Gesetz, ne. Ja, weil, wenn ich... Guck mal bitte den Ausweis, wenn wir auch weiß, dass sie das sind. Nicht, dass wir da dann Probleme haben. Jawohl, Dankeschön Herr Rolf. Schau ich euch das schon mal an. Ja, ja. Alles gut. Ich werd auch nichts dagegen machen, weil es eh nichts bringt, denke ich. Kein Raptor mit zwei oder drei Leuten? Jawohl. Also sie hatten aber schon mal Besitz illegaler Waffen in Sozialstunden. Das war gestern erst. Ja, aber ich habe die jetzt nicht dabei gehabt. Ich hatte die wirklich nicht. Das kann ich schwören. Hatten sie da zu dem Zeitpunkt die UC? Ich kann Ihnen das erklären. Ja, auf dem Raptor kann er Waffe weggesteckt. Ich habe nicht gesehen, was das war. Als wir das erste Mal auf uns geschossen wurden. Ich habe ja keinen Waffenschein gehabt. Deswegen hatte ich dann normale Pistole. Nein, nein, nein. Ein paar Amgen, die man auf mich stellt. Ich bin gerade bei den Packer. Okay, falls wieder auf uns geschossen wird, damit ich mich einfach verteidigen kann. Ja, aber das war ja gestern. Ja, aber es war aber keine UC. Es war keine UC, okay. Ja, aber dann kann die... Es waren normale, legale Waffen ohne Waffenschein. Alles klar. Ja, aber die UC müssen sie einfach von irgendwoher haben. So geht das halt, ne? Das muss ja... Ja, die habe ich aber nicht. Ich habe die bekommen, zugesteckt bekommen. Ja, da haben sie zugesteckt bekommen. Aber trotzdem müssen sie ja irgendwie mal in den Taschen mal gucken. Da kann ich leider nicht viel machen. Ich habe die eben gerade zugesteckt bekommen, als gesagt wurde, dass sie durchsucht werden. Ah, jetzt gerade? Von wem denn? Ja, das will ich aber nicht sagen, weil das kann meine eigenen Kollegen nicht... Also wenn sie sagen, die wurde zugesteckt Ihnen, können sie sagen, welcher Kollege das war. Aber wir brauchen bei den Packers dringend Verstärkung, dringend Verstärkung in den Packers. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass sie mir jetzt sagen, wenn die zugesteckt hat. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie sagen, es ist ihre Waffe. Nehmen das auf ihre Kappe, wie sie es so nennen. Und dann kriegen sie das Problem. Nachweisen kann ich es eh nicht. Ich habe nicht gesehen, wer wo was irgendwie was zugesteckt hat. Aber wenn sie mir sagen, er hat es Ihnen zugesteckt, dann muss das einer von den zwei Leuten da oben sein, oder? Wissen Sie was? Ich check das noch schnell ab. Ich bin gleich nochmal bei Ihnen. Also das gibt es doch nicht, ey. Sagt er dem, wurde ihm irgendwo mal zugesteckt und dann sagt er mir jetzt erst, dass das hier die zwei Spurlanden oben waren. So, das gibt es nochmal ein Wörtchen zu reden hier. Mehrere. Hallo? Hallo? Folgendes Problem hier, ich möchte jetzt hier keinerlei Freundschaften zerstören, aber jetzt habe ich unten mal ein bisschen nachgefragt. Ich muss dem leider nachgehen. Oh! Hallo? Entschuldigung. Kein Problem. Da wurde mir jetzt gesagt, ihm wurde die UC zugesteckt. Jetzt meinte er, das war einer von den zwei. Wäre da die UC dabei? Ich weiß jetzt nur noch, dass derjenige gestraft wird, der auch wirklich die UC dabei hatte. Ich wurde Freund von Ihrem Kollegen in dem weißen Puddy untersucht. Ich hatte nur eine Pistole dabei, aber die habe ich noch gegeben, freiwillig. Ja, aber irgendwer von Ihnen muss, also entweder er lügt mich jetzt hier unten an oder irgendwer von Ihnen hat dem die UC zugesteckt. Ich bin ja, ich laufe mit sowas nicht rum. Bitte? Ich habe nur die Pistole dabei. Ich habe keine UC dabei gehabt. Das heißt, keiner von Ihnen hat ihm die zugesteckt? Nein. Da will ich mir aber freundschaftlich Gedanken machen, wenn er da unten nicht steht. Ich meine, es macht ja für mich am meisten Sinn, dass das so passiert. Ich gehe jetzt nochmal runter und befrage nochmal dazu, aber... Ja, gut, danke. Wie gesagt, Sie können den... Nee, nee, vielleicht meint er eben anderen, weil er meint, er möchte die Leute schützen. Jetzt dachte ich erstmal an die zwei, dass einer von Ihnen jetzt oben die Waffe zugesteckt hat. Wissen Sie? Nee, nee. Vielleicht ein Biker, der kurz reingelaufen ist, weil die sind echt nah an uns vorbeigegangen. Achso. Ich befrage nochmal unten. Ja, informativ, ich habe den Bikern jetzt 500 Meter Umkreis und zumindest ein Rope. Ist das wieder diese Biker-Geschichte? Ja, ja, Biker, irgendwas gegen Leute, die was ausgesagt haben, irgendwas... Mit dem Marschus hat er irgendwie Kontakt und hat irgendwas gesagt und jetzt denken die, dass die für die alles ausquatschen oder sowas. Ich hatte die die letzten Tage schon, ich glaube, drei oder vier, dreimal. Ja, die meinten ja, die haben die Autos zerschossen von denen am Hauptplatz und in so einem Parkplatz haben sie die Autos von denen zerschossen. Das ist mir persönlich eine neue Geschichte an und für sich, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie schon das öftere mal Stress hatten mit denen und wir hatten die letzten Tage auch jedes Mal ein Biker drin schon. Ja, die meinten, die letzten zwei Tage war immer Großeinsatz bei dem Biker irgendwie. Ich war da natürlich dabei, aber die meinten, das ist er... Nicht direkt ein Großeinsatz, das war halt bloß... Die wurden niedergeschossen von den Balkern und dann waren da noch Balker in der Umgebung und dann... Ja, positiv. Dann waren da irgendwie andere Leute, die wurden alle zusammengeschossen von den Balkern. Ich weiß nicht, aber einer von denen hat auch Erfahrung gemacht. Wenn das die sind, wo ich denke, dass sie sind. Da müssen wir mal gucken, was jetzt los ist. Also wir haben jetzt das Squad hergeholt. Die Biker haben jetzt hier so ein Auftreten gehabt. Die sind drei Biker vorne reingekommen, haben irgendwelche dummen Fragen gestellt, bei einem gewissen Waffenschein und solche Sachen halt. Die wollten jetzt hier nur reinkommen, um die irgendwie zu provozieren, glaube ich. Ist halt schon... Weiß auch nicht. Sicherlich. Das ist... Wir hatten... Ist einer von denen ein Herr Wiener, oder wie die heißen? Müsste sein, ja. Ich glaube, der Herr da vorne. Oder meinen Sie jetzt die Biker? Nee, 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 nee. Einer von den Herrschaften... Ja, ja. Können wir einen Ausweis noch mal? Äh, ja, ja. Felix Wolfs. Felix Wolfs. Das sind oben wieder der Herr... Kevin Weedy und... Ja, Weedy. Genau, den habe ich nämlich auch geguckt. Nein, am Mütterloze. Das ist genau die Geschichte, die wir die letzten drei Tage schon haben. Jawohl. Das ist genau das. Gegen die Biker. Deswegen haben wir mittlerweile immer... ... dass wir die angesprochen haben, wenn wir uns zu nahe kamen, oder irgendwas. Passen Sie mal auf, ich muss Sie noch mal befragen, bezüglich der UC. Ähm... Wer hat Ihnen hier zugesteckt? Einer von den zwei hier oben, ne? Ich spüre mich hier oben. 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 Bitte? Haben die es auch zugegeben? Nee, aber einen von den beiden hat es Ihnen zugesteckt, ne? Ja. Ja. Und wer war das von den zwei? Ich war es. So, ich sage es. Ich will meine Freunde nicht verraten. Das ist zwar unnötig jetzt, dass ich hier unten bin, obwohl ich... Naja, ich sage mal nur, ähm... Also, ich will jetzt nicht Ihre Freundschaft spalten, aber ich war jetzt oben und da hat es ja geheißen. Es ist irgendwie so ein bisschen, kann es sein, dass vielleicht ein Freund Informationen weitergibt. Ihr sagt mal, wenn Sie sich unter Freunden schon gegenseitig anlügen, dass ich hochgehe, mir beide ins Gesicht sagen, Sie haben weder eine Unbeziehung, sonst was dabei gehabt und haben nichts zugesteckt. Ist jetzt schon komisch. Ähm... Sind Sie sich 100% sicher, dass es einer von den zwei waren? Oder sagen Sie Sie waren es jetzt? Also... Ich weiß, ich nehme die Frage. 500 Meter im Kreis, ja? Ja, ist halt... Ja, ist unnötig, aber... Naja, ich finde es halt unnötig, weil da oben der Kollege, der mir ins Gesicht lügt und mir sagt, das ist keiner von denen und Sie sagen mir, es ist einer von denen jetzt so im Endeffekt, wissen Sie? Also irgendwie lügen Sie sich ja dann gegenseitig an. Ja, die wollen bloß nicht hier unten in meiner Situation. Warum? Also wenn ich einen Freund habe, ich baue Scheiße, dann will ich nicht, dass mein Freund da unten sitzt, muss ich ehrlich sagen. Also dann finde ich das irgendwie hinterhältig, oder finden Sie das nicht auch? Ja, da sind Sie gerade mit... Also ich würde, ich würde... Wenn ich Scheiße baue, lasse ich das nicht meinen Kumpel ausbahnen. Ich will den jetzt nicht falsch einsperren, wissen Sie, aber gut, die Waffe wurde in Ihnen gefunden. Dann machen wir das mit Ihnen. Dann gehe ich mal schnell durch, was da jetzt auch für die Zukunft bin ich wieder bei Ihnen. Das wird höchstwahrscheinlich Sozialstunden sein. Das stimmt, aber da können wir auch da nicht viel machen. Das ist das Problem. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich würde das sogar lieber hier unten absetzen, oder irgendwo anders. Wir könnten uns mit dem Supreme Court reden und eine Lösung finden. Die können da was machen. Ich schaue nur schnell, was auf sie zukommen könnte, ja. Ja, ja. Alles gut, ich bin kooperativ bei sowas. Das bringt eh nichts. So. Schauen wir mal, illegale Schusswaffe. Strafenkatalog. So, jetzt steht er nicht mehr neu. Ich habe das rausgelöscht. Das ist jetzt so ein Strafenkatalog. Das ist das Strafkatalog besitzt. Blablabla. Äh, Erpressung, Fahrzeugdiebstahl, Vandalismus, illegale Sch... Nee. Legale... Also das ist BTM, Zivilangelegenheiten. Was ist das denn hier alles? Fahrgangelegenheiten? Jagdwesen. Jagdwesen haben wir? Oh, da hat er doch Scheiße gebaut. Fischer, Fischer... Was? Fischereiwesen. Ah, das triggert mich. Schau mal, da hat wieder irgendwer was hinzugefügt und hat wieder die Linie nicht richtig gemacht. Seht ihr das? Das hier habe ich alles hier oben gemacht. Seht ihr das? Wie schön das hier alles ist. Alles so richtig schön gemacht, ne? Und dann scheißt er hier rein. Guck mal, hier ist auch reingeschissen worden. Na, perfekt. Jetzt weiß ich, wo ich das Tablet niemand machen lasse. Genau wegen sowas. Da kann ich kotzen. So wissen das Ding. Ähm, Missbrauchnotrufbesitzer. Bin ich blöd? Ich finde es gerade nicht. Ah, besitze eine illegalen Schusswaffe. Das sind 18 Sozialstunden und 1000 Dollar pro Waffe. Wären mal 1000 Dollar, ich stelle ich mal aus. Wären 80 Sozialstunden und 1000 Dollar, wären das. Ich stelle mal eine Rechnung aus in Höhe von 1000 Dollar. Das machen wir als erstes. Geld oder sowas umwandeln. Dann passen sie auf, dass mit den Sozialstunden da ist es gerade das Quarter. Ich werde das mal befragen, weil gerade eine Scheißsituation dafür ist. Da kann ich ihnen recht geben. Ähm, das werde ich gleich befragen, wo wir das machen. Können wir das auf eine Haftstrafe vielleicht umleiten. Ich habe nur noch den GTA in der Nähe, den 651. Ich habe nur noch eine Person zu Fuß. Warte mal bitte das bezahlen. Kurz noch unten bleiben. Ich komme gleich noch mal zu Ihnen, ja. Ich tage das auch noch mal bei Ihnen schnell ein, die illegale Schusswaffe. Ich bin wieder bei Ihnen. Da muss ich ganz schön hoch, ob das die noch da sind. Ich muss dem, äh... Ich habe eine Frage. Ah. Greencourt schon eingetroffen in Mission Rock? Das muss ich positiv. Sehr schön. Mit denen sprechen kann man auch nicht. Das war der Herr Felix Wolfs. Ja, weil sie es nicht wollen. Das wissen wir auch nicht. Das wissen wir auch, dass ich... Also ich wurde gestern von denen so gern enthört. Ganz kurz. Ich muss ganz kurz... Darf ich kurz reinkrätschen? Ja, ist okay. Nur ganz schnell folgendes Problem. Der Herr, äh... Waren Sie mal der Herr Felix, der unten sitzt. Ähm, folgendes Problem. Der hat jetzt 80 Sozialstunden, aber es ist Selbstmord, wenn wir den jetzt Richtung Hauptplatz schicken würden. Könnten wir da Supreme Court mäßig was anderes anordnen? Könnten, ähm... 80 Sozialstunden? Ähm, ja, äh... Tragen der illegalen Schusswaffe. Jetzt wollte ich nochmal rückfragen, was wir am besten machen. Tragen oder besitzen? Ja, besitzen. Jetzt nicht hinten am Rücken. Okay. Er hat sie besitzen, ja. Könnte 60 Monate machen. 60 Monate. Jawohl, machen wir das so. Als Alternative. Müssen wir halt gucken, wie wir den dann wegbringen, ne? Und das... Da müssen wir auch gucken, dass wir ihn vielleicht draußen abholen. Am besten, dass keiner weiß, wie viel Monate er bekommen hat. Am besten, glaube ich, über Luft. Über Luft? Jawohl. Ja, dann bitte alles fertig machen dafür, für die Abholung. Dann mache ich schnell, ähm, das, den Eintrag fertig. Jawohl. Ja, das ist ein Biker, der Halligalli treibt. Der will uns wahrscheinlich weglocken vom PD. 60 Monate. Ja, dann bleibt schnappen, bitte. Dann musst du mir dann mal gleich einen Klamotten laden. Hat Frau, Frau Harris hat das unterzeichnet, 60 Monate Knast. Ja, das passt. Das ist, äh... So, folgendes. Also, ähm, das wären 60 Monate Knast mit Einflug. Sind sie da? Hallo? 60 Monate. Ich meine, wenn sie 80, 80 Sozialstunden unterlegen, wird es zwar schneller gehen, aber es ist schon aufwendig, ne? Am Hauptplatz, 80 Sozialstunden zu hinterlassen, ist schon boh. Und dann noch unser Beruber. Jetzt hätten sie 60 Monate Knastaufenthalt mit Abholung hier. Sie würden mit dem Helikopter abgeholt werden. Das... Helikopter? Ja, damit sie ja schnell wegkommen, so schnell wie möglich, dass wir keine Probleme kriegen. Also, so wurde es mir oben gerade gesagt. Ähm, damit sind sie einverstanden, schätze ich mal. Ja, ist sicher, ist besser. Und dann kommen sie auch mal weg von hier. Dann trage ich das nur ganz schnell ein. Hast du den geglaubt, Lambo bekommen? Ich verfolge noch, ich bin grad nicht über die Walmart. Das ist ganz komisch, also, dass die auch am Hauptplatz auf uns schießen. Ja, das erste Mal war das ja so, dass, äh, wie gesagt, der McLaren verkaufen, haben wir am Ocean, sind zurückgefahren, um die Autos einzuparken und um schlafen zu gehen, und dann haben die direkt wieder auf uns geschossen. Das war auf jeden Fall ganz komisch. L1, auf Mission Row, darf bereit, vertreten wir gleich. Fliegt er sie aus, oder was? Das wäre, äh, Haftzeit kriegt er 60 dafür, ne? Das weiß ich noch nicht. Muss ich da irgendwas schreiben, dass die dann kommen, oder? Warten Sie, ich mach so schnell ihren Dings fertig im Tablet. Okay, okay. Ich bin ja Ex-Corp, müssen Sie wissen, ne? Das ist 20.10, das war der 21.10. Ach, der 22, 22, perfekt, jetzt haben wir, welche Uhrzeit? 21.10 mache ich. Sim, kannst du ordentlich eindrücken. Mehr Ziffer, bitte, mach. Haftstrafe aufgrund, ja. Geldstrafen ist 1000 Dollar, Haftzeit haben wir hier 60. So, ich fühl's. Linkl-Tent fährt mal ins Oceans, bräuchte aber noch ein zweites Fahrzeug. Besitz, illegaler Schuss, Waffe, eine, 21.10, 22, 21.10, King 4, Haftstrafe aufgrund der Situation, 60, genau. Das ist der Sound, aber ich spinde. Oh, ich hab, ach, ich hab das, ach, warte, das hab ich falsch gemacht. Muss hinten, King 4. Kann es schnell gehen oder können auch gemütlich hingefahren werden, also mit normalem Tempo. Ja, dadurch, dass wir eigentlich die Stadt aufrechthalten sollten, fahr ich ein bisschen schneller hin. So, jetzt passt's. Perfekt, geht schon wieder so. Oh, steht der, ach so, das waren zwei, deshalb hat er A80, äh, Dings, hat er okay. Gut, haben wir eingetragen, ähm, einfach warten, ich, äh, ich denke mal, es wird dann gleich einer zu ihnen kommen, wie er hier abholt. Mit dem Helikopter dann, muss ich da irgendwie ein Dispatch irgendwo hinsenden? Warum? Sie werden hier abgeholt. Achso, ich werde von hier abgeholt? Ja, ja, sie werden von hier abgeholt. Wir haben ja hier oben einen Helianderplatz, natürlich. Ah, okay, so. Ja, ja, sie müssen gar nichts machen. Ähm, wie gesagt, es wird dann jemand runterkommen zu ihnen und dann werden sie Richtung, ähm, Gefängnis gebracht. Okay. Perfekt. Gibt es sonst noch Fragen? Haben sie Essen, Trinken? Brauchen sie was? Wir sind schon zwei Fahrzeuge. Äh, ich müsste alles haben. Aber wie gesagt, äh, SIM-Karte habe ich ihnen rausgenommen, so auch, äh, die Batterien sind ja weg vom Funkgerät. Sie können aber am Handy gerne in der Zelle spielen, wenn sie wollen. Okay, ja. Das lasse ich ihnen noch, dass sie das noch mäßig können. Dankeschön. Weil ich weiß nicht, wie lange sie noch warten müssen. Jawohl. Extraordinator informativ, die zwei Personen wären jetzt frei. Ähm, ich bräuchte David ein, die die irgendwo hinfahren. Hallo. Moin, da bist du. Äh, Helikopter kommt. Ja. Ihr steht schon oben. Jawohl. Ähm, für dich zur Info, oben steht jetzt ein Heli. Äh, da fliegt ein Marshal mit. Zwei Marshal sind oben im Suprem, äh, im Suprem, oben im, im Staatsgefängnis. Die patrouillieren auch da oben. Ähm, ihm wird ein Notgroschen quasi mitgeben, dass er sich quasi kurz vor der Entlassung äh, bei uns melden kann, beziehungsweise beim Supreme Court melden kann. Mhm. Dann schicken wir Einheiten hoch und holen ihn ab und dann, Jawohl. Was auch immer dann beginnt, ich weiß es nicht, ich bin nicht informiert, ähm, beginnt dann. Jawohl. Perfekt. Passt. Gut. Du bleibst noch bei ihm unten? Ja, ich wäre jetzt gegangen, ich dachte, ihn holt wer ab. Also ich könnte uns auch raufbringen, wenn er wollte. Kein Problem. Okay, na, ich frage jetzt nur kurz mal. Mhm. Sonst bringe ich ihn hoch. Äh, R1 von G1. Ja, ist der Marschall-Kollege schon oben bei dir? Ich bin unten. In die Zellen? Ja, ja. Ja, dann bitte einmal den Transport verberaten. X-ray 11 für X-ray 11. Ich würde einmal X-ray 11 würde sich um der Spot kommen. Passt, dann kannst du fahren. Jawohl, dann fahr ich. Ähm, jawohl. Ah ja, ich habe ihm erlaubt, dass er drin spielen darf, als ich gesagt habe, also am Handy, ich habe die SimCard raufgenommen, habe ich gesagt, er kann zocken, weil ich nicht weiß, wie lange es noch dauert, bis er abgeholt wird. Alles gut, perfekt. perfekt. Gut. Ruhigen jetzt. Danke ebenfalls. Danke. Ah, endlich können wir wieder rausfahren, Leute, alles erledigt hier drin. Alter, es war so viel Büroarbeit hier drin, das ist ja unglaublich. So viel Büroarbeit, die wir hier hatten. Aber schicke ich keines wieder raus, aber das ist halt, du weißt nie, was auf, auf dich zukommt, ne? Es ist halt, ähm, immer was Neues hier. Das hatte ich halt auch noch nie, ne? Das hier, das Ding umstellt wurde, wurden einfach komplett umstellt, gerade. Jetzt müssen wir den hier wegbringen, also es ist halt alles ein bisschen, was ist mit dem los? Ich frag den mal. Hallo? Auf was warten sie? Äh, ich warte auf, Sie waren der mit dem Porsche, oder? Ich war der mit dem Porsche, ja. Genau, ich wollte, ich hab grad einen Dispatch geschickt, ich wollte mit Ihnen oder mit Herr Hannes einmal reden, Herr Hannes, ähm, bezüglich meiner Sperre, ob man da nicht irgendwie ein Auge zudrücken könnte, weil, wegen meinem Job im LKW, ist der LKW-Fahrer. Na ja, wir können da kein Auge zudrücken, aufgrund dessen, dass Ihnen eigentlich das schon gestern, äh, reingedrückt wurde, hab ich gesagt, ähm, weil er es nicht ausgestellt hat, richtig, dass wir das dann heute ausstellen. Ja, jetzt sind jetzt fertig. Okay. Sonst hätte ich ihn heute, also wäre es umgekehrt gewesen, hätten sie diese 24 Stunden Sperre gehabt, und hätten sie die ausgesetzt, hätte ich sie nochmal erwischt damit, dann, äh, hätte ich die zum Beispiel nicht mehr sperren lassen, aber jetzt ist es halt umgekehrt, ne, das, äh, und der Kollege hat ihm das ja nicht gesagt, jetzt haben wir das auf heute so gesehen, unter Anführungszeichen, verschoben, dass wir die Sperre ausstellen, weil diese zweimal mit dieser Überhintergeschwindigkeit, jetzt, ähm, mittlerweile erwischt wurden, dann kriegt jeder eine Sperre, wenn das so ist. Wie soll ich denn jetzt mein Boot verlegen? Was, äh, Boden wollen sie verlegen? Nein, wie, das wäre schön, wenn ich das könnte, ähm, nee, wie soll ich denn jetzt mein Boot verdienen? Also das Brot verdienen, ich habe verstanden, den Boden verlegen, das Brot verdienen, ähm, ja, holen sie einen Taxifahrer, der fährt sie rum, hociert sie. Ja, ja, der macht mit mir die Auslieferung, der macht mit ihnen die Auslieferung, oder holen sie sich einen Freund, oder sich auch einen Kumpel, der sich rumfährt. Der ist ja, mein Kollege, sag ich mal, deswegen ist es ja so, der ist verstorben. Oh, es tut mir leid. Alles gut. Wusste ich nicht. Deswegen bin ich ja so, und, ja, aber dann, kann das Auto nicht so handeln, und alles. Ja, aber dann sollte man sie, ich hatte auch schon im Ocean nachgefragt, ja, ich hatte schon im Ocean nachgefragt, die können mir aber nicht weiterhelfen, und ich wollte halt eine Beratung da haben, ob die mir da irgendwie helfen konnten. War zum Psychologen gehen, oder so, ne? Ja, genau, aber die konnten mir nicht weiterhelfen, und da dachte ich mir, ja, toll. Ich empfehle ihnen dann wirklich, äh, trotzdem irgendwie, vielleicht neue Freunde zu finden, sich da unterzumischen, Party zu machen. Bisschen ablenken, so. Aber halt nicht aufs Gaspedal drücken, dass man irgendwo gleich ins Gemüsebeet fährt, und, äh, dann gleich Richtung Himmel fährt, muss auch nicht sein. Das stimmt. Eben. Das ist halt auch nicht toll. Ne, das ist aber auch die Sperre, also, ich, ich, ich bin sehr froh, wenn ich ihnen eine Sperre ausstelle, wenn ich jetzt ihnen keine Sperre ausstelle, dann könnte ich halt heute nicht ruhig schlafen, muss ich sagen. Aber mache ich mir Gedanken, wenn ich ihnen die Sperre ausgestellt hätte, wissen sie, und dann haben sie keine Sperre, dann fahren sie mit dem Auto irgendwo ins Gemüsebeet, von Oma Ulrike rein, und dann war's das. Muss halt nicht sein, so. Ne, aber, wie gesagt, ich gebe ihr die Info, 24 Stunden warten sie es ab, eingetragen ist es, sitzen sie es ab, ihre 24 Stunden, also sie müssen es ja nicht absitzen, aber, sie wissen, was ich meine, setzen sie es ab, nutzen sie die Zeit vielleicht, ein paar Leute kennenzulernen, und dann, schauen sie, dass es ihnen morgen besser geht. Okay, dann mache ich das mal. Jawohl, wünschen auch einen schönen Tag. Ebenso. Danke. Ciao. Tschüss. Oh, ist das unangenehm, wie man Tschüss sagt, und dann gemeinsam rausgeht. Unangenehm. Ich kenne das. Oh Mann, ich gehe da mal nach rechts, ja? Ja, ich gehe mal zu meinem Auto, ja. Ach, das ist auch, Mann. Ja. Tschüss. Tschüss. Der war nett. So, treiben wir uns wieder ein. PC, wir sind wieder im Dienst, ey, wie lange ich jetzt, wie lange war ich jetzt im Dings drin? Schau dir eben ab. Ja, schau dir eben ab. Ehre. Aber das liebe ich so im PD, das RP ist richtig geil. Der hat ja durchstartet, der Heli so. wir sind jetzt wieder Mission Hero King 4 ist auf 10-8. King 4, back 10-8. Welcome back. So. Ah, da freue ich mich jetzt, dass ich wieder back 10-8 bin. Jetzt kann ich wieder auf Schreibe fahren. Aber ey, ich muss sagen, mir hat er gar nicht mal so schlecht gefallen. Ich würde jetzt mit dem Kollegen einmal 10-6, also mit 10-6-3-13 beim Gericht bleiben, weil es hier wohl gleich eine Zeugenaussage geben soll, die ich dann ein bisschen kam fast. Ja, dann furcht, ich komme auch gleich hinzu. Hat er Gebrauchtwagen gelaufen? als er Handels Auto aus hatte. Gebrauchtwagen gelaufen hat mehr als Handels Auto aus. Ja gut, das ist ja logisch. Closing. Mein Licht ist aus, so jetzt. Clear, away. 165 im 80er. Führerscheinabnahme. Das ist eine Führerscheinabnahme. King4, 10-8 mit dem Kennzeichen, FL-10B-00. 10-97, Sabresenabnahme. 12, David von Chiffon. Frank Luchscheiner, was der hat nie gehört. Auf der Fahndung? Nee. Peter Siegel ist immer noch auf der Fahndung. Der Dinger hab ich mal nie. Puh. Der ist untergetaucht. Guck mal. Fünf offene Rechnung bis zum 29. Sinten. Na gut, also wenn das noch nicht beglichen ist, weiß ich auch nicht. Das kann man austragen, eigentlich auf den Rechnung, Führerscheinentzug. Nach dem Zoo. Ah, am 16. Nacht, da mal Führerscheinentzug. Da kommt der zweite. Da freuen wir uns auch drauf, oder? Guten Tag. Guten Abend. Können Sie mal runter machen, bitte? Ähm, ja, klar, warte. Einst du mal? Schieber bitte den Führerschein, ja? Äh, ja, einen Moment. Wir waren ein bisschen schnell unterwegs, oben, beim Hospital vorbei. Dankeschön. Ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Ja, ja. Ja, der ist sehr kooperativ, ich glaube, da war kein Problem, mit dem Beckerpolen. Frank Kluch. So nach, äh, 274 auf dem, auf dem, gut, das ist aber am 16. Nacht und der hat schon lang keinen Eintrag mehr mehr bekommen. Der arbeitet beim LF, die 8 der Arme und ich nehme den Führerschein ab. Aber gut, der hat jetzt keine doppelte, irgendwie, also schon doppelte Geschwindigkeit für den Führerschein mit dem abgenommen, weil er kriegt jetzt keine Sperre wie der andere, weil der andere auch nur die Sperre bekommen, weil der schon doppelt, äh, gemoppelt, zwei miteinander mit erwischt worden ist wenn er eigentlich eine Sperre hatte. 5 auf der Rechnung, das werde ich nochmal abchecken, weil sonst trage ich das aus, ne. Die 5 auf der Revenue hat er auch, passt. Fahrzeug ist angemeldet, registriert. So, kriegen sie wieder einen Führerschein. Äh, das Problem ist, sie dürfen den auch gerne gleich dann wieder abgeben, sie sind mit 165 geblitzt worden in der 80er Zone oben. Das kann gar nicht sein. Also, ich muss Ihnen ehrlich sagen, unser Gerät ist geeicht, ich habe sie von vorne geblitzt, sie sind mir entgegengekommen, also das Auto war gefühlt in der Luft, als sie da gefahren sind. Das war 165, da ist 80 oben gewesen. Und das habe ich auch alles auf, äh, auf Fahrzeug-Dashcam, das war wirklich sehr schnell, auch wie ich es gesehen habe, wie sie vorbeigefahren sind. Und sie sind sehr schön unterwegs. Äh, folgendes, ähm, Rechnung ist noch drin. Muss ich mal gucken, haben sie noch offene Rechnungen? Ja. Es sind aber viele, können, ähm, hören sie mich gerade? Ja, ich höre sie, warum? Sie haben sehr viel die Rechnungen offen. Unter anderem, ja, was haben sie nicht? Ich habe kein Geld, um das zu bezahlen. Also, habe ich schon, aber ich wollte das gerne, äh, ungern ausgeben, was sie sagen. Das Problem ist, dass sie bei uns im, ähm, Polizeicibüter schon, äh, Anmerkungen haben, bezüglich unbezahlter Rechnungen. Die ist aber vom, vom Sinten noch. Weil, also könnten sie das bezahlen, könnte ich das hier alles austragen, wissen sie. Dann, könnte ich das austragen aus dem Polizeicomputer. Aber so sieht das gerade schlecht aus für sie. Dass hier, so viele Unbezahlte sind. Ja, wissen sie, wann die Behandlungskosten der Rotaufnahme waren? Wie lange das her ist? Oh, keine Ahnung. Ich war schon lange nicht mehr seit der Rotaufnahme. Ja, muss das aber schon lange her. So, ich, ne? Vor knapp zwei Monaten oder so, keine Ahnung. Vor zwei Monaten oder das kommt hin? Ja, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich check das nochmal ab. Ja, genau. Ich arbeite beim LAFD und dann, ich frage auch mal. Ach, warte, bevor ich nochmal einsteige, ich frage nochmal. Und dann stelle das Ding aus. Meine Frage, arbeiten Sie noch beim LAFD? Wie bitte? Arbeiten Sie noch beim LAFD? Ich arbeite noch beim LAFD, ja. Alles klar, gut, dann passt das noch ein. Ich check das nochmal schnell ab, ich bin gleich nochmal bei Ihnen. LAFD, also das, also das, ich hab noch nie jemanden vom LAFD gesehen, der so vielleicht, also fünf offene Rechnungen müssen, das noch nicht richtig werden. Wäre halt gut, wenn ich wüsste, welche offene Rechnung das ist. Lincoln 55 und Rookie 1 waren das. Madrico, ist Lincoln 55 da? Wenn der sich nicht drinnen kann, dann herzlichen Glückwunsch, ne? Lincoln 55, gucken wir mal, ich glaube, der ist nicht im Dienst. Nope. Ja, das wäre süßig gewesen, wenn der auch im Dienst wäre. Wie King 15 vorhin, der war im Dienst, Gott sei Dank, das habe ich schon vorhin gecheckt. Die fünf, ich werde, wisst ihr was, ich werde das uns austragen. Wir tragen das auf, die fünf offenen Rechnungen. 22.07. Ich weiß nämlich nicht, das kann man nicht mehr zurückverfolgen, was das hier alles ist. Ich mache eine neue. Notiz. Man muss doch aber einen Fehler vorlegen, ich bin niemals so schnell gefahren. Unsere Geräte sind geeicht. Der muss wohl mein Tacho kaputt sein. Das kann natürlich sein. Machen wir mal hier Überschrift. Offene Rechnungen. Hier offene Rechnungen, in Klammern, Blitze und zweimal Krankenhausrechnungen müssen bis zum, was aber ich, jetzt haben wir den 21. müssen bis zum 28. müssen bis zum 28. 10. 22. bezahlt werden. Wir sind King 4 eingetragen. Wir sind King 4 eingetragen. Viel Offene Rechnungen, Blitzer und zweimal Krankenhausrechnung bis zum 28. 10. bezahlt werden. Also eine Woche, geben wir denen immer Zeit, dann können sie es bezahlen. Manchmal mal auch 14 Tage, weil das ist jetzt nicht so krass, wie der andere Typ. Der hatte ja Rechnungsverlauf over 9000, glaube ich. So, es passt. Also offene Rechnung tragen wir ein und sonst tragen wir hier noch einen unter Anmerkungen für Führerscheinentzug. 8. Aufschreiben in der Stadt. External Informative. Der rote McLaren-Krass wird zum Supreme Court der vorhin beim Wechselbauer war. Was war das? 168 kam. Ich, ich, ich check das nochmal schnell ab, was, wie viel das doch noch war. Nicht, dass ich. 165. Versuchte der Chat wieder gesagt, es sind 165. Äh. Äh. Nicht so. Witz. Aufmer sich KMH. Ende 80er Zone. Geblitzt. Keine Sperre. King 4. Und rein in die Olga. So, folgendes. Ähm. Zum einen muss ich Ihnen nochmal eine Rechnung in Höhe von 5000 Dollar ausstellen. Okay. Wegen der überwürdigen Geschwindigkeit. Haben wir jetzt doppelte Geschwindigkeit drüber. Das sind dann eben die 5000 Dollar. Führerschein wird noch von Ihnen entzogen. Den stecke ich mir heute ein. Ah, okay. So, sagen wir die Rechnung in Höhe von 5000 Dollar. Das ist aufgrund der überwürdigen Geschwindigkeit die doppelte Übertretung. Ähm. Das konnten Sie direkt bezahlen, das ging? Ja, gerade ja. Okay, weil die anderen Rechnungen, die sagen, Sie können sie nicht bezahlen, ne? Ja, weil ich die nicht bezahlen möchte, weil die unnötig sind. Warum sind die unnötig? Natürlich müssen sie bezahlen. Naja, die müssen, ja, aber müssen und wollen ist was an, also ne? Ja, wollen tut keiner. Was? Glauben Sie, ich will Steuern zahlen? Ich glaube nicht, dass ich Steuern zahlen will, aber ich muss trotzdem in den Knast. So. Schauen wir nochmal, dann haben wir ja noch die. Also, wollen Sie jetzt ernsthaft sagen, dass Sie es mit Absicht nicht bezahlen, obwohl Sie das Geld dafür haben, oder wie? Ich muss ja irgendwie meine Autos bezahlen. 5.000 habe ich jetzt auch nur bezahlt, weil ich meine, man kann das auch anders regeln, wir können auch zum Supreme Court gehen und einfach die Autos penden lassen, wenn Sie es so wollen. Das geht auch. So, Führerschein, so auch Verkehrsregeln ist abgenommen. Sie können Kumpel oder einen Freund anrufen oder ein Taxi, den können Sie hier abholen. Fahrzeug müsste abgeschleppt werden, die Kosten übernehmen Sie für die Abschleppung. Folgendes ist noch als Information an Sie, ich habe Sie jetzt eingetragen, sieben Tage haben Sie Zeit, Ihre offenen Rechnungen zu bezahlen, sollten Sie das nicht machen, werden die Rechnungen umgerechnet, Sozialstunden, dann müssen Sie am Hauptplatz Sozialstunden ableisten, müssen trotzdem die Rechnungen erzahlen, dann wird sich das immer wieder und immer wieder verdoppeln, 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 bis es immer bezahlen und sonst gibt es doch die Möglichkeit, die Autos einzupfänden über Supreme Court, wenn Sie gar nicht bezahlen wollen. Also Sie können jetzt gerne aus dem Fahrzeug aussteigen, also das Auto muss sowieso abgeschleppt werden. Wollen Sie denn rufen oder also ich, wen für Sie rufen? Ich kann den auch rufen, ja. Jawohl, dann rufen Sie einfach einen an, der kann Sie abholen und das Auto muss halt auch noch abgeschleppt werden. Ah ja. Er kriegt halt die volle Abfahrt von mir. Wisst ihr, wo man den bekommt, weil die Rechnung nicht bezahlt hat, jetzt kriegt er die volle Abfahrt von mir. Er sagt einfach, er hat keinen Bock die zu zahlen, aber hallo, wo kommen wir dahin? Dann mache ich eine neue Notiz nochmal auch für ihn. Ne, wobei, muss ich dazu schreiben. 28.10. hat er Zeit, die zu bezahlen. Wer das nicht bezahlt, gibt es Sozialstunden. Fertig. Fertig aus, Ende. Ja, dann will man gehen nicht ran, Mann. Gut, ich fahre dann mal los, ne? Bitteschön, noch einen schönen Tag. Ah ja. Der hat gar keinen Bock mehr. Der tut mir leid. Hätte ich nur eine Sperre ausstellen sollen? Hätte ich nur eine 24-Stunden-Sperre ausstellen sollen? Wäre nur lustig gewesen. Hätte ich nur noch mal vorbeifahren und mal abchecken, ob er das Ding wirklich anhält oder nicht. Aber der ist ja wirklich mit über 160 durchgerast. Geht halt gar nicht, Bruder. Ich meine, wo kommen wir denn da hin, Leute? Ob es doch echt krass, wenn wir mit 200 Richtungen Hauptplatz durch. Ich komme jetzt fast wieder Siegkontaktion zu McLaren. Ich bin gerade am Hauptplatz. Findet ihr die Unterstützung? Klingt Vorfährt an. Enkelten, komm noch. X-Ray 11 für 29. Ist der gerade weggefahren damit? Ja, sicher ist er weggefahren damit. Ich fahre den McLaren weiterhin hinterher. Ist der denn hinten? Der ist weggefahren mit der Kiste, ne? Wo fährt er hin? Ich bin gerade auf die Sammischen Roadbrücke Richtung Rauf. Ja, warte, aber das, dem gehe ich jetzt. Das scheiß jetzt drauf, dem gehe ich jetzt nach. Ich wollte nämlich retourgefahren. Auf einmal ist der weg, der Typ. Der ist einfach weggefahren. Er ist einfach weggefahren. Achso, oder er hat einen Kumpel gerufen. Ja, never mind. Ich bin so ein Trottler, der hat sich einen Kumpel gerufen. Der abholt sich halt am Hauptplatz. Ja, nee, der ist da nicht weggefahren. Alles gut. Er hat ja gesagt, er ruft einen Kumpel. So, fahr mal da schnell an. Ja, in Uniform. Ich komme hoch zu dir. Den Trendy vom P1. Wir sind 675LT. Hat angehalten. Kollege, aber so heißt mich. Ja. Ich nutze sich halt nun mal abschüttet. Äh, Dings, nun mal was essen jetzt hier. Oh, nee, ich habe nichts zum Essen dabei. Oh, ich könnte kotzen, Bruder. Ich habe mal wieder nichts zum Essen. So, ich muss schon reinkaufen gehen. Oh, dem fahr ich hinterher. Den fahr ich hinterher. Den fahr ich hinterher. Äh, IceBuddy ist ja da. Der Backup ist da. Bei dem will ich jetzt mal gucken, wer das ist. Das ist mir schon vorhin so aufgefallen mit der Farbe. Appala. Der fährt doch richtig schnell weg. Jetzt aber mal langsam fahren, ne? Kennzeichen Sunny. Möchte ich abfragen. Auf die schneller. Schneller geht's nicht. Dennis. Irgendwas, oder mal. Dennis. Was ist denn hier? Ich muss mal mal gucken. Dennis. Axel 99, 429. Entschuldigung. Schadenfunk. Ich glaube, der hat Wind mitbekommen, wenn ich vorhin mit Blau-Eucht gefahren bin. Ja, klar hat der Wind mitbekommen. War sowas von, hat der Wind mitbekommen, dass ich in Kopf bin. Sonst gehe ich ganz schnell zu McDonalds, äh, Essen holen. Ich hab, Alter, ich hab so cold up, auch in Real Life gerade. Ich so cold up. Ach, was will ich jetzt machen für ein bisschen McDonalds? Oh, geil. Ich bin zu schnell. Upp, oder? Immer schön langsam fahren. Wenn wir mal einsatz sind. Ja, Kollege, ne? Immer schön langsam unter, unter, drunter. Ey, ja, wisst ihr, was jetzt richtig geil ist? Leute, beste Leben ever. Ich hab gestern einfach den ganzen Tag damit verbracht, ihr werdet so lachen, die Felgen und die Reifen zu machen auf R und O, weil die ja immer so schnell dreckig werden. So ein paar, es gibt ja so ein paar Auswahlsreifen, die dann immer so dreckig sind. Ich hab einfach alle Felgen optimiert. Dann hab ich noch Custom-LODs gemacht. Ich bin, glaub ich, gestern acht Stunden an den Felgen gesessen, dass ich die alle optimiert habe. Ich hab die hier auch sogar hier noch hochgeladen. Das Geile ist, die ziehen jetzt halt kaum noch Leistung. Dann LOD-Modelle, hast du jetzt auf Distanz, dass die auch nicht mehr so verschwinden, wenn die so wegploppen, ne? Ist jetzt richtig nice geworden. Aber so viel Arbeit, Felgen zu machen, ist echt aufwendig. Weil es halt diese JDR-Datei ist, dann musst du da, also YDR-Datei, musst du da reingehen, musst du die Texturen exporten. Jede einzeln, Alter, ich musste jede einzeln exporten. Weil es halt kein Open Format ist. Kannst du nicht als Open Format exportieren. Weil es gelockt ist, die File, kannst du dann nur Texturen reinziehen, rausziehen mit dem Tool. Ganz schlimme Sache, ey. Aber es hat sich gelohnt, jetzt werden die Reifen nie mehr dreckig. Nie wieder dreckige Reifen, weil es hat mich so angepisst immer. So. Du würdest bereitstehen? Bist du positiv? Ja, check. Ich klär das gerade nochmal mit Team of Justice ab und dann machen wir das. Oh, gewonnen. Ah, hallo. Oh, verloren. Die Kokosnuss. Mehrere weiße Maibach nähern sich dem Play Prison. King Vorfeld, irgendwann schaut sich das mal. Denkst du, ich sie vorstelle perfekt. Genau sieben Stück. Einfach mal schauen. X-ray 9 in Alimontalety. Wir kommen zum Kizaria und zum Diantha mit dem Beikampf und Spielkopf gesprochen. Erwerte, Vorsicht bitte. Freibesuch von Unrelated. Wir müssen die Spielkopf. Alimontalety, sechs Medial Audi beim NS-Customs. Nördlich von Geburt und in Langsburg. Ich kann sagen, wir haben jetzt gecheckt. Anni, das ist noch ein X-ray-Unit. Standby. Wir haben gerade erst noch einen anderen Transport und kommen dann gleich zu dir. Informativ ist, acht Mal wachstum, ein schwarzer Raptor. X-ray 13, responding. Genauer 10-20 derzeit. Informativ, letzter Dispatch, vor dem und entführt im Intuit beiden Hauptfluss. Das ist noch ein Termin, ja. Die Verteilung ist sechs, jetzt. Letzten Dispatch, bitte beachten. X-ray 13, informativ. Die Leute haben jetzt das State Prison im Besucherbereich betreten. Also bitte vielleicht mal eine zivile Einheit Richtung Juwe. Ich frage jetzt mal dazu nach, oder? Ja, das Fertor Dispatch. Fertor, Stärkung, Besuchung, Besuchung, Besuchung. We are closing. X-ray 19, für 29. Nein. Ich brauche da mal in der Führung. 10-40 auf. Wenn es eskaliert, einfach auslösen. Da geht es, die Linien sind auf Cavalos. X-ray 19, wir bräuchten hier mal Verstärkung am State Prison. X-ray 13 ist fort. Entschuldigung. X-ray 13, warte, hat auf mich das Foto reingeht. Der wird einhalten, responden. Hallo. Hi. Sieht relativ friedlich aus hier. Ich war noch nicht drin. Mal was, was man sieht. X-ray 19, für X-ray 3. Wie bitte? Ich meine das, was man gerade sieht. Was ist jetzt los? Die Besucher haben sich jetzt im Besucherbereich aufgehalten und machen dort einen kleinen Krawall. Keinen Krawall, sie verweigern egelische Informationsgebung sowie verweigern sie aus Anweisungen. Anzahl der Personen? Gut, das ist rund um die 10, 12. Ich bin einfach der Businessman hier. Wie viele sind da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mai, wo stehen wir? Einmal an den Kollegen, der auf die X-ray-Einheiten im Mittelbau wartet. Für X-ray 3. Oh, meine Muni ist leer. Was ist da denn passiert? Der Kollege, der auf den Gefangenentransport wartet. Hä? Oh, schau, was ist da denn passiert. Entweder könnt ihr das selber machen, bitte. Okay, das müssen sie nicht verstehen, oder? Oder weiter nach hinten verlegen. Wir müssen jetzt erst gerade einmal in den Z-Büssen allgemein hoch und die Kollegen kurz unterstützen. Ich fahre alleine. 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 So schnell. Einmal alles durchladen. So, Pistole durchladen. Also ich weiß, ey Leute, wisst ihr wie das passieren konnte? Also ich verstehe es nicht. Einmal alles durchladen. Können Sie bitte den einen Kollegen von Ihnen inspezieren, dass er nicht zwischenfunken soll? Ja, 10 vor. Ich glaube, das hat er gerade mitgekriegt. Danke schon. Nicht dazwischenfunken. King 4, der Dispatch mit der 2, wenn weins am Ende, das ist versiegt. 10 vor. King 36 für eine Viertelhalbe Stunde, 10, 7. Bis später. Informativ, hier sind nach dem Biker versammelt. Also schon erledigt, der Dispatch ist fertig. X-ray 29 für X-ray 3. Fert. Noch mal dein Anliegen. Informationsgebung hat sich gerade aufgelöst. Sie sind friedlich, relativ rausgegangen. Warten jetzt alle noch mal mit. Von der Anwaltskanzlei, hallo. Guten Tag, ich habe nur gerade gelesen, dass sie den Dispatch geschrieben haben, bezüglich Mission Row PD am Schalter. Ist das noch aktuell? Ist noch aktuell, wir sind noch da, ja. Alles klar, ist wer vor Ort? Ich habe jetzt noch nicht schnell abgefragt, ob das noch aktuell ist, ob ich es löschen kann oder nicht. Niemand da gerade. Niemand da. Dann gehe ich das nochmal durch, durch den Funk. Ja, wohl. Dann wieder vom SG abbrücken. Danke, wieder. Ich würde sagen, ja. Bitte noch negativ, bitte wartet, bis der Gefangentransport angekommen ist und abgearbeitet ist. Dann sind wir auch nochmal sicher. Dann vor, David, dann halten, bleiben wir auf Standby am SG. Okay, danke. X-ray 29. Hört. Es ist ein Komm und Geh in dem Besuch, warum also mindestens drei Leute von dem Besuch an noch drinnen und dann immer wieder Wechsel von hinten nach Hause. Check, wir treffen sofort ein. King 4 hier, kann sich jemand um den vorletzten Dispatch kümmern? Da ist anscheinend ein Anwalt am Mission Road PD. Chief 1 übernimmt letzten Dispatch, ich ruf mal an. Die letzten Personenszahlen lassen, dass er presentiert. Ich hoffe, er macht den vorletzten, nicht den letzten, ne? Ja, check. Bitte einmal eine Einheit dann innen an der Tür postieren. So, ich bin jetzt nicht ausgestattet. Stell dir mal vor, ich werde jetzt hier einfach gefahren mit der Kiste. Ich hatte keine Waffen gehabt. Also, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, dass auf einmal meine ganzen Waffen auf Null waren. Habe ich irgendwas Dummes gemacht? Nee. Nichts gemacht an sich, ne? Ich muss mal tanken gehen. Oh, es kommen ja immer mehr. Mal ein bisschen außen rum. Aber es sieht so aus, als wären die ziemlich... Ich weiß nicht. Lass mal das mal die X-Ray-Inheiten machen, die machen das schon. King 4 von G4. King 4 hört. Hier 10-20 machen wir dann. Ähm, Prison. 10-20 verdanken. Ist eine freie King-Inheit irgendwo unterwegs, außer in King 4. Äh, King 4, ich wäre jetzt eigentlich wieder frei. Ich wollte gerade wegfahren. Gut, dann bitte einmal in... Dann... ...dann... 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 ...hör mal schnell schauen, was die Kiste losgibt. Ey, ich komm nicht mal zum Doni vorlesen. Es tut mir so leid, Leute. Ich komm nicht mal zum Vorlesen. Leute, hauen wir mal auf den Like-Button. Wir sind bei 4000 Likes. Es sind 7000 Zuschauer. Da geht was. Schauen wir mal auf den Like-Button, bis er bei der Polizei hier anruft. Im Mission Road-PD. Genau so ist es. Hau mal rauf hier, Leute. Spreng mal den Like-Button. Einmal sprengen, bitte, das Ding. So, ich fahr mal hier ab. Hier fahr ich wieder normal. Los, einfach mal, dass wir ein bisschen schneller da sind. Da sind eine Drohung. Alter, jetzt kann ich mich um eine Drohung kümmern. Drei Leute. Das sind doch sicher die Senp-Punk- Ah, nee, die sind da drüben. Können ja gar nicht die sein. Nee, die wurden ja... Also, der eine wurde ja... Okay. Wir hatten heute auch gar keinen Like gehabt. Ich komme heute nur zu gar nichts, Bruder. Zu nichts komme ich heute. Die ganze Zeit Mission Road-PD. Und rüber, rein, raus. Aber ich kann mich eigentlich eintragen. Ah, BCAD. Einer muss es machen. Was ist eigentlich mit King-19? Warum ist der nicht da? Was ist denn da los? Also, Adam. Achso, der ist mit einem Kollegen unterwegs. Ja, gut. Mission Road-10-19. King-4. Also, schon mal einen, bevor ich es vergesse. Ah, ich wollte ja tanken. Fahr nicht voll, Trottel. Ja, das hat wirklich... Ah, scheiße. Das habe ich ja hier gefahren. Schlimm mit Blitzer, dass die Tankstelle wohl noch da ist. Ja, Ehren-Tankstelle. Wieder alles zerkratzt am Auto. Alter, das macht richtig Bock. Alles zerkratzt. Genau, Christoph krachten. Ich probiere mal ein bisschen vorlesen von unten hoch, damit ich mal überhaupt auf alles klarkomme. Svengir haben wir vorgelesen, Seat haben wir vorgelesen, Bolle haben wir vorgelesen. Wir haben eine Person im vorletzten Ring, die wir playen vor den Preis wert. Ah, hier, Manuel Bogolte. Cool auf meinen Geburtstag, dass du streamst. Bist mega... Alles gut zum Geburtstag, Manuel. Sorry, dass ich jetzt das vorlese, wenn ich vor drei Stunden donatet. Der allerechte Bri. Das gibt eine Anzeige, aber sowas von. Der GLA-GLA wünsche ich den Laserscheuer. Wäre mal gut, wenn ich mal alles hier vorlesen kann. Ich habe den Dispatch von der entführten Person rausgelöscht. Ja, ich nicht. Gegen vor war es dieses Mal nicht. Diesmal habe ich es nicht rausgelöscht. Der ist negativ. Tief 3 negativ. Der ist negativ. Linke Teil negativ, aber ich hätte die Nummer noch, weil ich versucht habe, anzupfen. Turn 4. Die entführte Person... Aber dieses Mal war ich es nicht, ne? Weil, äh... Ich habe diesen anderen Dispatch gelöscht. Und davor aber, habe ich gesehen, Dispatch wurde angenommen. Das war aber wer anderes. Das war nicht ich. Diesmal war es nicht ich. Diesmal habe ich drauf aufgepasst, dass ich nichts rauslösche, was unnötig ist. Oder kann ich eigentlich den Dings auch annehmen, ne? Weil ich das jetzt anfahre. Das ist mich über rot gefahren. Ah, sehr gut. Na, passt schon. So, ähm... Dankeschön an, äh... TV-Cringe. Hast du Tipps für einen Song? Oliver Tree Jerk. Kannst du ja noch so ein gutes Lied. Jerky. Jerky. Ne, Oliver Tree. Ich habe zuerst gedacht, man hat so voll scheiß Musik eigentlich, ne? Alle X-ray-Einheiten, bitte einmal wechseln auf Punkt 3. Weil ich nur dieses kein... Onien, 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 Onien. Also dieses Lied kennt, glaube ich, jeder. So TikTok. Onien, 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 Onien. Onien, 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 Onien. Man versteht irgendwann Onien, wenn man es sich ganz lange anhört. Aber er macht eigentlich relativ gute Musik, wenn ich jetzt das drauf bekommen bin. Viel zu spät. Und ich falle die Kunstfigur dahinter. Das ist einfach so... Weil es so bescheuert ist, weißt du? Das ist einfach so bescheuert. Aber er macht nicht schlechte Musik, er macht gute Musik, gefällt dir gut. Letzter Zeit höre ich das echt gerne. Ich habe... Eine Stunde lang habe ich dauerhaft denselben Song gehört. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, ich wurde hergebracht, weil es geht, glaube ich, um drei Personen, die hier irgendwie... ...glaub ich, bedroht wurden. Sind Sie eine Kingereinheit? Ich bin eine Kingereinheit, ja. Ja, also das sind meine beiden Mandanten. Ich komme von der Anwaltskanzlei und die haben beide von der identischen Person Morddrohungen erhalten. Das müssen wir einmal bitte besprechen. Also es geht darum, eben, dass das Ganze eben eröffnet wird als Akte und so weiter. Dann müssen wir mal reingehen. Da müsste ich einmal bitte die zwei Personen... Ich bin mal angegangen. Insgesamt mal alle. Ich habe ein Auto hier. Bitte? Frau, es ist mein Auto. Ich habe ein Auto. Mich können Sie schon mal durchsuchen. Ja, gut. Dann gehen Sie mal zum Auto. Ich sage dazu mal nix. Ist eigentlich selbstverständlich. Es geht nur darum, dass hier nicht... So, alles klar. Es sollte nix illegales machen. Wir lassen ja niemanden rein mit... ...Darfen, wissen Sie. Ich dachte, das ist ja irgendwas hier alles. Darf ich Sie auch einmal durchsuchen? Natürlich. Jawohl. Zu unserer Sicherheit, man weiß ja nie. Jawohl. Alles klar. Klingt. 64 kümmert sich um vorletzten Dispatch. Gut, aber das können wir meinen Kollegen sagen, wenn er reinkommt und so immer in den Taschen stecken hat, im PD wird immer kontrolliert, wenn wer reinkommt. Also das kann er sich auch gerne merken. Hatten wir vorhin auch einen Fall. Das ist äh, das ist äh, das ist äh, mein Bruder. Mhm. Positiv. Entschuldigung. Wurden jetzt drei Leute, ähm, hier angedruckt? Mir wurde gesagt, drei Leute, es sind nur zwei, okay. Nee, es geht um zwei. Alles klar. Also ganz kurz, ich muss mal schnell kurz vor Augen in den Dispatch. Das war, ähm, das ist Ihre Nummer, die 15089, ne? Ja. Dann fängt er nämlich das mal an. Ob der mal weg ist, weil, da hab ich extra nochmal geguckt, dann vorne. Fährt schon jemand zu dem Beschwerdenkopf-Tipp mit der Änderung, äh, 676. Angefahrene Person. Ja, fahr mal hoch, ich komm dir aber zusätzlich noch hinterher. Was soll das denn nochmal wegen dem Feuer? Eieiei. Ich sag Ihnen, heute ist was los bei uns. Bin schon jetzt, bin eigentlich, ich war gerade froh, dass ich hier weg bin aus dem PD. Bin gerade losgefahren und schon bin ich wieder zurück. Hat circa ne, ne Stunde schon hier, weil es hier einen großen Einsatz gab, so ein bisschen, da haben die Balken und so, war halt problematisch. Ja, die Arbeit im PD ist ja eher verhasst bei Ihnen und Ihren Kollegen, kann das sein? So, das, den Aktenkram und so. Ja, also der Aktenkram ist halt auch nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Ich fahr lieber auf den Straßen, stelle gerne mir Strafzettel aus. Ich bin so der, sag mal der, der Classy-Cop, der das gerne macht, so, aber Akten ist auch nicht so meins. Okay, ja. Dann schauen wir mal, dass wir das schnell über die Bühne bekommen haben. Ne, wo, guck mal mal. So, jetzt haben Sie was dabei. Was haben Sie denn weggebrachte, ich fragen darf? Was haben Sie denn dabei gehabt? Ich meine, ich glaube 17 und meine Mosbek, aber die, äh, die Koffer haben wir voll. Achso, alles klar. Haben Sie einen Waffenschein? Ja. Wenn Sie schon sagen, dass Sie Waffen haben. Ja, alle, was das da bedeutet. Ja, Linken, schwingt Sie vorher informativ unten am Video, soll bei einem EGWV ohne Feuerlobnis. Danke. Perfekt, dann bitte einmal folgen. Dann werde ich mich nur ganz kurz außer Funk melden, dass wir hier mal in Ruhe reden können. Leute, ich bin mal außer Funk. Wir sind im Krieg. Schief vorne ist jetzt eine Seven. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend, was euch gehört. Schön, Feuer. Ich muss einmal folgen, bitte. Ja, jo. King Four, kurz außer Funk. Länge meins, eine Seven. Schönen Abend, euch noch. Jetzt setzen wir uns hier ein bisschen irgendwo gleich hin und dann schauen wir mal gleich, was wir machen. Bitteschön, Sie können sich hinsetzen, Sie können auch stehen bleiben, ist egal, wie Sie wollen. Ich bleibe stehen. Jawohl, wenn wir hier stehen, können wir hier ein bisschen reden, passt. Gut, dann einmal loslegen. Wichtig sind Namen. Haben Sie Namen für mich, wer das angetan hat mit der Drohung und so? Das war der Herr Mike Smirnoff. Wie wird er geschrieben? Mike, M-I-K-E. S-M-I-R-N-O-V, ja. Genau. Schauen wir mal ganz schnell. Jawohl. Ja, und gab es einen Grund dafür, dass der Sie bedroht hat? Also was war der Auslöser? Also, soweit ich weiß, er hatte mich halt vorher schon bedroht gehabt. Ich hatte mir von jemandem Geld geliehen. Das waren insgesamt 80.000, 75.000 habe ich dem Herrn auch schon zurückgezahlt. Das heißt, Sie haben von einem anderen Herrn Geld geliehen und nicht von dem Herrn Mike. Genau, das Geld hatte ich mir von dem Leon Reedy, so nennt er sich, geliehen. Ah, ja, kenn ich schon, ja, ja, kenn ich. Und von dem haben Sie sich Geld geliehen und Sie vermuten jetzt höchstwahrscheinlich, dass er Ihnen einen Auftrag gegeben hat, um Sie zu bedrohen und dem Geld, schätze ich mal, oder? Ich denke mal schon, natürlich. Ah, kann ich auch bestätigen, weil wir gestern das Gespräch hatten mit demjenigen. Also hat er das in Auftrag gegeben, der Herr, wie heißt der nochmal, der Herr? Smilov. Ja, nee, aber der in Auftrag, also Sie haben ja Geld bekommen. Von wer haben Sie nochmal das Geld bekommen, von dem Herrn? Kevin Reedy. Kevin Reedy, genau, von dem haben Sie das Geld bekommen. Und die Vermutung ist jetzt halt nahe, dass er Ihnen, also den Herrn Mike in Auftrag gegeben hat, Sie zu bedrohen, oder? Ich denke schon, ja. Okay, das ist das, was jetzt, okay, gut, da schreibe ich das mal auf. Und es geht um Sie beide, aber Sie haben sich beide jetzt Geld geliehen, oder wie darf ich das verstehen? Nö, ich habe nur meinen Bruder verteidigt. Ah, Sie haben verteidigt, okay, und dann wurden Sie mit reingezogen. Alles klar. Ja, genau. Genau, aber der Vorfall ist ja relativ identisch, also die Form von Bedrohungen, die Sie da erhalten haben. Das war jetzt als Fragestellung formuliert. Na, ich weiß noch nicht immer, was war jetzt für eine Drohung haben Sie bekommen? Also was wurde Ihnen angedroht? Gewalt? Beleidigung? Was hat vorgefallen? Mord. Inwiefern hat er sich da ausgedrückt, dass wir das auch auf Papier haben dann? Also mir hat er eine SMS geschrieben, die ist leider nicht mehr da, weil die Nachrichten bei mir alle weg sind leider. Ja. Er hatte geschrieben, was war das genau? Oh, warten Sie mal. Ich habe eine, glaube ich, eine Moment gar nicht kurz. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich angerufen habe und habe gesagt, das hat mein Bruder aus dem Spiel lassen. Das kann er auch normal klären. Und dann meinte er, aufmütig zu werden und meinte, dass ich auch noch dran bin, dass ich mein Bruder herkomme. Alter, da guckst du, ich lese gleich vor, Bruder, vielen Dank. Wenn ich dich, wenn ich dich gefunden habe, werde ich dich langsam und schmerzvoll umdenken. Was hat er Ihnen so geschrieben? Genau, die Nacht habe ich leider nicht mehr und möglich hat das er mir auch schon gesagt. Okay, alles klar. Ähm, gut. Also Androhung von Mord. Habe ich so auf. So, und bei Ihnen hat er jetzt nicht so gedroht mit Mord oder wie, wie konnte ich das verstehen? Er hat zu mir am Telefon gesagt, äh, dass ich, wenn ich mich nicht raushalte, ähm, meinem Bruder folgen darf. Also so folgen, also so gesehen dasselbe, was mit Ihrem Bruder passiert. So verstehe ich das, okay. Gut, und Sie wollen jetzt Anzeiger statten gegen den Herrn? Genau. Okay. Das können wir machen. So, oder, ich meine, müssen wir halt gucken, wie wir dagegen vorgehen. Das Problem ist, dass das halt schon harte Androhungen sind, ne? Dass, da wären wir schon bei einer Straftat. Das Problem ist halt immer bei so einer Androhung, dass man halt auch am besten mal Zeugen dabei hat, ne? Weil sowas landet meistens dann vor Gericht. Ich weiß nicht, haben Sie noch, ähm, also wie Ihnen das angedroht wurde, das war ja per SMS. Das war das Problem, ne? Die Nachricht haben Sie nicht mehr? Genau, aber, äh, was ich noch habe, ähm, ähm, also ich arbeite bei den Bikern. Ja. Das ist für Ihre Information. Ja? Ähm, ich habe da einen, äh, einer ist bei uns drin, der stand vor ein paar Tagen mal komplett zivil, also nicht erkenntlich, dass er bei den Bikern ist, ähm, am Meeting Point, zum Hauptplatz. Und da wurde ihm auch von dem, äh, Smirnoff, erkennt den auch, äh, gesagt, dass er mich sucht und auch, äh, vor Ort mich umzubringen. Okay. Alles klar. Weil ich neben ihm gestanden bin, weil ich neben ihm gestanden bin, wo ich mit ihm stehe. Ne, weil je mehr Zeugen, desto besser. Eigentlich die Biker waren da, oder? Weil, weil so, wie es aussieht, wird so, also sowas landet halt meistens immer vor Gericht, ne? Und je mehr Zeugen sie haben, desto besser ist es halt für sie, natürlich. Ja, der Anruf kam halt da, wo ich nicht bei den Bikern gestanden bin und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich auch die Mordrogen da. Könnt ihr Bruder das dann gehört, neben Ihnen? Ja. Also der hat das mitbekommen, alles klar, gut. Hier wäre jetzt meine Frage, ähm... Moment, ähm, schau mal, dass ich noch reingelächte. Äh, mein Vater hat das auch mitgekriegt. Stimmt, der war, ja, der war auch dabei. Haben Sie da vielleicht, äh, Namen für mich? Äh, Horst Stein. Ich kann noch einmal zu dazu rufen. Horst Stein. Zu dem jetzt ganz kurz meine Frage. Ja, das wird, wir müssen jetzt nicht eigentlich dazu rufen, wenn er das nur so mitbekommen haben, was sie ausgesagt haben, dann ist es eigentlich nur vor Gericht eigentlich wichtig, dass der auch noch dabei ist und das aussagt. Ist das jetzt, also wenn das dasselbe ist, was sie jetzt, äh, mitbekommen haben bei der SMS und sie haben ihm das gesagt oder sowas oder er hat das mitbekommen. Ja, ist dann... Genau, mein Vater, unser Vater ist so ein bisschen speziell. Ah, hier ist meine Frage, ähm, wie ist das mit den Zeugen? Zeugenaussagen, sollen wir die in verschriftlicher Form hier nachtragen oder werden die Zeugen vor Gericht geladen? Wie wird das gehandhabt in so einem Fall? Also Zeugenaussagen ist immer gut, wenn sie das via Papier bringen. Okay. Äh, dann müssen wir eine Akte oder so anlegen, aber wir müssen mal schauen, inwiefern das jetzt vonstatten geht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal den Herrn anrufen. Ähm, und mal schauen, ich muss noch einmal an die Akte gucken. Also der Herr, das ist aktuell nicht drauf. Okay, und dann muss ich das, das ist halt schlecht, ja. Gut, ich schau mal das so kurz an. Ja, weil den, äh, das Problem ist, dass es bei den Herren ist, Middorf müssten wir halt auch bezüglich einer Zeugenaussage herbringen, ne? Ja, logisch. Als Beschuldigen, was er dazu sagt. Das müssen wir, das müssen wir eintragen jetzt. Ja, mach, hierher kommen soll. Jawohl. Das dreicht er noch ein. Gut, wie gesagt, Beweismittel haben sie ja keine, bis auf die Aussage, am besten Zeugenaussagen schon mal vorschreiben. Ja. Und das, Zeugenaussagen werden ja meistens vom Kord abgenommen, es wird ja gar nicht so von uns abgenommen, es wird vom Kord meistens abgenommen. Genau, also um die Akte kümmern sie sich dann im Prinzip, dass die erstellt wird und dann tragen wir da die Zeugenaussagen nach. Genau, Akte muss ich erstellen. Ähm, werde ich, wenn's für sie okay ist, nicht jetzt direkt machen, sondern ein bisschen später. Ja, das ist für uns okay. In zwei, drei Stunden, weil das Papierkram mach ich immer nach der Arbeit, wenn das okay ist für sie. Dann machen wir das so, dann machen wir da eine Akte für sie auf. Alles klar. Okay. Äh, dürfte ich von Ihnen eventuell die Badgenummer oder Namen, irgendeinen Anhaltsfunk erfahren, damit ich weiß, bei wem wir das jetzt in Auftrag gegeben haben? Äh, Sie können meine Dienstnummer haben, gerne. Ja, perfekt. Äh, das wollen wir mal gucken. Genau, die 65 1005 ist das, meine Dienstnummer. Äh, Sven Ruppe. Ja, perfekt. Können Sie aufschreiben. Ja, okay, perfekt. Ja, dann finden Sie es, äh, den, den Eintrag schneller, ne? Ja, genau, und wenn wir hier noch was nachtragen müssten, dann ist es immer besser, wenn man jemanden hat, der, von dem man weiß, dass er das eingetragen hat. Jawohl, perfekt. Gut. Dann passt das. Am besten für Sie jetzt erstmal, ähm, schauen Sie, dass Sie ein bisschen runtertauchen, nicht viel in der Öffentlichkeit sind, und, äh, ich meine, Sie haben jetzt eh einen Waffenschein, ich weiß nicht, haben Sie einen Waffenschein? Natürlich. Perfekt. Ähm, immer auf jeden Fall, äh, eine Waffe beitragen, sollte was sein, zur Selbstverteidigung. Ähm. Wir fahren auch aktuell mit einem gepanzerten Fahrzeug. Ja. Ja, es ist, es ist nicht schlecht, wenn Sie sowas fahren jetzt in der Zeit. Am besten halt, wie gesagt, untertauchen, wir kümmern uns drum. Wie gesagt, wenn der Herz nicht da ist, ist es halt blöd, dass wir ihn jetzt nicht einvernehmen können, aber, ähm, es wird sich jetzt die Tage dann ergeben. Am besten, die nächsten Tage wirklich ein bisschen runterhalten. Ich bin ja mal gespannt, vielleicht hafte er ja morgen auf. Auf der Hauptzeit. Ach, stimmt, ja, der Verdieter habe ich auch noch beitragen, dass wir morgen schießen ja reden, was sage ich dir. Deswegen, die Verdieter auf morgen absperren, dann warst du schon. Okay, gut. Jawohl. Dann hätten wir, glaube ich, alles geklärt. Vielen Dank, Herr Rumpfer. Jo, bitteschön. Dann begleich sie mal raus, ne? Vielen Dank, ja. Ich wusste es. Ja, ich wollte es gerade sagen, dass es der mit dem Lamborghini überhaupt sich verstanden hat. Ja, ich habe mich heute ein bisschen umgestylt. Ich, ähm... Ja, schon sieht es. Wenn man zivil unterwegs ist, als Detective, dann muss man sich auch ganz oft mal neuen Style zulegen, weil man sonst sehr schnell wieder auffällt, ne? Ja, sie haben mich ja letztens vor ein paar Tagen in Sandy an der Tagestelle angehalten mit meinem M5. Ah, okay, ja. Das kann sein. Ich war, dass der mit über 150 da geheizt ist. Ne, heute ist irgendwie bei mir ein richtiger Bürotag. Ich war heute, wie gesagt, schon davor eine Stunde hier drin. Musste ein bisschen Büroarbeit machen und, äh... Ja, jetzt bin ich nochmal hier. Perfekt. Gut, dann haben wir das geklärt. Gut, perfekt. Vielleicht kommen sie heute auch noch auf die Straße. Jo, jetzt geht es halt eh wieder raus. Jawohl. Ich will ja nicht sagen, aber in Zivil nur in PD, das bringt ja auch nicht ganz viel. Naja, ähm... Wenn der Chief sagt, dass ich das übernehmen soll, dann übernehme ich das natürlich, ne? Weil ich war gerade frei, dann war das gepasst. Gut. Na gut, man wird sich auf der Straße sehen. Jawohl, man sieht sich. Schönen Abend. Ebenfalls ein schönen Abend. Vielleicht sieht man sich ja morgen. Jawohl. Jo. Wiedersehen. Schönen Tag Ihnen. Ciao, ciao. Dankeschön jedenfalls. Ich bin ja schnell auffüllen. So. King 4, back 10-8. King 4, wir verfolgen Scharzen Malbach, wir brauchen alle Einheiten. T4. T4. Wieder auf den East Sideway, Fahrtrichtung, Stadt einwärts. Oder es war vorhin Panic Button, aber ich konnte jetzt nicht raus. Funk war aus und alles. Also ich kann ihn jetzt auch nicht einfach stehen lassen und sagen, ich verpisse mich jetzt. Warum wurde auf mein Auto geschossen? Warum zum Teufel wurde auf mein Auto geschossen? Warum zum Teufel wurde auf mein Auto geschossen? Wiederum... Pass auf, die Mati im Kreisleben, klar nur irgendwas, 100%. Was war das denn gerade? Tief am Hauptplatz wird ein Mastweißer Maybach von 5 bis 6 weiteren Breiten in Maybach zu verfolgen, wurde auch bereits gesammt. Wissen was wir, wir gehen schon mal, wenn die sagen die Planen, was ich, oh schon mal, äh. Wir haben jetzt gerade eine Mastweißer Maybach raus, warte. Müssen wir nur rechts ran fahren, wo es sicher ist. Ich fahre schon rechts ran, ey ich hole es schon raus, bevor es zu spät ist. Auf letztes Mal war ein Palito der Hinterhalt, Tankstelle Höhe. Ja Hinterhalter, das reicht mir. Wir sind auf dem Gegenverkehr. Das reicht mir aus. Und dann fahren wir nur noch so. Ich wollte gerade sagen Tunnel. Jetzt sehen wir sie zuerst. Dann statte ich mich aber auch mit Polizeischussweste aus, man weiß ja nie. Nicht dass die Kollegen denken ich bin äh von denen. Ja King4 ich bin gerade unterwegs. Komme aber gerade von der Stadt. Schusswechsel. 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 Es ist nur die Frage, ob das jetzt gescheiteste hinzufahren. Ich weiß nicht wie viele da sind, aber es ist Schusswechsel. Ich weiß nicht wie viele da sind, aber es ist Schusswechsel. Wo sind die? Kann dir immer noch den Kontakt zu nehmen? Negativ. Also mir ist kein entgegen gekommen. Ich komme gerade von Stadt auswärts komme ich gerade. Linken 24 nochmal. Ich hatte jetzt in 1050. Der Raptor haut jetzt ab. Der hat das extra gemacht. Er hat extra mich rein gefahren. Er fährt jetzt auf den East Railway wieder ein Richtung Tunnel. Halte den mal auf. Ich könnte Nagelbinder legen. Er ist jetzt Richtung Tunnel. Er müsste gleich vorbeikommen. Er hat auf jeden Fall was damit zu tun. Ich bin extra nicht rein gefahren. Ja, der ist in den Gegenverkehr gefahren und hat mich frontal gerammt. Ist das jetzt wichtiger, den Raptor aufzuhalten oder den Maibach zu verfolgen? Ja, der Maibach ist kein Sichtkontakt und der Raptor gehört am Scheitertzug. Der Raptor kommt auch auf den East Railway statt einer zu. Der Raptor kommt hier bei uns vorbei. Bezieht ihn raus. Er fällt jetzt nicht im Scenny runter. Vor dem Motiv, wir haben jetzt gerade ungefähr 2, 4, 6, vielleicht 10 weißen Maibachs vor unserem Mission Road Pity. Ja, von Maibach? Ich sehe es leider nicht. Ja, da sehe ich Kontakt verloren. Fährt Linkletail jetzt mal ein bisschen Road Pity. Die fahren jetzt gerade alle weg. Kann sein, dass die unseren Dispatch durch Maibach geführt haben. Ja, macht Unfallflug auf jeden Fall. Ja, Kiefer, willst du vorbei? Auf dieser Seite ist der BMW. Er flüchtet, der U ist da vor dir. Ja, er wohnt hin. Ja, dann vor. Ich muss bitte mal eine Einheit hierher kommen und uns raus holen. Bei aktueller Position hat der Raptor angehalten. Ich habe noch einmal ein Verstärkung verlegen. Also, wir kommen mit uns. Wohin, ich bitte auch eine Einheit sehen. Ich bin jetzt da, beim Raptor. Strummeid aussteigen, niemals. Ich habe hier schon mal gehabt. Strummeid aussteigen. Okay, okay, den Ton erzählen wir Schwerverbrecher. Schönen guten Tag. Warte, servus. Fahrrad muss einmal aussteigen. Ja, informativ. Es wurden gerade drei Leute bei uns aus dem Mission Pro PD rausgezogen und entführt. Was? Officer oder wie? Negativ Privatperson. Verbrechen hier bitte eine Einheit. Eine Einheit. Das ist ja 20. Klingt vorfällig an. Eine Person davon heißt Kevin Weed. Ja. Dann können wir uns sicher sein, dass es die meisten sind. Haben wir Kennzeichen von Sieb-Malbach? Das ist ja die Action am Laufen, Bruder. Ich komme gerade aus dem Büro und schon sowas. Das ist ja die Action am Laufen, Bruder. Clear. Closing. Die Raptor haben sie gestellt. Perfekt. Aber da wäre ich nicht nachher gefangen. Da heißt es, das hat keinen Sinn. Ja, ich war auf der Gegenspur. Er war nicht, ich war auf der richtigen Spur. Ich bin ja nicht doof. Der Raptor ist eben reingefahren und dadurch hat der Kollege in den 50. Der ist richtig rüber gezogen. Extra. Heißt Raptor, Fahrerflucht. Und ich hätte Beihilfe zur Flucht, hat es gesagt. Entweder Beihilfe, Fahrerflucht oder Verbrecher im Schiff. Die sind eingeklemmt. Die sind eingeklemmt. Die sind eingeklemmt. Die sind eingeklemmt. Ja, die zwei Polizisten, die neben hier sind, sind eingeklemmt im Auto. Also wir sollten uns jetzt ein bisschen organisieren. Wir haben einige... In dem Urus da vorne. Nein, in dem Tacho vor dir. Achso, ihr seid eingeklemmt. Ja. Ach, ich habe es gerade gar nicht gecheckt. Was ist mit dem Urus da vorne? Die sind auch eingeklemmt. Die sind beide eingeklemmt. Okay. Braucht ihr Hilfe? Soll ich dich rausziehen? Ja. Ja, ich glaube die Tür, die... Also ich kriege auf jeden Fall die Tür nicht auf. Ja, warte. Dann hole ich schnell was raus im Augen. Oh, ne. Ich habe keine Brechstange dabei. Na, super. Soweit ich weiß, hat sich noch keiner davon gekümmert. Ich meine, wir könnten probieren, die Scheibe einschlagen, ne? Oder du müsstest weg gucken. Ja, natürlich. Perfekt. Denk mir schon auf die Affirmativ. Es gibt wahrscheinlich noch irgendwann eine große kleine Annahme. Perfekt, jetzt offen. Ich kann dich da rausziehen. Warte. Oh nicht. Äh... Ungefähr... Sechs bis... Zehn... Weiße Maybach. Auf drei. Ja, warte. Hängst du dich noch am Gurt? Würde ich noch mal abmachen? Weil sonst würde ich den Aufschneiden. Ja, der Gurt hat sich irgendwie gelöst, ja. Achso, okay. Ist komplett... Er ist komplett hinten. Okay. Dann zählst du zusammen, dann zieh ich dich raus, ja? Ja. Drei... Zwei... Eins und so. So, dann höre ich einen anderen Kollegen auch noch schnell. Warte, ich kann rüber rutschen. Ich versuche rüber rutschen, dann ziehst du mich da raus. Ja, rutsch rüber, genau. Dann machen wir uns so das, wenn es das gescheide. Komm her. Eins. Zwei. Drei. Und ruck. Geht es dir sonst noch gut? Braucht du irgendwas? Ganz ordentlich, aber... Muss man gleich mal gucken. Sonst geht es erstmal. Ich schau nochmal wegen dem hier. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Eieiei. Sind sie schwer verunfallt? Ja, der meinte hier... Der Polizist... Der meinte, er muss hier mit 300 gegen Fahrbahn in den Tunnel rein. Ja, so wie es halt aussieht, sieht es so aus, als wir einen Seentunnel gegen Fahrbahn gefahren. Nee, nee, wir sind die Leute rausgekommen und dann kommen wir hier. Negativ, der BMW ist vorher hoch. Die Wucht müssen wir uns gedreht haben, irgendwie. Ich muss sie jetzt helfen, wir müssen sie dann mal rausziehen. Ja. Ich muss uns da alle rechts gleich hinlegen, ja. Ich mach mal hier kurz das Ding auf. Bitte schauen sie weg bitte. Im Gesicht am besten weg von mir, dass ich hier die Scheibe einschlagen kann. Der Treffen ist auch ne Kunst für sich. Was ist denn das für ne Scheibe? Ja, alles gepanzert hier. Adam 19 10-6 Mechaniker. Also wir sagen, es ist eine gepanzerte Scheibe. Ah, die glaub ich nicht. Warten sie mal, ich muss das von hier oben machen, glaub ich. Schöner Auto. Ach komm. Was ist das für ne Scheibe, ruhig nicht eingeschlagen. Ah, endlich. Ach so. Gut. Hören Sie auf, ich ziehe erstmal den Fahrer raus, ja. Ja. Okay. Sind sie noch angeschnallt? Ist er gut noch drin? Ne. Ich bin abgeschnallt. Sind sie alle abgeschnallt? Ich bin noch angeschnallt. Okay, dann ist das so. Dann nehmen Sie meinen Arm, kommen Sie durch das Fenster durch, ne? Ja, okay. Passt das? Perfekt. Auf drei. Eins, zwei, drei. Nehmen Sie mal meinen Arm, nehmen Sie mal den Finger. Ja. So, da ein bisschen, ein bisschen da rechts rüber, genau. Ja. Setzen Sie sich da hin. So. So. So, als Beifahrer, sie sind angeschnallt, oder? Oder nicht? Wenn Sie nicht angeschnallt sind, dann können Sie rüberrücken. Probieren Sie mal, probieren Sie mal hier rüberrücken. Dann muss ich drüben die Fensterscheibe nicht einschlagen. Ja. Dann kommen Sie her. So. Nehmen Sie mit meiner Hand und auf drei ziehe ich sie raus, ja? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. So, kommen Sie mit, kommen Sie mit, kommen Sie mit. So, ich trage Sie hier rüber, so. Setzen Sie sich da hin. Ah, sie ist informiert. Es kommt gleich ein Bus. So. Der FDR wird mit der Frage Status bei den Bikes geschlossen. So, hinten sitzt, ah, warten Sie. Da hinten muss ich, da ist die Scheibe offen, Gott sagen. Dann muss ich gar nicht die Scheibe einschlagen. Ja, sie ist offen. So, Gurt ist dran, oder? Ja, ist es noch dran. Ja, warten Sie, dann nüge ich mein Messer, dann schreihe ich das auf. So, warten Sie. Dann mache ich das mit dem Messer, mache ich das. So. Immer mal ein gutes Messer dabei, für solche Situationen. So. Gut, dann. So, wegpacken und dann kommen Sie her. Ja. Dann nehmen Sie mal eine Hand, ja? Auf drei ziehe ich sie raus. Eins. Eins. Zwei. Drei. Und raus. Kommen Sie mit, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Rüber, rüber, rüber. Ja, ja, ja. Perfekt. Brauchst du noch Unterstützung, oder? Ne, den letzten ziehe ich noch raus, hier. Da sind nur zwei Personen drin, die ziehe ich noch raus. Ja, Mechaniker ist informiert und hat sie auch. Kommt gleich ein Bus. Da muss ich aber die Scheibe einschlagen, theoretisch. Dankeschön. Aufpassen, ich schlage jetzt hier gleich nochmal die Scheibe ein, hier auf der, auf der einfacher Seite schauen Sie weg, ja? Ja. Bei, äh. Keine Ernährung. Kriegst du da raus. Danke. So. So. Perfekt. Ja, hat besser geklappt als davor, immer aufs Auto steigen. Da sind ja zwei von Ihnen drin, hab ich gar nicht gesehen. Ja, genau. Ui. Äh. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ey, die Person, die da auf dem Arm liegt, die hole ich jetzt als erstes raus, ja? Ja. So. Drei. Ah! Das ging aber schnell. Kommen Sie mit, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Also wir konnten jetzt keine Schlesie feststellen, aber mehrere Personen setzen. Ja, das stimmt. Wie viele sind sie denn da? Ist ja wie so ein Clowns-Bus hört ja gar nicht mehr auf. Hahaha. So. Schaut zwei oder ne ne, der Mechaniker. Gut. Und sie ziehen wir auch raus. Auf drei geht's los. Ist der gut? Weg? Ist er offen? Ne, der ist noch dran. Ah, okay. Da ruhig ich mein Messer raus. Machen wir gleich. So. Was? Elf Leute. So. Fällig. Was? Linken 64, 1076, aus. So. Ich würde das so fühlen. Gut. Ist offen. Dann nehmen Sie mal meine Hand und dann zieh sie raus. Eins. Zwei. Drei. Perfekt. Trage sie rüber. Ja, du siehst ja wie schnell das gehen kann. Rüber da. Perfekt. Hinsetzen. So. Das waren glaube alle. Gut. Äh. Da müssen wir mal gucken was hier passiert ist. Wo ist der Kollege ist da weg jetzt? Ja, der hat sich abgemacht. Er ist ja schuld. Warte. Ich würde nur gerne wissen was da genau passiert ist gar. Das würde mich interessieren. Das war noch ein anderer Kollege der weggefahren ist. So ist es. Passt. Klasse wie sie sich aus dem Staub machen können. Ja, ja. Ist auch direkt abgehauen. Ja, ja. Das Problem ist bei uns brennt grad ein bisschen der Hut. Ja, muss man aber trotzdem nicht mit 300 hier rasen oder in Gegenfahrbahn. Irgendein anderer Kollege ist auch noch durch den Tunnel wieder zurückgefahren. Ist auch abgehauen. Ja, ja. Nachdem der unsere war. Da haben wir unterlassene Hilfeleistung von PD und dann auch noch Verkehrsunfall verursacht. Unterlassene Hilfeleistung von PD inwiefern? Ja, ich war noch ein paar Minuten. Die sind einfach weitergefahren. Kurz angehalten und weitergefahren. Also wo sie in sie vollgas reingefahren sind oder was? Ja. Das war ein Raptor oder? Ne. 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 Ne BMW war das. Der war hinterm Raptor glaube ich. Der ist ähm. Der ist jetzt hier durch und dann wieder umgedreht. Ja, das müssen wir dann intern klären was da passiert ist. Bei ihnen geht's soweit. Der Kollege ist volle Kanne mit 300 hier in mich reingerast. Gefielten 300. Keine Ahnung wie schnell er wirklich war. Aber es hat ganz schön... Oh. Ne Mechaniker arm ist der. Der ist ja. Der ist ja. Ich hab übelst Kopfschmerzen. Linken 64 von Linken 24 kommt. Na ja Mechaniker ist informiert. Also ich hab den gerade informiert. Deshalb. Ne. Die sind grad am Boden. Ich hab den gerade informiert sonst äh. Ja und Taxi ist auch informiert. Der kommt gleich mit dem Bus an. Dann kommen wir gleich an. Uns fünf jetzt weg zu bringen ist ein bisschen schwierig ne. Ich meine bei mir ist ganz schwer mit dem Auto da hinten. Ja. Dann müssen wir einen Bus holen. Aber sie müssen auf jeden Fall ja alle ins Hospital rüber ne. Das ist das Problem. Ja. Ja so kriegen wir das nicht hin mit dem Transport. Er hat doch schon Bus gerufen. Ja ja Bus hab ich. Ja ja der hat dann gerufen ne. Der kommt gleich. Jetzt hören wir mal gucken dass wir hier das Ding sicher bekriegen was. Also sie sind. Ich verstehe es jetzt nur gerade nicht. Sie sind von der Seite gekommen ne. Von hier. Hier durch den Tunnel und direkt am Ende des Tunnels stand halt. Genau mit die schneidigen 100 sind wir hier rausgefahren und auf einmal kam er mit 300 oder so entgegen. Ich konnte nicht mehr ausweichen gar nichts mehr. Ich hab mir wirklich gemerkt und dann auf einmal alles schwarz. Naja alles schwarz. Das war wirklich ne Millisekunde. Äh der war der Fahrer des Fahrzeugs. Also dem hier. Von sie. Der kriege ich mal einen Ausschuss für den. Ja. Normalfahrt verledet. Das war jetzt bei Apple Shop. Bitteschön. Einen Führerstein haben sie auch? Ja. Ich auch mal bitte. Bitteschön. Dann geh ich erstmal durch. Lass es nämlich abchecken. Zwei goldene Weibachs bei der Baustelle. Positiv rausgefahren. Was schreibst du mit Cody? Mario Meier. Ja. Wollen dabei nach oben. Eine bewusstlose Person. Da kann sich voll. Da unten ist er. Person mit Langwaffen. Ja aber ich kann nix dafür für den Umfall. Offene Rechnungen. Herr Meier hat mehr offene Rechnungen können. Bis zu 16.10 Uhr. Umstellen. 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 Inzwischen. Ja. Benut es mir zurück. Ja ich bitte dass wir ё im Suburban kommen können. 16.10 Uhr. um natürlich leid zu hören dass da der kollegin reingefahren ist und meine frage sind ja von hier gekommen hier ist 100 richtig mit 100 gefahren aber wenn ich hier mit 100 war hier drin und ich komme hier raus dann sehe ich das ja oder ist der kollegin vollgas rein der kollege ist volle kann der stadt richtung tun wir können auch eine der stimm auswertung von kollegen aber ich sage das weil einsatzfahrt sie da war mit blaulicht drum und dran pipapo sollte nicht passieren sowas aber ich sage es ist es passieren leider ab und zu mal unfälle man muss halt hier nicht in die gegenfahrbahn fahren wenn dann hat man sich halt hier vielleicht links zu halten an dieser diesen punch streifen kann man sich oft gut dran halten weptor kam uns in dem moment auch gar nicht entgegen oder der kollege hier goldene ball macht fährt wieder Richtung autohaus runter ah da kommt der bus goldene kommt auch Richtung autohaus runter wie gesagt das müssten sie wenn er mit dem kollegen klären der den reingefahren ist wie sie das jetzt machen ja da müssen wir auch schauen wer der unfall beschuldigte war weil ich weiß es gar nicht weil sie meinen ersten x5 gewesen oder x7 ne 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 der der bmw der ist zwar angehalten kurz ist aber dann weiter gefahren ja aber es war alles schwarz gesehen also er war keine minute später war der da sie meinen einen m50 x5 oder m5 welche farbe hatte der schwarze ja das weiß schon das ist ein kollege da werde ich nochmal fragen und der war vä 파arten nämlich nenne Auckland da muss ich gar nicht gesehen weil der hat einen bursler vorhin verfolgt der ist bis nach hinten gefahren da habe ich den sogar unterstützt ganz kurz und dann habe ich schon durchbekommen dass ich hier noch mal unterstützen soll bin ja angefahren also der war aktiv oder was das ding hier ist der ist ja volle kann also der ist der unfall verursacher jetzt verstehe ich dachte zuerst ein x5 dann das m5 jetzt sowas ging vor hier sind gerade mehrere biker bei mir es ist fd privat unterwegs wissen sie es gibt da gerade ein bisschen problematik das problem ist da waren jetzt mehrere verletzte im fahrzeug ich wusste nicht dass die sich schon kontaktiert habe ich glaube das ist lepd bei der abholung der fahrzeuge ja wurde mir das später mitgeteilt da sind zwei fahrzeuge nur vor ort also ist ein mann lepd fahrzeug einmal nur groß zum abholen alles klar dankeschön tut mir leid ich nächstes mal wenn wir das ein bisschen anders regeln ja sie stehen am pannstreifen ist ein bisschen problematisch deswegen der ein freundin von kollegen hierher gekommen ja das problem ist gerade am pannstreifen stehen und ich weiß nicht was sie mit dem ganzen unfall zu tun haben sind sie der abholservice nein wir heute nur gucken ob alles ist hier keine show zum gucken eigentlich das ist ja wie gesagt eine freundin ja aber es ist ein unfall passiert und wenn sie damit so vielen fahrzeugen sie können sie können die fahrzeuge gerne drüben einparken wenn sie rechts rüber fahren oder so ich bin noch immer an dem fall dran mit den anderen personen die hier eingeklemmt waren ich habe bereits alles hier organisieren müssen da ist bis jetzt kein kollege zu dir kommt das kann ich zu dir auch noch kommen ja wenn du gleich dann fertig bist und die anderen das nicht gebracht haben dann ist alles gut ja aber hier waren jetzt alles gut weil du hast irgendwie gesagt mit dem mybus ist was ne ne mir geht es gut es ist nur gerade biker sind gerade gekommen aber die fahren jetzt wieder da waren jetzt gerade sieben eingeklemmte personen ich musste gerade alle raus so dass sie managen jetzt kann ich eh jetzt was weiterfahren aber ich bin nur ein kilometer von dir weg kannst du mir dann 10 20 senden ich schicke ihn dir personen alles da dankeschön jo danke dir tschau jetzt gleich west highway tankstelle also die kollegen kümmert ich bin der einzige der sich gerade um die kollegen kümmert ich ich gabel gerade alle auf hier ja gut aber wenn sie privat unterwegs sind sind sie auch schwer zu erkennen gut ich muss leider weg ein kollege klemmt fest ebenfalls die klemmen ja alle fest und ich verstehe nicht warum helfen die anderen kollegen nicht mit ich weiß schon der hut brennt so ein bisschen jetzt gerade und die verfolgung sind aber es kann ja mindestens nur ein zweiter kollege mitzuhelfen ich mache hier gerade alles alleine seid ein bisschen blöd das wäre halt cool wenn ein kollege oh ne jetzt habe ich das überschrieben ich voll trottel natürlich habe ich das überschrieben so das ist ja immer voll fast falsch angefahren bei dir alles gut also der liegt hier vorne gut dran jetzt hoch richten poschen das ist okay wie viele gerade im einsatz ich glaube heute sind gar nicht so viele im einsatz das kann es natürlich sein wenn so viele nicht kurz im einsatz sind weiter statt einwärts Richtung markler biegen vorher rechts ab wieder links weiter rechts hallo moin ich wusste gar nicht dass du hier drin bist ja ich war der kollege der an dem Maybach hier dran war und der Raptor mir frontal reingeballert ist und deswegen hab ich den oh mein gott weißt du was mir passiert ist ich dachte die meinten den da hinten den unfall weißt du was mir passiert ist ich bin den unfall den anderen angefahren da hat sich keiner drum gekümmert ich bin der einzige der sich um die kollegen kümmert weißt du was da war da ist auch ein polizist ist denen da sind obola da sind sechs leute dringend gesessen im auto sind dem reingefahren und ich dachte das war jetzt der unfall also ich muss hier noch mal kurz frei machen ja der ist mir frontal hier wirklich mit ja gegen geknallt dann kommt der Maybach flüchten und genau im tunnel hinten ist das ja passiert das ist auch frontal anscheinend ein polizeiauto in den ding gefahren ja genau ich hatte ein VU hier oben im Palito mit ähm ein Maybach für Unfall ja wer ist denn der nochmal scheiße bin ich so verwirrt von dem Unfall im SUV auf jeden Fall ich seh ich das Ding nicht weg du und äh ja frontal reingefahren also muss auf jeden Fall abgeschleppt werden und repariert werden nur meins der andere ist abgehauen Vorsicht walten nicht dass wir gleich anfangen zu schießen ein SUV in Ford wir brauchen jetzt auch nochmal Einheiten hier bei uns ein SUV Ford Ford Explorer Ford Explorer genau ja fährt links runter ja danke mein Kollege hockt mich grad schon raus fährt wieder runter Richtung Stadt ciao danke das heißt der kommt jetzt auf den Verunfallten zu ja bist du eingekleppt mit dem Blut war komplett wild was da alles im Funk abging ey ne weißt du es war so verwirrend weil ich mich halt um den Unfall hinten gekümmert habe und ich wüsste nicht dass du hier auch noch bist na war halt drüben exakt so ein gleicher Unfall passiert ist direkt neben dir und da hat er sich aufgeregt da waren sieben Leute im Fahrzeug hat er sich aufgeregt dass der äh war ihnen Sheriff war das glaube ich oder so ah ok äh und sie lang halt auch mit Volker Racho hatten halt alle Blackout gehabt am Schein äh alle waren sie weg ganz kurz und dann habe ich mich jetzt da umgekümmert ganz alleine einfach sieben Personen rausgeholt ja wir sind heute richtig unterbesetzt ey was da los ja ja ne die anderen sind grad in der Verfolgung weißt du ich denk mir auch so es könnte mal vielleicht einer anhalten und halt mithelfen weil wenn wir zu zweit sind sind wir sind wir wenigstens schneller so ich hab den Gurt grad aufgeschlitzt danke so nochmal noch gucken dann zieh ich dich gleich raus äh ich zieh ich durchs äh durchs Fenster durch alles klar also bei der Hand jo hab ich jawoll dann drei zwei ja perfekt ja klapp doch soll ich dich rüber bringen ja bitte ja komm steig ein ah Linkel 10 könnte schnell näher holen bis das in die Objektiv so äh Fahrzeug abgesperrt wir fahren sie irgendwo hier nur gerade raus ja lass mal so stehen ähm also hier müssen wir nicht fahrbereit eigentlich machen ne ja der Mechaniker kommt hier wobei der Mechaniker kommt ja ist recht ja ja wird schon kommen das kann ja kommen irgendwer hat in meine Scheibe geschossen als ich vom Ding weggefahren bin zum schnellsten weg ins Mission Rock na ok katastrophe äh heute ist wirklich ein bisschen katastrophe aber aber auch nicht immer so unterbesetzt ja ne ja so heute ist aber wirklich krass also mhm ich glaub jetzt waren 6 oder 7 Petrol Einheiten nur ne mhm ja ich war es halt auch nicht so gewohnt jetzt so so viel auf einmal und dann bricht alles auf dem Kopf zu sehen ja muss auch mal sein ne oh jetzt geht auch noch das los ich könnte kotzen ey gottlank bin ich nicht als Verhandlungsführer eingetragen ja hoffe ich halt ich hoffe King 50 ist noch da seht ihr auch das Boot dahinten das 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 also kurz gucken wer noch eingetragen ist ja mach mal wo sind wo sind die äh die Fahrzeuge hier ist ja eine verlassene Köln der Maybach hier ist der eine verlassenere Köln der Maybach hier ist der eine verlassene Köln der Maybach Ich habe eh den Leuten gesagt, heute brennt ein bisschen der Hut bei uns, weil die sich schon beschwert haben, dass keine Angehalte von der Polizei vorhin, habe ich mich bei denen regelrecht entschuldigen müssen, weil die halt verunfallt sind schwer und der Kollege ist halt einfach dran vorbei, hat keine Hilfeleistung gegeben, habe ich gesagt, der war halt in einer aktiven Verfolgung drin und dann habe ich das ausbaden dürfen für den, aber ich habe auch gesagt, der Hut brennt halt gerade, also ja, geht halt nicht anders. Wenn jemand Blaulicht aus ist, da erkennst du auch nicht, dass ein Polizeiauto ist, ey. Naja, ist auf der Sinne, ich bin auch heute komplett anders angezogen, Businessman. Ich dachte schon, du gehst gleich auf eine Feier oder so. Ne, ne, ich tauche ein bisschen unter so. Als King-Unit muss man das ja, ne. Ja, das stimmt. Und ich sage dir was ist, die Tarnung ist super. Ja, also bis heute die Leute haben mich nicht erkannt und die Karren sind auch nicht erkannt bis jetzt. Zwei Führerscheinabnahme. Ach geil. Einfach vor mir direkt mit Doppelder gefahren. Also es denkt halt keiner, dass da im Kopf drin sitzt. Ja. Und da noch mit Anzug. Hat auf jeden Fall Stil. Ja schon, ne. Scheinbar. Ja, ist aber auch mal was anderes. Wann hat man schon mal einen Polizisten im Anzug gesehen, so? Uiuiuiui. Die Kopflösen, ey. Das wird schon. David, an der hinteren Trefferposition. Uiuiuiui. Geht in 107 Uhrendienst durch. Noch eine Einheit weniger. Ja. Ciao, ciao. Fahrweltkanalisation mit dem Boot. Also, halt es der Wege gehalten. Jetzt da nochmal zur Tante Bertha. Mhm. An der Fahrschule sind zwei G-Klassen in Schwams. Fachkräftemangel, überall. Ja, so ist es. So, dann gehst du mal rein. Soll ich dich dann wieder mitnehmen? Ja, das wäre super. Ich fahre richtig zum Schnurrabe. Der FDR wird mit der Frage, hat schon jemand am Juwelier mit den Tätern Kontakt aufgenommen? Gerade auf dem Weg. Boah. Gerade auf dem Weg? Sie sind schon weg. Das war so wie mit Karl-Heinz, wo keiner da war. Das war ja so geil, Leute. Das war ja so geil. Wisst ihr noch, wo Karl-Heinz das Stream war und es war einfach niemand dort? Aber die so hart gefeiert. Noch eine freie Petroleinheit, die mit einem Offroader dann am Juwelier verfolgen könnte. Schon lange mit dem Sub-Arm, da. Wir können auch verfolgen. Die Bertha ist die Beste. Das ist so. So Mission Rogue über, ne? Das wäre super. Jawohl. Eigentlich können wir mit Blauicht fahren, weil so viele Einsätze sind. Sonst kommen wir dazu gar nichts mehr jetzt. Hm. Hast du denn ein Radio aufgedreht? Ja, das Problem ist, ich hör kein Radio. Ich hab immer Rohrstoppeln drin im Auto da. Ah, okay. Und deshalb, ich hör das nie. Das Problem ist ja die Seriensteuerung. Wenn ich hier so mach, die ist heute ein Radio gekoppelt. Das ist das Problem. Und ich hör's halt nicht. Aber du hörst das. Ja. Ja, weil ich schau, wie's rauskriegt. Weil die nicht vom Werk so für den Polizeidienst gemacht sind. Ja, ja. Da kommst du an die selben Knöpfe. Da vorne steht ein Ritzer, ne? Ah, Stand. Ich bin jetzt hier am Pier gewesen. Ich hab sogar blaulichs aus, dass am Hauptplatz nicht jeder mitkriegt. Ist das einer von euch am Pier? Ja. Ja. Hallo? Am Nickygang hat ja auch jetzt Spuren von dem KVZ abgenommen hat. Ja, war keine Brand. Okay. Da war ein da vorne, ich steht auch schon seit drei Stunden da. Welcher? Der LKR oder der Lamu? Der Lamborghini, der Aventador. Genau. Ich hätt seit drei Stunden hier. Ich dachte, der wird mal abgeschleppt. So, soll ich dich vorne rauslassen oder unten in der Garage? Ja, lass vorne raus raus. Ich danke dir, ne? Jawohl, bitteschön. Na, bis denn. Bis dann. So, gucken, ob ich einen Werkzeugkasten hab, aber ich hab kein Werkzeugkasten, ne? Sag's bitte dem Mechaniker Bescheid. Unten hat sich grad schon wieder einer aufgelegt, dass ein Heli auf dem Nachweil gelandet ist. Oh Mann. Ja, weißt du. Nein, ich möchte fragen. Ist ja die einzige, die folgenden Einer hat am Jubiläer. Können wir noch mehr? Wir sind gleich auf dem Weg. Klingt vor, wer auch auf dem Weg. Da wird ne Highspeed sonst benötigt beim Jubiläer oder nicht? Ich fahre ein Aufschlottfahrzeug. Ja, ein Backup vielleicht. Okay, ich fahre. Ich fahre auch noch Aufschlott raus. Nein, den halte ich dann bei der Verfolgung besser los. Meine Weste fehlt, die ich vorhin anhatte. Die ist weg. Muss ich nochmal anziehen. Auto kaufen. Es ist leider keiner vom Auto aus da. Sonst hätte ich schon gemacht, oder? Also jetzt kann ich endlich weiter vorlesen, dass es so lange gedauert hat. Laura 1 zu 7. Bist mega gestürt. Ich liebe deine Livestreams. Hat man immer was zum Lachen, leider vor drei Stunden. Markus Stadelmeier. Das Ebay-Meme mit normalen Leuten. Bilder bei Tag, Vorsitzender, Community, bei Nacht. Habe ich erstellt. Ja, das ist auch echt so. Das ist einfach ein gutes Meme geworden. Wirklich. Da geht Respekt und Props raus. Was halt echt so ist. Ich möchte halt die Weste kaufen. Ich frag mich schon, warum er meine Weste weggemacht hat. Oder ist das vielleicht, was ich gespeichert habe? Das kann sein. Weste auf einmal nicht mehr da gewesen. Von vorne bis hinten. Und meine Chimp und meine Waffen waren ja auf einmal weg. Das hat gar keinen Sinn ergeben. Hat mir irgendwann eine Datenbank gemacht. Datastore geleert oder so. Der Datastore geleert. Wer kennt es nicht? Ich brauche unbedingt die Weste, weil ich im Polizeieinsatz bin, habe ich ein Problem. Bist du? Hier war das. Anzug Weste. So. Passt. Passt. Jetzt haben wir auch eine Weste dabei. Walderfälle. Ich muss die Waffe immer wegtun. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Waffe. 10-4-HT. Bis wurden PD vor Strahlenweg gestohlen. Kennzeichen bekannt vom Fahrzeug. Negativ. Schade. Wollen wir doch frage was für Fahrzeuge sind beim Jury? 1 Uhr. 10 Uhr. 10 Uhr. Klingt vor ich fahre jetzt das Backup an als Highspeed zum Jury. Hälfte mit informativ. Kein Kennzeichen am Fahrzeug montiert. Mach mal ein Jubel mit oder Leute? Habe ich richtig Bock jetzt drauf. Ja. Action. Also heute actionreicher Stream. Hauen wir mal auf den Like Button rauf oder auf die 6k Likes Leute. Wir sind kurz vor 6.000. Haut mal auf den Like Button. Deshalb glaubet man euch. Jetzt aber wirklich. Auf die 6.000. Würde mich sehr hart freuen. Ich stelle mich hier so als Backup hin. Hast du ihn vorstück generiert? Das ging vor. Dann schon. Wir stellen uns hier hin. Wir behalten uns bedeckt als Backup-Unit. Wenn wir hier drin sitzen bleiben und einfach uns bedeckt halten. Wobei wir können auch ein bisschen weiter vorfahren oder? Nee komm wir bleiben da. Der Urus kann mich in die und in die Richtung abhauen. Boah ich muss so dringend Pipi. Glaubt ihr das fällt auf wenn ich jetzt in die Flasche hier reinpisse? Ich bin gleich wieder da Leute ich muss so dringend. Ich mach's immer so schnell. Ich hoffe ich werde nicht angemessen. Ich kann schnell Licht holen dann können wir weiter tanken. Ich kann schnell Licht holen dann können wir weiter tanken. Der Forderung ist keine R1. Die Antwort ist doch nur so schade. Aber bei der Forderung ist keine R1, die Antwort ist es bei bis auf dem Platz. Der ist wieder gelandet. Der ist weiter geimpft. Und das ist nicht so nachher, dass die Kaffee ist. Vielleicht gibt es noch jemanden, der sich keine R1 vorstellt. Ich glaube, ich stehe den Kaffee. Wäre vielleicht noch jemanden für die R1 zum Beifahrer? Das ist nicht so, ey, ich hab mich für den Kaffee. Dein Standort. Äh, könntest du für den Mechanismus machen? Ich bin auch weg. Ich muss den nur ganz lieb fahren, um die dann aufzusehen. Oh so, oh so, oh so, oh so, oh. So. Ich hoffe, ich wurde nicht gerufen in der Zwischenzeit. Ich sage, wirst du auf, dass er da gerade so angedriftet kam? Das reicht. Standort. Ganz kurz auf Toilette, Alter. Leute, was geht ab? Wir sind kurz vor 6.000. Jetzt, das, das knackeln wir noch. Wir sind bei 5.600. Aber hallo, jetzt, jetzt, push mal mal den Stream rein da. Jetzt push mal den Like-Button full. Full. Was kann ich denn raushobeln, dass wir das mal knackeln hier? Auf die 6.000. Und? Ja komm, wir geben ein bisschen Gas jetzt. Ja komm, wir geben ein bisschen Gas jetzt. Ja, ich glaube, die gehört nicht zu uns. Ja, ja. So Leute, macht euch ready. Haut auf den Like-Button. Wichtig und richtig. Jetzt geht's los. Und ich hoffe, die startet sich durch. Überfall, die auch noch. Und nein. Und wir gehen nach. Jetzt geht der Klos. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ah, geil. Und jetzt geht's los, oder? So Leute, so macht man das ja. Wie lange hatten wir die nicht mehr? Schon lange, ne? Das ist was ganz besonderes. Auf die 6.000. Aber rein da wieder, Olga. Das geht richtig ab hier. Hat so'n Red Bull in die Hand. Wir müssen wach werden, Leute. Hier geht's gleich los. Ist gleich ne Verfolgungsjagd hier am Start. Mit kaputter Scheibe. Fühl ich voll. High Speed? Ja, King 4 ist besetzt. Einfach nichts drauf antworten. Genau mein Humor. Zeig nicht, die sind da im eigenen CAD. Dann bin ich echt dumm. Wie? Juwelier. King 4. 46. Juwelier. Wo ist das? Wie viele Einheiten sind wir denn? Jetzt gerade insgesamt. So die sind wir gar nicht. Hä? Wir sind 20 Einheiten? Inklusive Rookie? Da sind so viele Verkehrsunfälle gewesen, dass die alle draußen sind. Das Kennzeichen ist geil, ne? Das hat man doch geholt, das Kennzeichen. Songs. So. Jetzt kann ich jetzt ein bisschen weiter vorlesen in der Zwischenzeit. Das passt. Marcel Schüßler. Guten Abend. Kannst du mal PD als Offroad machen? Das habe ich sogar vorlesen vorhin. Coolio Killer. Mach weiter so. Bist der Beste. Kuss. Dankeschön. Kuss zurück. Markus Danke für 1 Euro. Für 2 Euro. Mit Lotto. Warum Lotto? So ich wollte jetzt anfangen Lotto spielen auf RL. ZivNBK. Moin. Mein Lieblingsstreamer. Wünsche dir einen angenehmen Dienst und viel Glück auf Führerscheinentzug. Sven Ruppe also 7 fürs Leben. RL-Familie. Kuss an dich. Und Chandel und liebe Grüße an euch beide. Dankeschön. Für den CivNBK. Vielen Dank. Dann Mario R. Mit 2 Euro. Vielen Dank. Und Hannah McNeil mit 590 für den Server. Vielen Dank. Jetzt haben wir sogar vorgelesen. Und Robert haben wir vorgelesen. Ey da guckst du vor mit 50 Euro vor 3 Stunden. Das war ja mit Fies Ehre. Irgendwann wieder 108 und 1076 Mechaniker. Geiler Stream immer spannend hat er geschrieben. Lenny. Mein erster Schwer. Danke schön Lenny. Blacklight. Hey du brauchst Munition. Der ist mir jetzt auch aufgefallen. Wann kommt wieder Grand RP? Wird wieder kommen. Ich habe jetzt die letzten Tage so viel auf RLO verbracht. Aufgrund auch wegen 1 zu 7 und ja. Weil ich darauf Bock hatte im 1 zu 7 mitzumachen. War schon geil. Aber kommt wieder. Die da sauber. So. Sven Miki hast du erstes Sven überlesen. Nee nee. Ich habe noch etwas lang gebraucht. Schau mal vor 3 Stunden. Jetzt kann ich die vor 2 Stunden lesen. Sven Rumpel. Kuss an dich und Shan und liebe Grüße an euch beide von der Ostsee in Rostock. Dankeschön. Zurück. An die Ostsee. Der Misha Häfele. Geiler Name. Mal geht es dem Krankenhaus. Dreifacher Bandriss. Macht meinen Arm besser. Ui. Gute Besserung des Bandrisses. Dass ich bald wieder zusammenre... Man muss sich zusammenreißen. Das ist jetzt dumm ne. Einfach zusammenreißen und durch. Auf jeden Fall gute Besserung. Maikmann. Dank für 3 Euro. Mario R. Dank für 2 Euro. Maikmann. Zehner. Und hey. Vielen Dank. Der hat vor 2 Stunden dauert. Das tut mir so leid. Steven B. mit 2 Stunden. Vielen Dank. Adrian Kolarik. Ich liebe deines Teams. Like. Kuss getraus. Nalin4030 mit 2 Stunden. Vielen Dank. Und alter. Nina Dragon. Es tut mir leid. 2 Stunden ist es her. Es tut mir leid. Lass was regnen. Aber nur kurz. Ich muss weitermachen. Ich muss... Ich glaube das geht jetzt los. Da gleich. Du sitzt jetzt. Eherzeit einsatzbereit. Das ist das Problem. Alter Nina. Vielen Dank für 50 Euro vorhin. Vielen vielen Dank. Ähm. 2 Täter. Bye geil. Aviation. Vielen Dank für das Sipp werden. Und für 2 Euro. Bist der Beste. Freitig übelst. Vielen Dank. Und dann kommen wir von 10ern. Bist der Beste. Jesus der im Kreuz hat. Danke für 10 Euro. Jesus der im Kreuz hat. Wie nennt man einen? Ich überlege aktuell nur 1 Täter. Ich nenn ab. Ich hab eine Waffnung aktuell aufgeklärt. Äh. Faustfeuerwaffen und ab. Wie nennt man auf chinesisch. Oberschenkelbeinbruch. Knicki Knacki. Na. Bei Sacki. Ich hab ja keinen getroffen. Warum ist das so blöd. Dass es wieder lustig ist. Aber der war gut. Der war gut. Aber wir haben immer gecancelt. So wie Monti. Wegen Bamaininion. Wir sind erstmal gecancelt für. Jakob Fug. Danke für 5,99. Das ist ein guter Name. Was ist eigentlich mit Fox passiert? Welchen Fox meinst du? Officer Fox? Oder Fox im RP? Informativ. Es ist noch ein dritter außen unterwegs. Und was machst du? Bist du Anwalt? Und mach bloß. Weiter. Was? Wie? Ich bin Anwalt. Auf die Million. Auf jeden Fall verdient. Vielen Dank. Ich bin kein Anwalt. Nein. Kommst drauf, dass ich Anwalt bin? Also. Scheiße. Erliegt mich jetzt einfach. Ich bin in real life eigentlich ein Anwalt. Aber Officer Fox habe ich erst geredet wieder vor kurzem. Vor zwei Tagen. Ich muss eh nicht oft das mal anschreiben jetzt. Dass du ihn meinst. Dass du ihn meinst. So. Robin. Weiß ich wie wir herstellen Robin. Lose Panda. In meiner Arbeit ist die Aussage einen ruhigen Dienst verboten. Jeder glaubt dass es ein schlechtes Omen ist. Security. Ist es auch. Aber ich sag immer wenn ruhiger Dienst ist. Dann weiß ich dass irgendwas nicht stimmt. Weil irgendwas kommen wird. Ist immer so. Sobald es ruhig ist geht es immer ab dann. Spiral. Ich muss jetzt ein Referat über Homeland Security machen. Ah cool. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Magna Lump. Münzwurf beim Friseur. Zopf oder Karl. Noch einmal ziemlich cool. Äh wenn. HP. Also HP. Ein Drucker. Einen Namen Baxter rausbringt. Also ja. HP Baxter. Liebe Grüße an Magna Lump. Noch einmal zurück. Dankeschön. Stoneman oben. Und da fehlt ein Gwerdel. Ja sowas von. Ah. Schüsse negativ. Schüsse negativ. Alter. Wer hat geschockt. Ah Junge du hast mich fast getroffen. Hier ist halt gefühlt. Was passiert? Gefühlt zwei Millimeter neben meinem Kopf eingeschlagen. Hahaha. Ich hatte gerade Glück im Unglück. Leo, Harry, er los. Herr Rumpel sieht irgendwie aus wie anderes Auto. Ach komm so schlimm ist er jetzt nicht. Das ist eine Beleidigung jetzt. Schau dir bitte mal Sven Rumpel an wie ist. Also es sieht doch besser aus als der Andel oder? Schau mal. Wisst ihr was mich ist? Andel. Sein Gesicht hat sich schon so oft auf RLO verändert. Wir sagen immer dass er. Dass er sich sein Gesicht machen hat lassen. Und seine Backen und Wangenknochen sehen gemacht aus. Andel. Also der Outdoors Verkäufer. Der hat richtig viele Schönheits-OPs hinter sich. Er war schon öfters im Krankenhaus. Nicht nur einmal. So TV Grinch. Was haben eine Frau und eine. Granate gemeinsam. Ein Ring zieht das Haus weg. Ja dann nenne ich auch noch. Deshalb immer schönen Ehevertrag machen Leute. Ganz wichtig und richtig. Teil Nieder. Die wollen mit dem Urus zu irgendeinem Fahrrad fahren. Komm ich bin der links rechts hast du bekommen von vorhin. Ich habe schon im Vorhinein gewusst. Wenn die jetzt nicht funktionieren. Haben sie auch in der Nähe noch ein zweites Fahrzeug stehen. Das sagen wir uns. Das hat er. Geiler Stream hat er gesagt. Ja. Alter jetzt kann ich das vorlesen. Und da guckst du. Geiler Stream immer spannend. PS mach bitte die Schildkröte. Hä? Hä? Ich verstehe. Ich verstehe. Und Umgebung. 500 Meter. 1 Kilometer. Abfahren und durchsuchen. Also R1. Ich glaube das nicht wirklich. Wir haben uns. Wir sind da nur zuhört. E. 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 Das Thema ist jetzt außenstehende Geisel. Nein. Es sind zwei Geiseln im Juwelier. Eine haben wir schon bekommen. Komm, 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 komm. Es geht gleich los. Die letzte Geisel kommt jetzt raus. Das würde sie absuchen. Die Geisel wurde rausgenommen. Befragt. Und sie hat uns was geäußert. Also er wartet noch bis sie losgefahren sind. Und startet dann da noch. Informativen, Täter steigen ins Fahrzeug. Ich würde noch kurz danach fahren. Wir fahren durch. Wir jubilieren Sie hier. Gib mir einfach ein Go. Nur zu Sicherheit mit ran fahren, ne? Oh, mein Blaulicht geht nicht mehr. Schau, perfekt. Also wenn die Sirene geht, ist mir das aber nicht so schlimm. Auf www.3.0-gefixt.de Der Wagen ist in der Kurve nix, ne? Der Wagen ist in der Kurve nix, ne? Die Geisel hat gerade ausgesagt. Die haben etwas vom Fallschirm geredet. Man sollte sich mit dem Uro nicht weit kommen, bis jetzt den Freifahrer zu befassen. Fahren Richtung 1 zu 7. Anwesend auf die Easterway drauf. Richtung Casino hoch. Weitere Aussage der Geisel so weiter mitbekommen hat. Hat der Freifahrer des Uros die Beute? Ja, King 4 ist hinten dran. Problem ist, äh, allzu schnell ist der Wagen nicht. Ja, aber es hat 100% ausgezündet, so wie der weggezogen ist. Schau mal, wenn der sogar schneller fährt als der Porsche. Wow! Der ist, keine Ahnung, wohin gerade geflogen. Hast du sicher Taxi? Ja. Aber die werden sich im Wald da verdingseln, weißt du schon. Alter, hat er gesehen wie der, wie der abgezogen ist? Der eine Wagen? Schau mal, hier, hier habe ich wieder Speed drauf, ne? Geht wieder um, kommt wieder durch den Wald. Dann komme ich gut von da. Jetzt gehts wieder auf die Easterway, stand einwärts. Bin hinten dran, für euch. Ja, der GTA 3, ja, es könnte schneller sein. Andl, was ist denn da los? Was friert denn das? Einfach weiterfahren. Ich muss heute noch ein neues Auto kaufen, sonst ist das, das Thumbnail ist uns Clickbait hier heute. Wobei steht ja Fragezeichen drin, da müssen wir eigentlich passen. Heute wird noch ein Auto gekauft, aber leider ist heute keine vom Autohaus da gewesen aus dem Grund. Nein, holen wir mich. So kein Krankenhaus bitte. Kein Krankenhaus-Appeel, da habe ich gar keinen Bock jetzt drauf. Aber wobei Bertha ist ja da, stimmt. Wie Bertha da ist. Werbel. Das kann doch nicht sein. Matze! Wo seid ihr? Ist grad Matze? Das kann ja nicht sein, das haben wir mich richtig. Mit einem roten Fahrcord ist links abgemogen. Links Richtung Jobcenter. Ach, mir qualmt der Wagen, perfekt. Ich muss zum PD fahren und Auto-Racing. Check out! Die Waffe! 10-20! Laufen weg! Auf den Kran rauf. Wir gehen auf den Kran rauf. Ja. Ja. 10-20! Ja. 10-20! Was war? Weißt du was? Ich komm mit einem Offroad-Motorrad an, ne? Ja, die sind auf den Kran. Ja, ich komm trotzdem mit einem Offroad-Motorrad, weil ich das Gefühl hab, dass sie da reinsteigen werden. Denkt dran, was sie gesagt haben wegen Fallschirm. Am besten wir fahren jetzt mal ab und schauen, ob irgendwo Motorräder rumstehen. Ich hätte gesagt, einer fährt mal in die Kanäle rein und guckt mal. Linken Trend, die war grad schon in den Kanälen. Also auf dem normalen Eingang steht keine Karte. Der Steak, nach kurzem Reveal-Vaccination. Ja, ich check mal ab. An welchem Kran sind die? Ist jemand am Outdoor-Motorrad? Der ganz großer müsste es sein. Ja. Ich check schnell ab, nicht dass die irgendwo Motorräder stehen haben und mich die auseinander... Check, ich fahre die mehrere Umgebungen ab. Ja, also sie klettern die ganzen großen Kran nach oben momentan. Die Nachspannfahrzeug ist ja gestellt, gehen ab gleich. Ja, dann werden die Fahrzeugwände irgendwo in fünf Kilometerreiter zum Stück stehen. Informativ bei der Theta... 10-1. Informativ bei der Theta klettern gerade an den Kran rauf und die sind gerade am punkten. Das heißt, sie haben äh, Außenkontakt noch. Der Bus ist im Eindruck dann hätte er zu stehen. Informativ. Boah, sind gerade auf der Hälfte vom Kran. Informativ, das hatten wir schon mal dann in die Richtung Grove Street geflogen. So, ich habe hier ein verlassendes Fahrzeug gefunden. Ja, ging vor, ich mache ihn immer Richtung Grove Street. Einmal mit Kennzeichnenabfrage. Ram, Lear 1. Und R-A-M, Lear, O-N-E. Ja, für so 100 hat man den letzten Stück gefunden. Und die sind einfach mal übereinstimmen oder der D-A-M. 10-1. Nein, übereinstimmten D-A. Haben wir die Air-1 auch hier? Ja, er wollte es am Kran, ja. Adam, Leit, jetzt erstmal Richtung Grove Street. Das sind Einkaufen. Ja, die können es halt lieber stehen mit den Fahrzeugen. Da stehen gerade zwei Leute an der Mega Mall stehen da zwei, aber ich glaube die sind nur einkaufen. Ging sonst eine R2 raus? Da sind zwei Täter, wenn die sich splitten ist der eine weg. Dann müsst ihr es schnell machen. Ja komm, ich bin jeden Moment in der R2. Zwei Einheiten stehen immer noch an der Baustelle und bereit für jede Richtung. Informativ, die Täter sind jetzt am Kran ganz oben angekommen. So, die stehen dann ganz oben am Führerhaus. Informativ, R2 startet gleich. Klumpen holen Waffen raus. Ja, einer macht ein Foto mit dem Handy glaube ich. Boah, ist denn jemand von der Sonne die Burgos dran? Kann schon heftig was die machen für einen kleinen Juraub. Ist doch schon nicht schlecht. So, jetzt sind die Täter, beide Täter an der obersten Spitze vom Kran. Da sind sie, jetzt sehe sie. Vielleicht kann ich es nämlich identifizieren am Outfit, wirst du? Wie schade? Ja, dann würde ich sagen, geben wir den WD keinen Platz, oder Watscha? Wenn einer kommt, ich weiß nicht. Für mich sieht es halt nicht so aus, als ob sie springen wollen. Nagert jemand unten an den Ubuose, eventuell ein Nagelbild davor und hintergelegt? Heilt sie wieder zum Ubuose fallen? Kingfurtin steht gerade noch an den Ubuose. Magst du das einmal machen, wenn du welche dabei hast? Kann ich machen, ja. Watscha, ich lande hier, ich lande hier oben zwischen, ich spare mir den Sprit. 2-1-L, Jonas, 2-2, ich auch, ja, welchen verfolgt gleich? Denken wir heute wieder 3-11, oder? Frage, wo uns schon den letzten Diskatypen waren, kriegen wir noch stark ins Auto. 2-2, wir schießen auf die Air, schießen auf die Air. Ein Täter ist runtergesprungen, einer ist runtergesprungen, beide sind runtergesprungen, beide sind leidende zu dem Fallschirm runter. Anscha, welchen nehmst du? Richtung Süden. Beide Richtung Süden, ich nehme den weiter vorne. Dann nehme ich den, der weiter oben ist. Haben beide von denen geschossen? Wissen wir nicht. Auf dem East, da steht ein schwarzer, äh, was ist das? Das ist das andere, ich will den. Da steht irgendein schwarzes Fahrzeug, ist das einer von uns? Nimmst du den an der Tankstelle, ne? Jawohl. Ja, der ist auf dem Bahngleis oben, der ist auf dem Bahngleis oben. Auf dem Bahngleisen. Das nochmal gibt's dann wieder. Schussweigabe, ja. Schussweigabe, ja. Schussweigabe. Schussweigabe. An die Einheit, Vorsicht, da kommt ihr genau. Schließung, Kollegen. Der steht, der bei uns, der steht, bewegt sich nicht mehr. Er gibt sich, er gibt sich. 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 Denkt vor, ich mit der Frage, braucht ihr eine Unterstützung? Bei uns, der steht, er gibt sich. Er hat die Hände um, er gibt sich. Am Panicbutton immer noch Schutzfeiert? Naja, braucht halt Fragen. Denkt vor, ich mit der Frage, braucht ihr eine Unterstützung? Ein Officer down, oben auf dem Highway. Seither down, seither down, seither down. Ten four. Also, haben wir beide? So, korrekt. Festnahmeerfolgade. Ten four, gute Arbeit. GG? Erfolgreiche Festnahme. Mein Kollege, niedergeschossen worden. Komm zu R1, wir fliegen den rüber. Wir sehen kein FDU-Nah mehr da. Den anderen Täter sofort in Zwischenrow. Nicht erst durchsuchen oder so. Sofort erstmal hinten. Hängt bitte auf Brüdinger an Sponsport. Ja, holt den Täter nach vorne. Wir nehmen den direkt mit der Tauschen. Mit dem Heli. Eine Einheit muss noch mit uns mitfliegen. Der liegt ganz vorne die Straße runter. Ja, genau. Der Kollege ist schon bei ihm. Nehmen wir ihn missen und steigen den Heli. Fliegen 24, 10, 15, 10, 30 fliegen. Fliegen wir mal in der Mitte oder in der Mitte? Nein, ja. Gibt's zum Leben und Tod, ne? Ja, natürlich. Was? Was? Mal drunter stehen die Karre. Ist eh zugesperrt. Hoffe ich halt. Alter, was? Nächsterrecher Stream. Ey, aber ich fühle, ich weiß nicht warum. Ich fühle Sven Rumpe übelst mit Anzug. Schreib mal eins in den Chat, wer es auch fühlt. Wissen Sie, wie ich fühle so ein bisschen? Wie dieser, ähm, Lucifer aus dieser, aus dieser Netflix-Serie. Oder war das Netflix oder war das Amazon? Ne, es war Amazon, war das. Amazon Dings, äh, Prime. Glaub ich, oder? Ach, keine Ahnung. Doch, müsste Amazon gewesen sein. Jetzt diese Serie Lucius, äh, Lucius. Lucifer, der diesen Polizisten hilft. Mit Anzug, ey, das, ey. Der sieht fast so aus wie er gerade, wenn ich mir das angucke. Hat schon Ähnlichkeit, aber ich fühle das voll. Weil es macht, also kein, kein Zivil-Cop mit Anzug. Schon mal aufgefallen? Niemand. Das ist richtig geil, kommt mal mit der Weste so, mit der Waffe. Das sieht schon geil aus. Informativ, den Kollegen, der bewusstlos geschossen wurde und den Täter, Täter fliegen wir mit der Air-Tour wieder zurück. In Zwischenro. Täter, seid ihr schon im Ausschuss gewesen? Wir sind gerade angekommen. Gelandet. Nzentfah. Glaube ich, ja, das erste Mal Air-1 war ich jetzt, glaube ich. Ja, schon lang her. Du musst auch schnell trainieren. Du bist eine noch halbe Stunde unter, aber. Für euch was der Rembrand war. Lincoln, 10.8 Lincoln, 10.76 AHHHHH, läckst mich am Ausschuss heißen. Ooooooh Okay, komm mal hin Was ist denn passiert? Hallo? Setzen Sie sich mal dahin Ist das ein Krebel gewesen Geht's Ihnen gut? Ja Anscheinend Anscheinend Halbwegs Können Sie mal die Maske runterziehen? Das sehen wir ja bevor uns haben Man hört sie kaum Sie reden sehr leise Ah, perfekt Ausweis haben Sie? Ja Dankeschön Können Sie sich wieder hinsetzen Kommt wieder hoch Jungs Ja ok Es war so Nee Oder Bart hört sowas dagegen, dass wir mit der R1 einfach rüber fliegen. Können Sie mir bitte mal folgen. Nee, mach doch. Guten Tag. Dann mit Täter und euch drei. Klingt vorrichtig verstanden. Der Täter wird mit der R1 wieder zurückgebracht Richtung Mission Row. Jawohl, wir kommen jetzt hoch. Ich nehme den verletzten Kollegen mit, ich nehme dich mit, ich nehme meinen Co-Piloten mit und den Täter. Nv. Nv. Können Sie gehen oder soll ich Ihnen helfen? Naja, es geht. Ich bin so außerhalb der Schmerzen. Er sieht so aus, als hätte sie ihre Weste noch gerade so geschützt. Wieso Schlimmes? Kollegen ebenfalls. Sie haben brav auf Westen geschossen. Okay. Ich meine, sonst wären sie nicht mehr hier, oder? Wenn wir in den Kopf geschossen hätten. Ja, zum Glück wurde ich nochmal. Das war ganz knappe Geschichte, glaube ich. So. Perfekt rechte Wissens hier, ja. Das muss ich Ihnen nicht sagen. Das ist super. Danke dafür. Ehrlich, du suchst hier nochmal, bevor sie hier rauf kommen. Und ich mir sicher sein kann, dass sie nichts mehr dabei haben. Natürlich. Wobei ich frag das zu den Kollegen, ob der das machen möchte. Der Kollege? Ne, ich hab ihn noch nie gehört. Wollen wir ihn drüben suchen oder hier direkt? Ne, ich mach es eben fix. Jawohl, mach das hier. Recht hast du ihn gefragt? Ja, er kennt seine Rechte. Das ist jetzt das erste, was ich mache mittlerweile. Willst du das? Gut, 297 Juwelen, äh 79, 279 Juwelen, Tag 9, Barretta. Passt. Dann muss ich ihm die Handschellen abnehmen. Ja, ich muss ihn mitnehmen. Ja. So. Ich lasse ich dann unten raus. Weil ich immer Kaul bin dran, ja? Ja. Dann fliehen wir doch mal mit. Ich muss sie mich auf dem Arm nehmen jetzt leider. Auf dem Schoß. So. Es ist aber schon lustig, wenn's, wenn's AMR und so nicht im Dienst ist. Denn wir Belegungspoint ist halt echt, ist echt Hammer. Ich meine, du musst halt kein Krankenhaus AP spielen in dem Moment. Aber es wär halt schön, wenn's mehr AMR und so da wär. Aber es wär halt schön, wenn mehr AMR und so da wär. Ich vermiss das schon so'n bisschen. Mittlerweile am Abend nur noch Bertha da. Ich meine, ist halt cool, ne? Aber wisst ihr, was das Problem auch ist, was mir so vorkommt? Und die Leute trauen sich da ein bisschen mehr. Weil du musst halt nicht ne Stunde im Krankenhaus gefühlt verweilen. Ja. 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 So. Mein Auto. Gut. Dann, ich helfe ihm. Dah reinhinten. Jawoll. Perfekt. Mechaniker und Weg damit. Ich glaube ich werde jetzt immer mit Anzug rumlaufen, fühle ich voll. Das fühle ich richtig hart. So. Ich denke, dass er ja sagt, dass ich mal bei euch mitfahren kann. Link und dann fährt man zur Schießerei. So vermeintlich. Alles klar, gut. Kring Force wieder da. Perfekt. Gut, dann fahren wir auch unsere Wege. Ja. Schießen für der Baustelle negativ. Link, wenn ihr mit der Frage Namen von den Tätern schon bekannt habt. Mein Schatz feiert Hauptplatz irgendwo. Habt ihr es auch gehört? Negativ, 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 negativ. Alles klar. Informativ ist einer der Täter einher Testung. Ich nehme direkt raus, das kann es jetzt gleich sein. Aber hier wäre dann das potenzielle Flugfahrzeug. Ich habe jetzt hier vor mir noch eine verletzte Person, wo ein Wildumfall. Das heißt, ich komme hier an dem Leben. Ich bin mal schon Mechaniker. Ich lass mal das Auto reparieren, hätte ich gesagt. Ja, also wir haben hier ein paar Block. Das Ding ist ja komplett total schade. Das Ding ist kaputt. So. Ähm. So, das kann ich jetzt mal vorlesen mit der Schildkröte. Ich weiß noch nicht, was da guckst du mit der Schildkröte, mein Freund. Aber der hat 107 Euro mit Fies rausgewuppelt. Der geht nochmal ein Herzring raus an dich. Da guckst du. Lassen wir mal alle ein Herzring da. 107 Euro mit Fies vorhin. Also vielen herzlichen Reizsamen. Sorry, dass ich das jetzt vorlesen kann. Aber es ist gerade so viel zu tun hier im Pedi. Vielen herzlichen Reizsamen. Er schreibt, egal das Film immer spannend wäre, es macht bitte nicht die Schildkröte. Das ist das Einzige, was man damit meint. Aber schon auch mal. Ich schrieb halt auf und an. Und Mechaniker nicht, oder? Klingt vor, 106 Mechaniker. So ein Vor. Perfekt. So mehr sehe ich sonst da aus. Perfekt. So mehr sehe ich sonst da aus. Perfekt. Du kannst das Licht anmachen, als wenn wir den in der Breite rücken. Ne funktioniert gar nicht. Ok, ja. Du kannst das machen, Leute. Einmal re-loggen. Da passt du rein. Klassiker. Sollen wir mal ausprobieren? Klar. Ne, ne. Lass mal, lass mal. Nicht reinkühlen. Ey, ok, alles klar. Allein drücken meinte ich halt. XPS Abstand 806. Da fahren jetzt viele, ne? Da fahren echt viele Leute. Spoiler hinten einfach nur geil. Feier ich hart. Warte. Also ist der, der untere, also, äh, besetzt wichtig? Dispatch. Da gruppiert sich was zusammen, ne? Das waren die, die noch vorhin, äh, die vorhin verunfallt waren mit dem Wagen. Ich fühle den Wagen schon mit dem blauen. X-Ray 3 mit der Frage, wo war die vermeintliche Schießerei? Sonst wären die am Parkplatz, aber da war nichts. Ich war gerade dann. Wir sind auch noch mal hier rumgefahren. Auch keine Feststellung. Ja, ich hatte ja auch, äh, das AMR Off-Duty, äh, gesprochen. Die waren gerade am Parkplatz. Die waren Kartfahren. Die hatten nichts gehört. Ja, z.T. war das zuverlässig. Was ist der Sound? Ja, positiv. Wir kennen uns? Ja, ja, ich bin der Herr Wulff. Ja. Sagen sie, ich hab gehört, dass irgendwie da noch irgendwas schiefgegangen ist. Wie ist was schiefgegangen? Die wurden irgendwie aus dem PD entführt. Äh, das haben wir mitbekommen, ja. Ja. Ja, ja. Aber erst zu spät leider. Weich sollten die weggebracht werden. Ja, ich weiß auch nicht, wieso die werden nicht weggebracht. Also ich war ja im Fitness. Das Court war ja da. Das hätte ja so laufen sollen. Äh, ich hab, ich hab ja den Leuten vom Court die Sache übergeben. Dass die das mal, wir können da ja relativ wenig machen an sich. Ähm. Aber haben wir mitbekommen, ja. Ja, da hatte ich dann irgendwie Personen. Hm. Ist mir auch noch nicht passiert. Aber naja. Kann man nichts ändern. Ja, muss ich hoffen, dass die limpf dich äh, wieder. Oh, wir sind dran an dem Fall. Ah, okay. Also. So ist ja nicht. Haben sie da schon irgendwelche Erkenntnisse oder dürfte das nicht sein? Hm. Naja. Was soll ich dazu sagen. Also viele Informationen haben wir nicht. Ich kann ihnen sowieso relativ wenig Informationen zugeben. Also es allein deshalb schon, weil ähm. Ich als Polizist ihnen eigentlich so keine Informationen zugeben. Also es ja keiner darf so gesehen. Ich kann ihnen aber Informationen geben. Bitte? Ich kann ihnen aber Informationen geben. Ja, sie können mir Informationen geben. Das stimmt. Es geht darum, ich hab äh, Kevin telefonisch erreicht bekommen. Mhm. Und sie meinten wohl, dass sie jetzt mal mit dem Balkan reden. Ja. Also sich ausreden, was denn alles falsch gelaufen ist. Ja. Also ich denk, dass das bis jetzt alles gut ist. Äh, korrigiere drei Gokats und hauen jetzt ab. Also sie, sie meinen damit da, sie wurden entführt und sie haben einfach nur geredet. Sie wurden jetzt entführt und jetzt reden sie nochmal. Sind sie sicher, dass es von den Balkan war? Ich bin sehr sicher, dass sie von den Balkan entführt werden. In der Richtung, äh, ob der Tankflik kommt. Ja und ich sag, wir können, das eine, was wir machen können, wäre halt vermehrt auf Streife fahren und gucken. Das Problem ist, es ist, äh, äh, wir suchen ja schon danach und schauen, ob wir irgendwo Anhaltspunkte sehen und finden, aber es ist halt. Ja gut. Ich muss, ich muss ihnen auch ganz ehrlich sagen, derzeit ist es gerade, es brennt der Hut gerade bei uns hier. Beim PI heute. Es ist gerade sehr viel zu tun, aber wir schauen schon, dass wir da was machen. Ja, also ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass die jetzt erstmal normal reden, das geht ja hauptsächlich um den einen Freund von uns, der da... Ja, das Problem ist nur, dass wir halt im Dunkeln sind, ne, weil wir müssen halt alles absuchen, ne. Es ist halt unmöglich, dass wir alles absuchen können, weil wir haben keinerlei Anhaltspunkte, wo die sich aufhalten könnten. Was ich glaube, die könnten bei deren Bar sein, aber das ist jetzt nicht das große Problem. Ich würde jetzt erstmal sprechen lassen, vielleicht kommt man da wirklich auf eine schreckliche Lösung endlich mal. Ja, aber wenn die sich bei der Bauverhaltung nicht entführt wurden, müssten wir beim Core theoretisch einen Dosierungsbefehl beantragen. Und ob das jetzt zu schnell hinhaut, ist halt die Frage, ne. Ich meine ja damit, dass sie vielleicht nicht da jetzt direkt reinstecken. Ne, aber mal vorbeifahren und abchecken. Aber das hat sich ja schon ein Kollege gemacht, also... vermute ich mir. Ich glaube, er sollte die reden lassen. Ja, ich fahr hier vielleicht mal vorbei, dort. Aber ich muss erstmal das Autorip reden lassen. Ja, und schauen, ob die da was friedliches vielleicht finden. Cards fährt Arcadius Oberhalb jetzt. Kaufen. Ich muss jetzt erstmal meine Rechnung begleichen. Jawohl. So, das werden wir einmal in den Möllen hinbleiben. So, das werden wir in einem Möllen hinbleiben. Oh! Ja, aber noch ein Part? Ja, Böhn! Ja! Ich überleg gerade, soll ich meinen Ofen anmachen? Achso? Achso. Ja, ne. Perfekt. Jetzt macht er mal den Ofen gleich an, dass er wieder durchscheppert durch den ganzen Tag. Hallo! Hi! Jo, folgendes. Scheibe vorne ist draußen bei der Kiste. Vorne ist er eingedellt und hinten ist er auch eingedellt. Hinten linker Kurzschläge, glaube ich. Ja, genau. Links und rechts. Und Scheibe hinten ist auch raus. Hat auch gemacht. Ist auch hinten die Seitenscheibe. Perfekt, alles klar. Jo. Ich schwöre mal auf für sie. Informativ, extrem viele Biker gerade Richtung Hauptplatz. Ist das ihrer? Das ist meiner, ja. Rund 10 Stück. Die Bikes rot. Alle gerade bei der... Und alles voller Weißer, aber in meiner Basis... Warten Sie mal? Das ist, glaube ich, kein gutes. 20 bitte noch mal. Und die 10 weiße Maibas bei der Hauptplatzgangstelle und 10... Wie heißt denn Ihr Freund, der entführt wurde? Kevin Reedy wurde entführt. Die Biker können auch das richtig sein. Und Vince Schwarz, die waren ja auch da bei dem Supreme Court. Ich habe eine Frage, waren die meisten Maibas nicht schon gemeldet bei einer Entführung? Ja, denn vorher waren ungefähr 6 bis 10 weiße Maibas komplett. War das die Entführung vom PD? Ich habe das nur gehört, dass vom PD drei Leute, zwei, drei Leute mitgenommen wurden. Ist das der Zusammenhang mit dem weißen Maibas? Ja, so korrekt. Wurde durchgefunkt. Ah, 10 vor. Ah, 10 vor. Okay. Ob Sie jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse haben? Also Sie glauben, dass die sich das friedlich... Also vermuten Sie. Also bis jetzt war alles friedlich. Also Kevin meinte zu mir... Hatten Sie schon Kontakt? Ja, ja, ich hatte Kontakt. Wie heißen Sie? Mit Nachnamen? Felix Wolfs. Wolf, jawohl. King4 mit einer Information von Felix Wolfs. Hatte anscheinend Kontakt mit den Geiseln in der Zwischenzeit. Die entführt wurden. Und es scheint ihnen noch gut zu gehen. Also es gab da anscheinend noch keine Problematik zwischen den zwei. Also Handy hat er noch, ne? Ja. Glauben Sie, wir können den Kontaktieren? Ich glaube, Sie können den Kontaktieren, ja. Adam White. Haben Sie die Nummer von dem? Adam White. Das war schnell. 800 28 28 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 10 7 7 7 9 9 10 Das ist der Sound auf der Spende. Huka telefoniert, er meint es ist alles gut, aber das Problem ist ja trotzdem, dass bei uns eine Geiselnahme ausgelöst wurde, also dass er mitgenommen wurde, das ist das Problem. Ja, ja. Muss nochmal gucken. Da müssen sie sich ja darum kümmern, erstmal glaube ich. Er meint jedenfalls sie haben nur geredet und sonst war es das. Also es hat sich geklärt dort. Ich glaube geklärt ist das vielleicht noch nicht, aber... Aber sie hätten sich früher an die Polizei wenden können, weil man hat schon früher Bescheid gewusst, dass das alles... Welcher weiß nochmal? Ah, ok. Der. Das habe ich sie ja hier rein zufällig gesehen und dann dachte ich ja, dann kann ich sie ja gleich ansprechen. Ne, weil ich wusste jetzt auch nicht anscheinend, wo die über die Maibachs hier in Fürth, aber... Ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich war ja... Ich habe das bloß so mitbekommen, dass die irgendwie verfolgt wurden, als ich am Münztelefon war. Mhm. Und dann hat er auch schon aufgelegt gehabt und... Mhm. Und was passiert denn jetzt? Das ist klar. Dann habe ich jetzt irgendwie durch... An... Langsam auch Angst... Oh. Ok. Ok... Wir brauchen alle eine Reparatur, Kreditur, was auch immer. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ach du Schande. Okay, aber ich werde mich jetzt erstmal wieder entfernen. Jawoll. Linkleton informativ. Alle drei kriegen den Team Stahl. Plus eine Führerschein-Sperre von 24 Stunden. Achso, ich habe den einen gesagt. Wir brauchen Reparatur und Punitur. Achso. Da eine Mechaniker hat grad die Krise bekommen. Das weiß, das gefällt mir von einer am besten. Ja, das hat auf jeden Fall was. Ja, das sieht richtig geil aus. Und vor allem, wenn du mit, keine Ahnung, 10 Fäden davon rumfährst. Ist auf jeden Fall auffällig, ja. Ich meine, das ist glaube ich, das ist das Problem. Ist es auffällig, ja. Also wenn ihr irgendwie mal Stress haben solltet, dann wird es schon ein bisschen doof. Aber so ist es geil. So sehen uns die Gegner, aber komm. Kann man auch positiv so ausdrücken. Ich weiß nicht, bin ich es schon wieder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, bin ich es schon wieder? Ich weiß nicht. Ist es meine? Meibach steht. Ist es eigentlich so? Ja, ist es voll. Also ist es schon fertig? Ja, ja, das ist, weil ich glaube, die selten anderen stehen. Ja, der ist fertig. Vorne eingebaut, hinten eingebaut, und hinten beides ausgedeckt. Ich bräuchte einfach. Ich geh mal eben zur Seite. Ähm, die Polizei ist richtig? Genau, ja. Okay, dann wären es einmal 300 Dollar. Soll ich in der Rechnung aufstehen? Ne, ne, ich mach aber 600 aus. So 1000 halt. Ja, der hat geschickt. Jawohl, gut. So, Auto ist abgeschlossen. Nicht wundern. Jawohl. Perfekt, tschüss. Alles klar, danke, tschüss. Ja, bitte. Für die Zeitung. Ja, bitte. Für die Zeitung. Ja, bitte. Ich muss dich mal kurz entführen. Die Frage ist, ob jetzt noch, äh, Dienst oder? Nicht, nicht Fotobomben hier. Ja, ich will ein Foto machen. Ja, ich will ein Foto machen. Ja, ich auch. So, wir sollen hier ganz kurz hier disconnecten. Damit mein Sound wieder da ist. Ja. Dann, muss ich vielleicht nicht, dass wir das weiter verschieben oder das… Ja. Ja, wenn du vielleicht… Ja. 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 Ja, ja. Da steht das P im R… Da steht das P im R… Wollen wir uns mal gucken, woher steht denn das? Das ist ja ganz schön was los um die Uhrzeit, bist du der Bad? Also das ist echt heftig, wie viele da sind gerade von der Pizzeria. Das müsste Pizzeria jetzt sein. Ist ja heftig. Biker auch viele da. Die Frage ist, wo ist das Kartell? Heute auch keinen Funk durchbekommen, dass die da werden oder so. Nur 1 zu 7 heute gesehen. Doch ich hab sie gesehen. Goldener Maybach auf der Autobahn. Nevermind waren doch da. Scheinten gab es da irgendeinen Schult oder so. Irgendes war ja. Ich hab noch genug. Das kann ich tassen. Ich hab noch genug. Ich hab nicht auffliegen lassen die Tarno. Ja. Ja. Gut. mal richten lassen sind ja gerade aber bei mechaniker deswegen bin ich ja richtig erst so richten lassen die ktm kennzeichen halter das ist eine plastik scheiße das ist immer so ein problem das ist ja gefahren für den sie kennzeichen ja richtig nur ja und die stoßdämpfer hinten vorne meine ich in dem arsch aber auch für mich ja freilich ich doch mal bitte weißt wir sind für diese zurück aber wenn sie es jetzt richten das ist eine verwarnung aber wir bauen das an ja mal gucken es sieht sehr voll aus sondern glaube ich es ist es ist es ist nur ein bisschen diese versammlung sonst nichts schieben wir mal schauen nicht nur aber ein china ding dass sehr viel kriminelles zeug da ja fd netbiker ach das ist fd okay alles klar ich wusste nicht ob es jetzt biker sind oder so die hatten also die hatten für mich dieses outfit dachte mir so okay aber stimmt fd hat ja auch ein biker club habe ich vergessen in mp weiß ich das ja gar nicht mit dem biker club vom fd ich habe das nur einmal irgendwo ich glaube bei andele im stream habe ich es mal mitbekommen bei andele im stream habe ich es mal mitbekommen ich hoffe jetzt alle raus blockiert wurden wegen 300 sekunden raus gebannt wo die leute weil sie fd geschrieben haben wegen meter peter ne aber das weiß ich es ja kein meter ich weiß dass das fd ein biker club hat ich habe gerade überhaupt nicht daran gedacht ich habe jetzt gedacht dass das biker werden auf vollgas also das war echt ein auftritt jetzt hier das war echt ein auftritt haus parkplatz mit waffe auf dem rücken aber klingt vorfährt man ist das sichtlich welche waffel ganz lustig ganz lustig ganz lustig und ganz lustig und die 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 Matze, hol er um, nennt Matze, kann auch mal antworten, ne, das ist immer meinte, das Autohaus hier, Kartell gesichtet, Autohaus, ja, bei Handels Autohaus ist gerade anscheinend Kartell, ja, Schusswechsel, Schatz feiert hier, Schatz feiert bei Handels Autohaus. Goldener Maybach, schwarzer Maybach, schwarze G-Klasse flüchten gerade, nein, 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 die, die haben ja anscheinend gerade einen Schusswechsel gehabt, ne, ne, die hauen jetzt gerade ab, waren nur gerade sehr nah an Zivilisten dran deshalb, ah, es geht weiter, wird weiter geschossen hier, aber nicht direkt beim Autohaus, irgendwo weiter weg, dort beim Tattoo-Laden in der Nähe, neben dem Autohaus, da wird gerade geschossen, hier in der Nähe, ja, ich seh den schwarzen und den goldenen Maybach, aber lass dir zuerst weiter machen, ja, ich geh da direkt, ja, geh, geh bisher auf Entfernung, lass dir zuerst weiter machen, ja, bin dabei, am besten einfach Straße absperren. Frage, aussteigen und schießen oder einfach behandeln lassen? Handeln lassen, handeln lassen, handeln lassen. Wir haben von oben die Anweisung bekommen, dass wir die normalerweise immer handeln lassen, sollen, dass ich einmischen soll. Ja, handeln, aber danach dann trotzdem eingreifen, ja. Den vor. Wieso verfolgt dann keiner den schwarzen Maybach? Das ist eh einer dran am schwarzen Maybach. Negativ. Ich hab gerade nicht ins Suburban nachgefahren. Ja, aber es wurde, wie gesagt, nicht eingreifen. Hallo, ist da wer drin? Hier ist es noch Gesichtkontakt zu Ihnen. Hallo. Egal, Gold oder Schwarz. Pass mal auf, ich schlage dir die Scheibe ein, nicht schauen, ob da noch wer drin ist. Ah, ist ja Panzerglas, ne. Gepanzerter Maybach, ja, ja, komm. Goldener Maybach, vermauschen. Ja, dann den einfach anhalten. Hallo, Sir. Langbarwaffenrufen. Informativ. Die Person vom Kars kriegt verbrecherische Flucht. Ich kann nicht reingucken, ob da wer drin ist. Ich mach mal die Türen auf. Äh, ja. Plus Viro-Scheinsperre, aber noch. Ich sehe dich. Irgendwer hat wohl gesagt, dass du meintest, nur Fahrzeug im Stall. Also ich sehe hier kaum rein, ne. Es ist so dunkel hier. Es ist kein Cloud gewesen. Also ich sehe keinen mehr im Fahrzeug. Ja, ich sehe auch keinen jetzt gerade, aber ich kann mich irren. Ich weiß nicht, da hinten kommt mehr vor als irgendwas, aber ich sehe es nicht. Ich mach die hintere noch auf. Also bei meinem, den ich abgearbeitet habe, ist es jetzt schon zu spät. Schon in den Sozialstunden, oder? Hintere Tür geht nicht auf. Schwarzhang, Maybach. Form motions. Rollener Maybach. Schussgefecht zwischen den beiden. Ich kann nur probieren einschlagen. Ich weiß nicht, wegen einem Panzerglas, ne. Ich probier es mal. Naja, bitte nicht zu nah ran. Nicht, dass die Feuer eröffnet. G20V wieder zernäht. Also bei mir ist der offen. Keiner mehr drin. Alles klar. Gut, Motor läuft noch. Dann muss das... Motor abstellen. So, das ist ein Töne Vieh. Lass die sich da noch beschießen. Wir greifen ja erstmal nicht ein. Deswegen frage, ob zurück 1024, oder wir bleiben auf Streife. Kannst du auf Streife bleiben, wenn du willst. Ich werde jetzt dann langsam E-107 gehen. Ja, ja, ja. Ich auch. Alles klar. Allein bleibe ich bei so einem... Lieber nicht als Servile Unit. Ruf dir ab, Schlepper. Ich kann auch machen. Alles klar, Dankeschön. Ja, ne. Also das Ziel, das Einmischen bringt sich gar nichts. Bringt sich genau gar nichts. Bringt sich null. Hat er vorhin angemeldet? Oh, er hat Z1-1-0. Abgemeldet, nicht versichert. Ich frage einmal, ob er gerade gekauft hat. Zur Sicherheit. Die V-16 mit dem Kennzeichen O-R-Z. der Zeichen 110. Abgemeldet, nicht versichert, Jack Davis. Ja, vermutlich hat er den gerade gekauft. Ich kontrolliere das gerade. Hallo. Ich glaube, Sie haben den gerade erst gekauft, oder? Ja, richtig. Ich bin gerade auf dem Weg zur Anmeldestelle. Alles klar, haben Sie den Schusswechsel hinten auch mitbekommen, oder? Ja, richtig. Wir haben uns gerade, bevor ich den gekauft hatte, noch im Autohaus verbarrikadiert. Alles klar. Ich gehe um meinen Führerschein, mache ich nur eine allgemeine Vergastetrolle mit dem Fahrzeug. Natürlich. Dankeschön, ja. Du noch ganz schnell die Daten abgleichen, ne? Gehe ich wieder da. Ich habe mich nur um den Dritten, der zuletzt angehalten hat, gekümmert. Das war unter uns. Oh, warte mal hier. 7.10. Innerhalb einer Woche Zahns, war am 7.10. Das war eigentlich mit dem Malbach. Das wäre dann also der 14.10. und jetzt haben wir den 21. Schauen wir mal, ob die Rechnungen offen sind. So, bin wir wahrscheinlich wieder. Herr Davies, haben Sie die Rechnung bezahlt? Vielen Dank. Bin ich derzeit noch dabei. 2 oder 3 Rechnungen sind noch bei der Gerichtsverhandlung, die am 26. ist. Ich weiß nicht, ob das schon in meiner Akte steht. Den Rest bin ich nach und nach am abzahlen. Also, ich will Ihnen so folgendes sagen, in der Akte steht am Tablet bei uns, man muss alle Rechnungen bis auf die erste 10.000 Dollar Rechnung innerhalb einer Woche zahlen. Also, das ist ein Wert von über 75.000 Dollar insgesamt. Ja, da bin ich tatsächlich noch am abzahlen. Den Rest, wie gesagt, müsste man, das müsste auch noch bei Herrn Brooks vorliegen. Ich glaube, zwei oder drei Rechnungen, die etwas höher sind, sind noch bei Herrn Brooks. Vor allem war noch eine Rechnung, da irrtümlich ausgestellt wurde. Und die erste dann auch. Wenn das so das Code regelt. Also, das Verfahren. Soweit ich weiß, ja. Ich habe ein Verfahren eingeleitet dafür. Das ist mit Herrn Underwood sozusagen. Das habe ich schon in die Wege geleitet. Die X-Ray-Einheiten haben gerade eine bewusstlose Person. Das Problem ist, wissen Sie, so circa, wann das Datum war, wann Sie das eingeleitet haben? Das war vor ein paar Tagen, vor wenigen Tagen. Ich glaube, vor drei oder vier Tagen habe ich das Verfahren dann endgültig eingeleitet gehabt. Okay, weil Herr Underwood hat das nämlich auch eingetragen mit der Rechnung. Das war am 7.10. ist das eingetragen worden. Ja, ich hatte bis dann nur meinen Anwalt nicht erreicht, der war immer weg. Und den habe ich erst vor drei, vier Tagen erreicht. Weil ich da auch eine Verhandlung am 26. habe. Da hat er gesagt, dass wir da einmal schauen, dass wir das da ausdiskutieren. Und da habe ich dann auch vielleicht die Verhandlung für die, oder für die, nennen wir es Klage. Ich glaube, soweit wir es genannt haben, war es eine Zivilklage. Ja, also Sie klagen gegen Rechnungen, oder wie darf ich das jetzt interpretieren? Nein, gegen die Blitzerrechnungen, die sind konform, die brauche ich nach und nach ab. Die anderen, die vom Krankenhaus auch, aber da gibt es dann noch die höheren Rechnungen, die sozusagen eingeklagt werden. Kriegen Sie die Blitzerrechnungen bezahlt? Nicht alle auf einmal, aber ich kriege bestimmt jetzt ein paar bezahlt. Wissen Sie, was Sie nicht so ganz nachvollziehen können, wenn Sie die Rechnung nicht bezahlen können, und dann sich ein Gross-Royce holen? Das ist tatsächlich ein Firmenfahrzeug. Also haben Sie es gekauft bekommen? Ich habe das Geld für den hier bekommen. Den bringe ich jetzt gleich zu meinem Vorgesetzten. Der wird dann noch eingefärbt, und dann wird er praktisch für unsere Arbeit verwendet. Haben Sie Privatfahrzeuge? Ja, aber es ist nichts besonderes. Na gut, jetzt wusste ich auch nicht das Firmenfahrzeug von Ihnen, ist alles klar. Sonst hätte ich das für mich keinen Sinn ergeben, weil wir hatten auch schon Leute in Gemeinden so, Sie kaufen sich die übelsten Sportwegen, und dann können Sie Ihre Blitzerrechnung abbezahlen. Die ist die Endganger-Nabblitzung. Wenn Sie gerade sehen, ich weiß nicht, ob Sie es nebenbei kontrollieren, ich bin auch schon nebenbei dabei und gerade auch schon abbezahlen. Wäre halt gut, wenn Sie die Blitzerrechnung bezahlen. Also, bitte? Sind das höhere PD-Rechnungen? Ähm, ich kann mal gucken, was alles offen ist. Zwei höhere PD-Rechnungen. Und dagegen wollen Sie klagen, ne? Dann trage ich das ein. Und dann gibt es noch die von der Notaufnahme, aber die bezahle ich, na klar. Aber die von den zwei Rechnungen von der Polizei, wo du halt mit meinem Anwalt geraten, nicht zu bezahlen. Das Problem ist halt, wenn Sie nur die einklagen und die anderen Rechnungen trotzdem offen sind, dann ist das trotzdem problematisch, wenn das so in unserer Akte steht. Weil Sie hätten das bis 14. hätten Sie Zeit gehabt, die Sachen zu bezahlen. Hier sind so viele Blitzerrechnungen offen. Der Kollege hatte mir nicht gesagt, dass ich nur bis zum 14. Zeit habe. Ich hatte auch Sozialstunden gemacht. Da hat er mir aber nicht gesagt, wie viel Zeit ich noch mal bekomme, die zu bezahlen. Wann haben Sie die gemacht, die Sozialstunden? Die sind noch gar nicht allzu lange her. Ich glaube, das war kurz bevor ich die Klage eingereicht habe. Also muss das ein paar Tage her sein, meinen Sie so? Ja. Dann haben Sie das schon gemacht, die Sozialstunden? Ja, richtig. Das waren 75 Sozialstunden für 75.000 Dollar. Von den Prozessern wissen Sie den Namen nicht mehr, ne? Doch, das ist Herr Underwood, ist eingetragen so. Ach ja, also der die Rechnung ausgestellt hat. Ja, da hat er mir auch mehr Sozialstunden gegeben als angemessen. Da hat er mir 75 geben müssen, weil ich bin sicher, Sie kennen den Strafkatalog, das 1.000 Dollar für eine Strafe ist. Das waren 1 Stunden. Und dann hatte ich den Herrn Underwood gebeten, das einmal nachzuprüfen. Und dann hatte der Herr mir gesagt, das wären alle 100 Dollar 1 Stunde und hat mir dann statt 75, 750 Stunden gegeben. Sie haben gesagt, das war der Herr Underwood, der das mit Ihnen ausgemacht hat, oder? Ja. Und alles zu dem anderen. Kann ich das machen? Also, die Blitzerrichtung haben Sie offen. Ja, passen Sie auf. Sie haben die 75.000 Dollar, das waren die 75 Sozialstunden haben Sie dafür bekommen, haben Sie gesagt? Ja, mehr als. Genau. Passen Sie auf, ich trag das jetzt um, ich lösche das raus aus dem Tablet. Aus dem Tablet. Ich werde jetzt einmal eintragen, dass Sie jetzt noch ganz viele offene Blitzerrechnungen haben. Ja. Und der Rest wird gerichtlich geklärt. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Ich weiß nicht, ob Sie das auf dem Tablet sehen. Das richtig auch selber im Moment schon dabei bin zu bezahlen, so wie es geht. Ne, ich trag das neu um, dann wird das eingetragen. Ähm, passen Sie auf, ich trag das um und dann wird das gerichtlich geklärt, so wie es aussieht. Und, äh, die, also Sie haben 7 Tage Zeit trotzdem nochmal hier diese, diese, die Zeichnung zu bezahlen, ja? Okay, ja, das sollte ich ihm bekommen. Wenn Sie bis 7 Tage die nicht bezahlt haben, dann gibt es halt wieder Sozialstunden. Natürlich, wenn wir nun verfahren, ich habe auch noch ein bisschen Geld da, was das schade ist. Was ist denn eigentlich diese 10.000 Dollar Rechnung, die Sie nicht bezahlen können? Das war für Verbrecherschrift. Das ist die, die Sie nicht, also, aber dann gebe ich das einfach an, dass das insgesamt alle mit sind, ne? Vom PD. Ja, die von meinem Anwalt, äh, das gibt da noch eine Rechnung, die war für Führerschein entzogen, die muss ich noch bezahlen, die war, da war, da war alles legitim. Gibt es halt nur ein oder zwei Rechnungen mit verbrechischer Flucht, die man einmal geraten hat, unbedingt nichts zu bezahlen, bis wir das gerichtlich ist. Ja, da wurde in einem Verhörraum abgestellt und ich wusste davon nichts, ich habe ihn nur auf einmal gehört, dass er sich gemeldet hat aus der Ferne. Aus diese bis zum... Jawohl, ist so gespeichert. Aus diese bis zum... 28.10.20... 23 Uhr mache ich, äh... Richtung Westen. Äh, machen wir 0 Uhr. Das ist ein GT86. Ja, hat von der Ferne ausgeschrieben, ist super. Die Rechnungen werden über... Wie viel Tank habt ihr, Jungs? Über... Bitte? Wie viel Tank? Erste Position, wie viel Tank? Äh, Heiden, wieder als die Hälfte. Nicht durcheinander, High-Suite Hälfte, Charger 2. Hälfte... Mehr als die Hälfte. 4. Charger. Abdrehen, Tanken, wieder anschließen. 4. Ja, Tempo macht das und dann gehe ich tanken. Dann geht er jetzt, wir tanken. Dann geht er jetzt, wir tanken. 4. 4. 4. 5. 4. 5. 5. Vielleicht Tankstelle? Passieren Tankstelle Richtung Steinwäsche weiter? Das hat viele Blitzrechnungen offen, muss diese bis zum... Kannst du nicht nur bezahlen, die Rechnungen werden über ein Verfahren geregelt... Gut, das ist umgetragen, also ich habe das jetzt so eingetragen, dass sie die Blitzrechnungen offen haben Sie haben Zeit bis zum 28.10.2022 die zu bezahlen bis 0 Uhr Ja, das sollte ich ihm kriegen, das sollte ich... Und ich habe jetzt noch dazu geschrieben, dass PD Rechnungen werden über ein Verfahren geregelt, Klammern gerichtet Das ist jetzt umgetragen, damit das jetzt auf dem neuesten Stand ist, gut Hatte ich eigentlich gerade, war ich etwas zu schnell fahren oder etwas? Nö, 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 überhaupt nicht, war nur eine normale Anhaltung, weil ich da erstmal gucken wollte, ob sie den gerade neu gekauft haben Aber nicht vergessen, anmelden, ne? Ne, da bin ich ja gerade auf dem Weg hin Alles klar, perfekt, mit nur schönen Tag, bitte bitte, schöne Nacht Danke, Wiedersehen Mit drei Herren, wir klären das im Nachhinein Oh, Schandel ist im Chat, ciao! Hallo, Schandlinchen Das ist ein Schandlchen im Chat Die eine Person? Das ist anscheinend nur die eine Person im weißen Anzug Du nimmst Taser, ich habe ein Sturmgewehr Du nimmst Taser, ich habe ein Sturmgewehr Das ist genau mein Humor Ja, glaube ich schon Ja, schon Oh, aber hier abbiegt Weil die Leute mit ihren unbezahlten Rechnungen, ich schwöre, das ist echt schlimm Das erste, was ich mache, ist Rechnungen bezahlen Wir müssen echt mal irgendwie eine Regel bringen, dass man sonst seine Fahrzeuge finden muss Wäre gar nicht so schlecht, ne? Oder dass man sagt, man blockiert komplett Oh, das wäre auch geil, wisst ihr was? Geil wäre das Skripttechnisch Die Leute, die ihre Rechnung nicht bezahlen Und dem nicht nachgehen beim zweiten Mal Sperrst du einfach komplett die Garage ab Dann können die Leute nicht mehr auf ihre Fahrzeuge in der Garage zugreifen Weil die halt so gesehen in der Zwischenzeit eingezogen werden Die Fahrzeuge, bis die Rechnungen beglichen sind Das wäre eine geile Skriptidee für 3.0 Ach, wird eh wieder geklaut, macht eh wieder jemand ein Skript raus Aber die Idee ist gar nicht mal so schlecht Schau mal zu ihm vor, er kriegt das verbrecherische Flucht Umzusetzen, wäre geil Aber ich muss noch was essen, sonst wecke ich ja noch halb ab Aber ja, kann das PD nämlich Einfach Autos einziehen, das wäre richtig nice Dann wird die Garage für den komplett gesperrt Das ist auch übelst easy umzusetzen Einfach den Garagenzugriff Einfach sperren lassen beim Callback Kann er gar nichts mehr machen Kann er Fahrrad fahren gehen Ja, das ist aber wirklich so Weil oft denke ich mir so Es gibt Leute, die haben voll viele Rechnungen offen Fahren dann aber wie ein Lamborghini aus Und der ist dann auch auf die angemeldet und so Ist halt echt so Gut, ich schaue noch schnell Was wollte ich denn jetzt machen? Ah stimmt, ich wollte Ich wollte auch hier bleiben wegen Klärung mit Homeland Oder können wir abziehen? Ich wollte essen Hm, Homeland Fall, schön Ich wollte gerade einen Wodka ziehen, wenn ich gedacht habe Das ist Wasser, Alter Da wäre ich jetzt ganz schön besoffen gewesen Das Dispatch Jetzt zu tun erstmal trinken, das geht es nicht Ah, ich muss mein Ding ausziehen, meine Reste muss ich ausziehen Frage, fährt einer einer jetzt schon zum Unfall? Ja, 10-4-40 Biker fahren die roten, ne? Trinken würde ich da oben an Effe Weh, ich kriege da jetzt ein Report rein Dispatch, jemand mit Waffe aufm Hauptplatz gesichtet X-Ray 13 X-Ray 11 We are closing We are closing 153? Nicht schlecht Halt ich gleich nochmal an, wenn er da raus ist Nur nicht am Hauptplatz, machen wir woanders Steigt er um Zähl der Fahrer auch mit dem Fahrzeug Und sobald die wegfahren, will ich den anhalten 153 waren es, ne? Ja Äh, der Unfall ist auf dem Flughoffengelände Den halten wir gleich an sein, oder? Ja, danke Na, kommt voraus mit einem M8 Dich, dich hole ich mir Na komm fahr Ja komm Na komm Dich, dass mein Dings aufliegt, ne? 153 Nein, wir reden mit dem Kennzeichen RIP AMG Was für ein Fahrzeug? Intruder steht Der hat mir komplett dicht gemacht, die Straße Weiß nicht ob das dadurch verursacht wurde Entschuldigung, hat einen wichtigen Einsatz gehabt Ah, sie sind jetzt perfekt Sie stehen falsch ein bisschen Ja, ich hab nur kurz gehabt mit Kollegen rauszulassen Ich krieg mal ihren Führerschein, also vom Fahrer Der Beifahrer kann jetzt mal draußen bleiben Äh, nur vom Fahrer Wissen Sie warum ich Sie angehalten habe? Ja, haben Sie bitte meinen Führerschein Ich berühre dich Mit Ihrem anderen Fahrzeug, wo Sie gerade vorbeigefahren sind Richtung Hauptplatz sind Sie mit 153 geblitzt worden Mit welchen anderen Fahrzeug? Bitte? Mit welchen? Das, was Sie gerade eingeparkt haben Sie waren gerade am Hauptplatz Da haben Sie das Auto eingeparkt und sind dann hier umgestiegen auf das Fahrzeug Ihres Freundes, oder? Achso, ja, das SQP hat auch meinen Kollegen gehört Ja, mit dem sind Sie nämlich mit Äh, 153 geblitzt worden Perfekt Das sind nämlich 3.000 Dollar Weil hier, äh, knapp an der Führerschein Entzug vorbei, ne? Ja, das ist richtig Vorbeigeschlittert mit ein paar Kammer Kriegen Sie wieder? Ja Ja, danke Melfort, ich gehe noch schnell durch 21 David geht in 7 Schönen Dienste noch und passt auf euch auf Gute Nacht So, passt alles, jawohl So, das sind einmal 3.000 Dollar Ein paar Blitzerrechnungen haben Sie noch offen im Klein-Dollar-Bereich Ist auch gut, wie Sie bezahlen könnten Sind alle bezahlt Ja, Sir, ich bekomme dann mal Verbrecherung statt Lohnen, ne? Perfekt Und einmal will die 3.000 Dollar bezahlen Hat sich das Problem erledigt Nächste Mal langsamer fahren und vorsichtig, ne? Ja, von Ihnen kriege ich noch mal kurz den Ausweis Dass ich noch mal abchecken kann, dass wirklich Ihr Fahrzeug ist Ja, sofort warten Sie Ich glaube, uns haben wir heute schon mal gesehen, ne? Ja, definitiv Ja, wohl Wird schon passen, benutze Sicherheit Jawohl, das passt Nein, Führerschein muss jetzt Ne, passt schon Führerschein ist genau so ein Ausweis Gut Perfekt Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Gleichfalls, ciao, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao Ciao, ciao Kriegen vor, Tinti Six Bandit Ich muss meinen Ofen vorheizen Das mach ich jetzt so schnell Jetzt Kriegen 24 Tinti Six Mechaniker Bin ich wieder da, Leute, sorry Und dann trinken brauche ich auch nur, ey Wenn ich jetzt umgeschossen werde, dann bin ich endsmet Ich, die Polizisten fahren Porsche Ja Ja Milch Ja Tui Ja 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 Vielen Dank. So. Was war denn? Warum echte Polizisten? Was passiert? Ey, sagt sich Andl hat mich jetzt verarscht. Wobei Andl schläft schon, das müsste Baccella gewesen sein. Baccella war es, oder? Ja klar war es Baccella, oder? Warte, wer war denn das jetzt von denen? Was, Baccella? Weil Andl schläft zu der Zeit schon, das weiß ich. Also kannst du Baccella sein, oder Oder Wazel? Bei Wazel ist es in der RP, der kann es auch nicht sein. Ja, dann war es Baccella. Baccella habe ich noch nicht gesehen. Dann war es Baccelloni, hundertprozentig. Dann war es Toni Pomodori. Pizzeria, deja vora. Also die fanden echt wie gesoffen, ne? Fanden echt wie besoffen. Oh, dein Bus vielleicht mal kommt zu dir, was ist das hier so? Wo steht denn der da so? Ich verstehe kein Wort. Kein einziges Wort verstanden, Bruder. Ah, Kopfschmerzen habe ich jetzt. Matze kann es auch nicht sein, du warst noch im Dienst, oder? Ist Matze nicht hier noch im Dienst? Oder ist er schon raus? Currywurst war geil in München, das glaube ich. Das glaube ich. Oh, schreiben die Leute an, das Auto. Reicht wieder Meter, Peter? Und ich gehe einfach 10-7. Könnte ich auch einfach 10-7 gehen, oder? Wenn Meter Peter ist. 10-7, Auto kaufen. Ja, wollte ich heute noch machen, ne? Ja, aber denke ich heute 10-7, gehe ich Auto kaufen, Leute. Ja, 10-1. Warte mal. Wenn noch eine frei, ich will einheit haben. Ach stimmt, das ist ja wer vom Auto aus da jetzt. Ich bin ja voll trottet, da hat ja wer gekauft gerade. Nein, gehe ich den 7. Müssen noch jetzt Kollegen mit dem Herrn Diesel beschäftigt sein, oder seid ihr schon wieder frei, Jungs? Ähm, ich wäre jetzt gleich alleine frei. Vielleicht wir haben eben hier ein Sanipity. Ah, da sind wir gerade hier aus dem Lektor. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Lichter gehen immer weg. Genau, mein Humor. Klopp. So, trauen wir uns mal aus, da kommen uns die Sachen hin. Alter! Oh, ich bin doch immer als 10-6 eingetragen, ich voll Horst. Ah, ja, egal. Und holen wir uns mal ein schönes Auto ab, oder? Für den nächsten Stream. Ich mache nämlich heute schönen guten Feierabend, mache ich heute. Wer wuppelt denn raus da? Heinz-Peter Dietrich, der aller echt, echte Polizisten von echten Porsche. Ja, Leder schon vielleicht. Ja, kommen wir mal raus. Für Heinz-Peter Dietrich 50 Euro. Danke, Peter. Danke. Peter, es ist ja unglaublich, was wir hier wieder machen. Sehr unglaublich. Peter, ja. Und abgemeldet sind wir schon. Mal ein bisschen reinkommen da. Für den Peter einen 50 hat er da lassen, für die Laserschesse. Unglaublich. Ist ja wirklich unglaublich, gell? Ja. Sind wir alle bereit? Fahren wir zum Autohaus. Da haut man die Wetten, jetzt ist er weg. Ne, ist noch da. Fahren wir zum Autohaus. Das hört sich an wie so ein Gast in Minecraft. Holy shit. Bin ich bescheuert? Ist wie Minecraft gespielt. Ah, fahren wir dann mit Robert. Komm, fahren wir mit unserem Robert-Mobil, oder? Danke, Robert, für den BMW XI. Ja. Ah, ich den Polizisten von BMW XI mit dem Kennzeichen Robert, ja. Boah, ist das schön, muss man... Ja, so alles kriegt das Ding nicht aus. Ja, das ist ja so logisch. Ich krieg davon nichts mit, ich weiß. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also ich... Leute, ich bin nicht mehr im Dienst, bis das alles scheißegal, was hier passiert ist. Das ist das. Ich will mal vorbeifahren. Mal zum abchecken, was hier los ist. Äh... Ich verstehe gar nichts mehr. Ah, ich falle mal weg. Hä? Was ist denn da los? Leute in weißen Anzügen ballern? Ich verstehe es nicht. Ja gut, nicht mein Problem. Ich bin... Ich bin jetzt... Ich hab's eilig, bevor der zumacht. Bevor der zumacht, ich hab's richtig eilig. Scheiße auf den Blitzer. Oh, so, Kollege. Oh, scheiße. Oh, ich misste den drüber. Oh, scheiße, ich wurde geblitzt. Bitte, bitte nicht umdrehen, Kollege. Das wäre jetzt zu beiden, sich jetzt den Führerschein abzugeben. Ich hab überhaupt keinen Bock drauf. Bitte nicht, Kollege, bitte nicht. Oh, wie mich das stört, dass ich das nicht zumachen kann, dieses Ding da. Oh, jetzt krieg ich das auch nicht zu. Ich könnte so kotzen. Vergiss das nämlich jedes Mal, dass ich den Plate wieder und so ausstellen muss im Auto. Ach, komm. Ach, komm, leck mich. Das ist zu schnell. Also kaum bin ich außer... Außer Dienst, fahr ich wie exenkte Sau. Ist ganz schlimm. Hauptsache, ich beschwere mich immer bei den Leuten, warum sie so schnell rasen. Ich will nur ins Autohaus, das Problem. Vor der Zumacht, der ist das noch offen. Aber Eröffnungszeiten sind noch da, Leute. Ja. Und noch ein Blitzer wird genommen. Ja, Ehre. Noch einen bezahlt. Da. So viel zu. Habt ihr Mechaniker... Ja, Mechaniker gerufen. Jungs, Mädels, ne? Man kennt sie. Alle echt Mechaniker. Oh nee, was ist denn da los? Hoppala. Mensch. Was war das gerade von Serge? Sehr geil. Robert. Das hat er mitgenommen. Ja. Ich muss doch mal hier einparken, Alter. Oh mein Gott, ich hab die Farbe von den Bikern, ne? Ich hab die Farbe von den Bikern auf dem Auto. Scheiße. Ja, warte. Ich hol mir mal einen Platz hin. Ach stimmt, die haben keine Biker, was ist denn das ist wirklich FD? Einfach legit FD. Schauen wir mal, was sie uns für ein Auto holen. Ich bin ein Kupitier. Ja, wir wollen trotzdem einkaufen. Das ist möglich. Dafür bräuchten sie allerdings ein Ankaufsgutachten von den Mechanikern. Hallo. Und müssten sich dann an einen langwierigen Autohausangestellten binden. Da bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Das ist leicht angst. Aber da bräuchten sie auf jeden Fall das Gutachten von den Mechanikern. Ja, alles klar. Super, da weiß ich Bescheid. Dankeschön. Jo, perfekt. Alles klar. Tja, Jimmy, hast du dich schon eingelebt? Hallo. Ja, ich habe mich schon eingelebt, liebes FD. Ja. Ich habe es ja gestern gesehen, wie du eingekleidest wurdest. Aber wenn du jetzt Autohauskäufer bist, dann kannst du doch langsam mal das Gesicht waschen. Nein, nein, nein. Das bleibt so, wie das alles ist. Und halt, stopp. Ob du hier bist und nicht. Ich glaube, wir hätten einmal gerne einmal acht Charger. Ich brauche keinen. Achso, sieben. Ich brauche einen. Sag mal, wie viel kostet der denn? Ja. Ein Dodger-Targer wollt ihr. Nein, ich habe nicht mehr. 18er-Modell? Der kostet pro Stück 66.000. Der hat nichts. Er hat recht. Das ist ja quasi geschenkt für euch. Das ist geschenkt. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich hier mal rankomme, ne? Sieben. Sieben Stück. Oh, mehr, ihr Autohausverkäufer. War das doch der Vent von vorhin, oder? Ich bin ja nicht im Dienst. Ja. Ich lasse die mehrere Sachen kaufen. Aber da kann ich meine Sachen vorlesen. Das ganze FD, Alter. Ich kaufe jetzt alle einen Charger, habt ihr gehört. Na, warten wir mal. Acht Charger werden gekauft. Christa Boss, danke Robert für die geilen Streams. Jawohl. King, morgen 1.7 streamen. Ne, morgen kommt gar nichts. Morgen kommt Schandlheim. 1.7 Xion und Eddie's Game nicht auf das Hütteln. 1.7 Kartellzerstörer. Gut. Kommt morgen 1.7 streamen. Nein, morgen nicht. Morgen kommt keiner. Ich werde zwar gerne morgen dabei, aber es geht sich bei mir nicht aus. Wegen Schandl und so. Da freue ich mich, wenn sie einfach heimkommt. War jetzt, äh, ja, dann vier Tage, also nicht vier Tage allein, zwei Tage eigentlich allein. Wobei ich mit Andel gestern unterwegs war. Adrian Koldarik, danke für den Zehner. Für Zockerbrot und dich später kommt noch was, bisschen Hundefutter. Dankeschön. Adrian, danke nochmal für den Fünfer. King Waisy, danke für den Euro nochmal. All wieder da, ich kann es nochmal nicht aussprechen. Was passiert, wenn man alle Hühner mit einem Lichtschwert tötet? Dann ist der Hahn Solo. Oh mein Gott. Moin, mit 5 Euro. Er ist einfach moin. Kommt noch ein neues Auto. Ja, jetzt gehen wir es kaufen. Müssen wir warten, bis die hier fertig sind. Ich frag den mal. Ich frag den mal. Eine Frage, haben wir gerade acht Charger bestellt? Äh, sieben, ja. Okay, dann muss ich noch warten, weil ich würde gerne dann noch ein Auto kaufen, wenn sie noch offen haben danach. Ja, hab ich. Alles klar, dann, ich setze mich hin. Oh nein, ich muss auch noch den Eintrag machen. Musst du den Eintrag noch machen, ne? Wegen der Dings hier vorhin. Warte mal, Leute, hab ich überhaupt den Ausweis? Doch, ich hab ja den Aus... Ne, hab ich nicht. Ich hab mir den Ausweis nicht zeigen lassen. Oh, ne. Wisst ihr nämlich, die Leute, die bedroht wurden, ne? Es waren ja zwei Leute bei uns. Ich hab mir nicht die Ausweise zeigen lassen. Ich hab alles aufgeschrieben, nur den... Die Namen hab ich mal wieder nicht aufgeschrieben. Außer, pass auf, der eine, der die mal aufgeschrieben hat, war dann wiederum. Mit Notizen. Horst Stein hab ich mir auf... Das ist aber nicht Horst Stein. Das hat er aufgeschrieben. Rubbellose, ja, Rubbellose, genau. Das hab ich mir aufgeschrieben. Ich hab einfach die Rubbellose aufgeschrieben, perfekt. Zehnmal Blitzerrechnung plus 1000 Dollar. Genau, das hab ich mir auch aufgeschrieben. Ja, ich muss immer so mal gucken. Ne, die vom Anwalt hab ich nicht. Jetzt hab ich die Namen nicht von denen. Jetzt kann ich die gar nicht eintragen. Ist doch beschissen. Ich kann jetzt die zwei Zeugen nicht eintragen, weil ich die Namen nicht hab. Das hab ich gar nicht gedacht bei der Vernehmung. Aber ich werd trotzdem das... Ich werd das Protokoll aufmachen. Und dann werd ich nochmal... Also, den Artikel werd ich aufmachen. Und... Ja, einer hat beide Namen gesagt. Dann werd ich nochmal zurückspulen und gucken, ob ich... Ich hab eh gedacht, vielleicht haben sie irgendwo mal Namen gesagt. Vielleicht zurückspulen und gucken, ob ich die rausfinde über die Dashcam. Aber sonst... Auch wieder komplett lost. Weil eigentlich mach ich mir sonst von den Ausweisen, mach ich sonst immer Screenshots. Dann weiß ich, okay, der und der ist. Das kann ich den eintragen. Ey, schöne Grüße aus Potsdam. Und wie geht es dir aus Potsdam? Tenzin, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. So, Adrian Kollerik nochmal mit Hashtag Robert. Leute, lasst alle mal ein Hashtag Robert im Chat. Würde mich sehr freuen. So, Alex aka Bruno. Hallo erstmal. Wie sieht es denn aus mit einer Fußgumspinde heute? Ja, wir sind bei 6700 Likes. Also, ich glaub, das wird heute nichts mehr. Ergwiesmax will es fühlen, wenn du dir eine kleine Marke an die Hose machen musst. Ja, würde ich auch fühlen. So ganz klein. Kleine Marke. Schon keiner in der Hose. Bestimmt cool. Und wieso nimmst du nicht die MP5? Kann man schneller ziehen. Ich glaube, Detektive-Einheiten haben keine MP5-Freigabe. MP5 ist nur Swat. Und ich bin nicht beim Swat. Also bekomme ich keine MP5. Aber ich darf Schrotflinde mitnehmen. Ich darf M4 mitnehmen. Und Glock 17 natürlich darf ich mitnehmen. Jawohl. Ab welchen Alter darf ich bei euch spielen? Fragt Kakashi mit 16. Leandes. Liebe Grüße an meinen Freund Tobi und Hard Limiter. Oh, den können wir auch noch. Und danke, Robert, für 128 GB RAM. Okay, ich kann die Farben. Oh, geil. Philipp, küsst dein Herz. Sag ich schon, Philipp. Ich küsste jetzt auch. Skandal um Andel. Das wäre mal ein super Song. Fili einfach. Ja. Skandal um Andel. Wie geht das? Skandal um Andel. Das wäre ein super Song. Deathleon. Wie geht es dir? Sehr gut. Ich habe aber nur gerade irgendwie Kopfschmerzen bekommen heute im Stream. Kann sein, wegen den Fällen gestern. Zu lange gearbeitet dran. Armin, äh, Maseri. Danke für den Euro. Arlo Fox. Moin. Der mit dem roten Ferrari vorhin. Danke für das tolle RP. Ah, der Arlo Fox. Ja, ja, weiß schon. Ja, ja. Der habe ich vorhin angehalten. Ja, bitte. Danke. Ich habe auch zu danken. Wobei, wir haben ja gar nicht so viel RP gemacht, oder? Hab dich doch nur angehalten mit dem Ding und hab dir dann den Abschlepper gerufen. Ah, nee, warte. Du hast ja noch mal einen PD hinten. Stimmt. Der war ja noch mal einen PD dann. Ja, war lustig. Der Harme mitten auf der Aulebahn, 260. Oasis, Bro. Danke fürs Wippwerden. Nahlen, 40, 30. Hallo, ich war da mies. Dankeschön. Der Zombie sucht die Dank für den Euro. Matze, Hol Homeland. Kommt morgen 1 zu 7. Ich glaube nicht. Morgen kommt Schandl. Okay, das ist nicht so gemeint, sondern die Leute, die ich wissen, dass sie nicht da ist, die werden uns was anderes verstehen. Nee, sie ist nämlich nicht da, so. Hört auch mal wieder was anderes als sofort. Ja, deine Butter. Ich werde das nie vergessen. So, Onkel René, Dank fürs Wippwerden. Felix Bloxy, Dank für 90 Cent. Dann der Neptun haut ein Herz raus. Dankeschön. Aus dem Saarland haben wir vorgelesen, glaube ich. Sie sind kalt aus dem Saarland. Nochmal Kuske zurück. Be Levens. Nee, Be Levens. Danke für den Euro. Was ist passiert? Bin erst jetzt da zurückspulen. Das haben wir auch vorgelesen, ne? Was habe ich denn da nicht vorgelesen? Das habe ich hier alles vorgelesen, hier unten, ne? Hallo. Ja, ich habe hier unten alles vorgelesen. Das muss ich nur oben vorgelesen. Sarah, echte Polizisten kaufen sich nach dem Dienst neue Autos. Danke, Robert. Grüße aus dem Allgäu. Dankeschön, zurück. Und, ähm, King Waze. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Also, mein Name spricht man King Waze aus. Oder Waze. Waze. Oder King Waze. Ich finde King Waze lustiger, wegen Kevin's Waze. Woos geht raus. Denk an den Ofen. Reini, Mirko. Ich werde an ihn denken. Nicht, dass mir der gleich die Bude abfackelt. Ich habe aber einen Feuerlöscher gekauft, erst eben. Man weiß ja nie, ne? Feuerlöscher ist richtig unwichtig. Guten Abend, Nacht. Wollten nur kurz mal vorbeischauen. Jawoll, Carlos. Vielen Dank. So, alles vorgelesen. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich schaue schon nach dem Ofen. Ich bin gleich wieder da. Ich, dass der Ofen mir abfackelt, Leute. Ich schaue es dir ein. Ist gerade auch eingeteilt schon. Ja, habe ich. Ja, dann zahl doch 270 ein. 270, bist du dir sicher? 269.000. Ich hole mir gerade noch die Kodi. Ich muss noch einen Klappen. Das ist der Sound auf der Spende. Aufs Kennzeichen, oder wie? Mit US, oder was? Ja, dann gerne 5. Dann muss ich nur mein Kennzeichen annehmen. Dann lösen wir mal. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Oh, oh. Ich habe jetzt vernünftigen Lautes. Klasse. Das andere müsste Dodge Charger heißen. Da ist das Auto, was wir jetzt brauchen. Ja, das ist das Auto, was wir jetzt brauchen. Oder nur Dodge? Ja, das ist die Dodge Charger heißen. Oh, das ist die Dodge Charger heißen. Oder auch das Auto. Der Kollege da draußen steht da noch nicht drauf. Oh, okay. Oder noch ein Charger? Ich will jetzt noch einen Charger. Also, keine Ahnung. Er hat einen Charger. das Ding sei ich habe noch ich habe noch die ganzen FD-Outfits ohne die Paramedic Aufschreiben noch meine ganzen Outfits von einer Einstellung perfekt ich bin jung jetzt weiß ich ob ich Kopfschmerzen habe macht voll Sinn sorry weil jetzt da ja ich habe meinen Ofen angemacht habe in die Lasagne reingeschoben den Einkauf ich habe halt vorheizen müssen ja wir haben einen Charger in der Werkstatt stehen Xionskrallen habe ich vorgelesen Prinzessin ich habe ich vorgelesen ich hätte es so nicht vorgelesen aber danke trotzdem habe ich doch ich bin doch nicht blöd habe ich das vorgelesen von dir Xionskrallen aber hundertprozentig wie ich an der Unterführung war hinten hallo hallo wie kann ich Ihnen behilflich sein ich bräuchte einen Viersitzern schnell schnellen Viersitzern ja kann ja so die Musine sein oder irgendeine Marke die gar nicht geht ne eigentlich nicht ok dann folgen Sie mir einmal nach oben auf dem Weg können Sie mir dann nochmal sagen was die Budget ungefähr ist also Budget wäre müssen Sie mal gucken wie viel jetzt drauf ist ich glaube ja so 400.000 maximal ne ok dann werden wir da oben mal schauen ob wir das passen ui ein bisschen dazu verdient heute uiuiui also 500.000 ist maximale heute ok aber ja das ich glaube bei Viersitzer wird nicht so teuer sein oder nur es kommt drauf an was für ein Viersitzer Sie haben was kostet so ein BMW M5 F90 äh M5 ja ja schau und Tablet äh äh Kais Achtung schwarzer Morvitz wie nennt man Terroristen Rollstuhl R C X D oh mein Gott ist nicht dieses 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 äh nur diese dieses Bomben Entschärfungs Ding so dieser hier wurde bei 137.500 vielleicht ich höre sie mal ganz schlecht sie sind einmal laut oder wieder leise bei mir keine Ahnung ja Entschuldigung äh so sollte jetzt besser sein ach wie angenehmer ihr wollt äh 137.500 sollte äh wäre der Preis für den M5 Endgeschwindigkeit ähm im Endeffekt äh habe ich persönlich keine Erfahrungswerte darüber er ist bei uns angegeben mit lassen sich mal eben schlau lesen äh 245 ungetunt also ich weiß nicht was da jetzt rauskommt wenn sie den bei den Mechanikern komplett tunen lassen nö aber ich schätze jetzt einfach mal 270 280 sollten schon bei ihm wirklich sein haben sie vielleicht irgendwas was auch ein 4sitz ist und ein bisschen schneller ist das äh ich kann mal kurz schauen aber der Camaro wäre halt auch geil ne Camaro ist halt wiederum sehr COP Fahrzeug gezogen ne ich will ja was was nicht so aussieht wie ein COP Auto also im Endeffekt ähm vielleicht nicht unbedingt schneller aber anpassungsfähiger wäre der Lamborghini Urus da der ist ja so SMD ist eher nicht sowas für mich muss ich sagen so okay alles eher Limousine eher sowas sehr form also dann dann quiet und und ich alles relativ gleich bei 245 kmh ungefähr ein schickes modell hätte ich hier auf jeden fall mit dem s 63 amg beliefe sich auf einem kostenpunkt von 198.000 ist auf jeden fall finde ich sehr elegant und angegeben halt auch mit 245 kmh spitze serie was dann halt im endeffekt am ende rauskommt wenn sie den juni lassen weiß ich ja hat er nicht ernsthaft da unten gerade gesagt drei kopf noch scheiße wie gesagt ich habe jetzt gerade mal die liste so überflogen bei den numusinen hält sich das so roundabout bei 255 kmh ja klar zeigen sie gerne her was wir haben so kann kann man mal gucken ob mir was gut gefällt vielleicht ok da hätten wir dann noch den e 63 s amg ist er nicht so meins also könnte auch ein coupé sein mit vier sitzen ja hier mit vier sitzen wäre dann hier das s 63 amg den habe ich schon was wäre mit bmw m4 hätten wir ich muss mal gucken kommis sind sie abgeneigt oder sagen sie wenn es zeigen wir mal was wir als kombi haben den panamera turbo den habe ich selber und tatsächlich bin ich sehr positiv überrascht von diesem fahrzeug das ist ein kombi ja der gilt als kombi für mich ist das ehren coupé als vier sitzer aber also offiziell auch vom porsche war es quasi der erste kombi den porsche rausgehauen hat vor dem teil kam für mich seit für mich seit kommen die hinten ja bisschen anders ja also sie denken da wahrscheinlich dann eher an an so einem audi rs7 ja sowas halt eher mit dem mit dem etwas steilerem heck quasi genau der audi rs7 ist serie mäßigen 240 km h angegeben da kann ich aber halt auch wie gesagt nicht sagen was er voll getunet das gleiche hätten wir tatsächlich noch mal als limousinen version ist genau das identische modell nur als musik kostet auch genauso viel also 166.000 ok und fährt sich sicherlich ist tatsächlich und tatsächlich mit 5 km h mehr angegeben als serie also 245 kam wenn sie jetzt quasi ein fan von handling sind von schnellen kurvenfahrten und nicht abgeneigt von audi sind würde ich persönlich den rs7 empfehlen ist halt auch schöne limousine und meiner meinung nach auch ein kurvenjäger genauso wie der 911 turbo s also wenn sie da vernünftig ich sag jetzt mal schneller fahren wollen und die kurven auch schön fahren wollen ist der 911 turbo s auf jeden fall eine gute wahl ich hab ein gt3 rs oder so ein kurven gar nicht so gut genau also im endeffekt der unterschied ist ganz einfach der 911 turbo s ist quasi wirklich das performance auto von porsche und wenn sie halt quasi ein spaß auto wollen womit sie halt auch mal das heck ausbrechen lassen können ist dann der weg der gt3 rs also ich kann ihnen auch gerne mal den porsche turbo s zeigen als sie ihn auch nicht kennen ich überlege gerade den rs7 der war gar nicht so schlecht dieses modell nach der haben sie verschiedene folierungen die sie zu hause in ihrer garage ganz leicht nach anleitung selber anbringen oder entfernen können äh fährt spitze einen kurzen moment ist das kein vier sitze ja natürlich nicht aber aber sie sagten jetzt gerade ja genau sie klangen gerade sie klangen gerade sehr interessant bei kurvenjäger deswegen wollte ich das auto mal eben zeigen die frage so ein m4 da gibt es auch einen vier sitze m4 oder da können wir natürlich gerne da würde ich mich auch fragen wie das so ist mit den kurven und geschwindigkeit hat mich mal interessiert ich kenne einen der hat vier sitze also kann man sich hinten auch reinsetzen da muss ich nee das ist er nicht das ist der competition nein auch nur zwei sitze dann ich glaube tatsächlich beim m4 gibt es keinen ich glaube den davor den sie hatten ich habe schon mal öfters gesehen hast du mitgefahren äh bei welchem bei dem davor ich glaube den den sie ich entweder den sie jetzt gerade ausgeparkt haben oder den sie davor hatten einen von beiden aber ich glaube der hier müsste es sein ich glaube da weiß ich tatsächlich nicht der könnten wir mal ausparken probieren das würde sowas kosten könnten wir natürlich tun äh der wäre bei einem preis einfach so also der m4 competition facelift wäre bei einem preis von 121.000 wir können natürlich gerne einmal nach unten gehen und das einmal ausprobieren ob das wirklich ein 5-Türer wäre äh interesse hätte ich sonst an dem oder sonst am r7 den äh an der limousine genau genau mit diesem durchgängigen hektar ja genau was kostet die äh die limousine kostet genauso wie der kombi 176.000 ah ok alles klar äh sie entschuldigen mich mal ewig jawohl äh ja eine wunderschöne ein 4 würde ich irgendwie fühlen weil das halt so äh weil du halt da Leute mitnehmen könntest im Fall der Fälle ne schon cool er hat auch seinen Job hier bei Gruppe 6 dass er hier vorne steht und äh hier Security macht und dafür bezahlt wird ja jeder wird irgendwie bezahlt ne ich muss das Geld hier reinkommen die einen stehen hier rum die anderen gehen in die Mine Senpai mhm Ah Senpai Senpai Subaru Senpai hallo und schon was gefunden ja ja mal Probe fahren ah ah was willst denn ich weiß es noch nicht mal schauen so überraschung also ja ja ich setz mal durch was es gibt ne Smalltalk Profi der absolute Smalltalk Profi guck guck so reg ich auch immer Leute an hahaha hast du ihn äh wie lackiert Tangerine Tangerine weiß ich welchen Tangerine Sascha Max ich irgendwie auch so vorne geht es kann man hier jetzt auch hinten einschleiden nein habt noch einen schönen Dienst Jimmy doch ah tatsächlich aber das ist vielleicht falsch drin im Tablet bei Ihnen äh scheinbar ja aber es ist auf jeden Fall einer mit unklappbarem Sitz mhm das ich bin nicht blöde dass ich auch mal vier Leuten gesehen hab es ist auf jeden Fall auch ein Modell mit äh meiner Meinung nach sehr schönen Scheinwerfern wenn sie sich die mal vorne angucken wollen oh ja schlicht ins Auge das ist eigentlich schon sehr elegant also gerade wenn man ein Fan von äh Autodetails ist finde ich das Modell tatsächlich sehr schön äh kann man den Probe fahren? äh ja kann man da müssten sie mir nur einmal die Kaution geben von 60.500 Euro soll ich das ihm bar geben oder überweisen? äh ja das wäre mir persönlich am liebsten dann äh ich gehe schon zur Bankomaten genau test du das mal lebe ich mal ab hier äh ich mach gerade erst den ersten Kunden fertig bitteschön bitteschön da äh da fehlen jetzt noch 500 Dollar gerade ach so äh 500 noch ja warte warte 60.500 Euro jetzt um die 500 geht gern bitteschön bitteschön ja bitteschön und einmal einen gültigen Führerschein bitte bitteschön 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 hm das geilste kann man halt voll tunen glaube ich oder? ist das der? wie man so tunen kann ich bin mir grad unsicher ob man den tunen kann Extras, Extras hat er ich fahr mal in die Tuningereiche und guck mal was man dran machen kann das ist richtig gescheit aus der Idee weil ich hätte gern einen den man tunen kann Alexa wie lange geht der Timer noch? Alexa wie lange geht der Timer noch? 27 Minuten noch alles klar Perfekt danke schön dass man so gerät hat aber voll machen hätte man den Tank auch können ne? wenn wir voll machen können theoretisch was cool ist halt hier haben wir 4 Sitze als Coupé das ist halt auch selten ich glaube das ist der einzige das ist der einzige Coupé 4 Sitze bei uns auf R.O. ich glaube es gibt sonst keinen mehr ah ne doch den Dings gibt es noch den AMG da den S63 was das ist der hat ja auch noch genug erzündet gibt es zwei das ist halt eher die seltene Sache weil in der Kurvenlage ist das Ding echt scheiße also muss ich schon sagen wenn ich da mit in einer Verfolgungsjagd mitfahren muss dann war es das für mich also ich glaube der wird es eher nicht ich glaube es wird eher der S7 oder so ich mach mal Optik anboteile ne der kannst du gar nichts dran machen ich dachte der kann mal voll tune den Wagen der sieht nämlich so tuning mäßig aus ist ja voll kacke na gut dann ne der wird es nicht ne ne dann fahr mal den zurück den kann er sich behalten den kann er sich behalten dann wird es der RS7 also Kurvenlage geht gar nicht fit mit der Kiste also echt gar nicht fit das Ding aber sonst die Rückleuchten sehen gut aus und die Scheinwerfer ne die haben beide oder was aber alter die Gang aber die Mafia ja die S Klasse wäre halt auch ne Idee aber damit kann ich halt in keine Verfolgung reinsehen ich fahr ja gerne Verfolgung mit da muss ich schon nachdenken was ich mir halt kaufe ne wenn ich damit zu ner Verfolgungszeit komm war es das der breit ist den man so krass tun kann ja aber da hab ich glaub ich hinten keine Sitze das ist das Problem das war geil aber ich hätte halt gerne was wo ich jemand mitnehmen kann wenn ich nur Platz hab im Auto aber der gefällt mir vom Handy gar nicht da fährt sich nie wie so ein M ich würd einfach mal fragen wegen Dings Hallo Dürfen sie mir einmal nach draußen fallen gehen Boah jetzt hat der was gekauft ich glaub's nicht ey jetzt muss jeder warten Daisy dank für 2.49 Stopp Snoop darf man dir vielleicht was empfehlen und wie geht's dir Mr. Hunde ne ich werd schon was schönes aussuchen glaube ich wobei sie mal bei mir war auch geil Zima BMW wär doch nice hab ich da noch nicht gedacht er zeigt mir Limousinen aber Zima würd ich fühlen wünsch ich ihnen auch ich hab den wieder zurück gebracht ah da sind sie ja ja also ich muss sagen ist nicht so meins vom Handling her also gefällt mir so gar nicht vom Handling aber sonst ist der relativ schön aber ja jetzt dann wohl auch nicht okay aber der Zima BMW hat mir da draußen auch schön gefallen der gerade da steht ja den kann ich ihn auch gerne nochmal gerne persönlich zeigen mhm so da wäre dann einmal der Siebener mhm äh preislich liegt der bei was der Siebener liegt bei 165.000 und ist mit 235 kmh serienmäßig angekommen kann ich den mal probieren äh da muss ich mal eben kurz prüfen ob das mit der Kaution hinhaut ich kann den auch noch 20.000 Dollar geben dann sollte es klappen mit der Kaution glaube ich genau da da würden jetzt noch 22.000 fehlen bitteschön jo perfekt alles klar dann schließe ich ihn einmal auf sollte jetzt offen sein danke dann wünsche ich viel Spaß danke ihr werdet lachen der Zima BMW fährt sich in der Kurve sportlicher als der M4 das ist traurig der fährt sich besser alter der fährt sich einfach besser damit kommst du einfach besser um die Kurve als mit dem M4 Kompetition ah ist das geil er fährt sich gar nicht so schlecht aber das Sound ist halt kacke aber den kannst du halt auch tiefer legen das mach vor als Polizei Auto also die getönten Scheiben das ist ja schon heftig das einzige was mich grad stört ist ja die Rückleuchten die bleiben mir dauerhaft an ne und auch die ja die Frontscheinwerfer kannst du halt auch nicht ändern so aber würde ich fühlen das Polizeiauto Zima BMW hier mit dem Anzug so das würde ich fühlen und der fährt auch gar nicht mal so schlecht also ich muss jetzt No Joke zugeben der ist gut der Wagen der ist echt gut vom Handling her und vom Fahren her ich schau mal wenn ich hier jetzt rase so doch auf Seite 226 Führerschein ist weg.de du wirst du das geradeaus fahren aber RS7 wird jetzt noch getestet und dann war es das so meine Probefahrung kurz gemacht und dann wollte ich eine RS7 Probe fahren und dann werde ich mir eine Entscheidung treffen alles klar dann pack ich dir die meine weg das ist schon geiler Wagen schon geil ja Leute alle schreiben RS7 ich teste den jetzt auch nochmal und dann wird geguckt da wäre dann die Limousine die Wahl oder? ja genau oder ist das der mit der die rückleuchten diese durchgänge ach die RS7 ja vom RS7 gibt es ja auch nur Entschuldigung ja äh sie meint glaube ich RS6 ne gerade eben ja genau ich hatte RS6 im Kopf ne ne ich meinte RS7 mit den rückleuchtenden genau genau alles klar dann wirklich viel Spaß damit dankeschön das würde mir auch das würde mir auch fühlen ne ich muss aber sagen der oh man kann Spoiler ausfahren ok das ist ein Kaufgrund das ist ein Kaufgrund guckt mal man kann den Spoiler ausfahren gibt euch das mal bub 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 das ist doch ein Kaufgrund oder? äh ich fahr die mal Proge vorne die Kurve also der ebenso sagen der 7er BMW fährt sich besser um die Kurve ich fahr mal zum Tuner schau mal an was man da machen kann mit der Kiste also optisch ist das Ding schon heftig Soundtechnisch ist das Ding halt geil ne aber den Spoiler fahr ja nicht so ja nicht run away hier oh weißt du was mir grad auffällt wenn ich hier blitze mach ich halt die ganze Zeit Spoiler auf und zu weil ich hier mal ja guck mal dann lock ich ja die ganze Zeit ist ja voll nervig das heißt wenn ich dann in der Polizei Arbeit bin mach ich immer den hier ist aber mein Gott stört ja nicht so krass oder? naja komm Soundtechnisch oh oh der wuss Backfire hat der auch noch ok das äh also ich glaube ich glaube es wird der R7 wenn ich den jetzt so sehe ah Hilfe ich hab woanders hin R7 diesen Wagen wirst du einfach lieben da stehen sie auch ah da stehen sie nicht leco mio della popo leco mio della popo schau mal was man da machen kann eh wenn man auspuff anbauen kann wäre geil aber eh ja kannst du nichts machen naja war eh klar kein Tuning aber ich schau mal Tieferlegung das ist ok ne das ist schon mal noch hier die Optik kann ich machen gleich Markierung und Scheibentönung ist wichtig ja Scheibentönung ist beim ich weiß nicht also ich muss sagen R7 da kannst du die Scheibentönung ich weiß beim 7er BMW kannst du die Scheibentönung komplett machen guck mal meine Haare oben gucken raus weil ich jetzt so große Haare habe ja ich weiß nicht Leute ich irgendwie ich bin zwiegespalten wir kommen vor der der 7er BMW fährt sich besser also it's no joke ich muss ich muss nochmal bitten den 7er BMW auszupacken also irgendwie wir kommen noch vor Beschleunigungstest ich wüsst du hast wir machen Beschleunigungstest wir machen Beschleunigungstest pass mal auf wir kommen vor der BMW ballert mehr der fährt im 80er mit 200 pass auf wissen wir was wir machen machen wir mal ein Drag Race schauen was schneller ist wenn wir mal immer so interessieren und dann pass auf ich mach jetzt hier Timer seid ihr ready Leute Timer stellen zack zack 3 2 1 3,10 Sekunden von 0 auf 100 circa also ich sag mal so 3 Sekunden braucht er von 0 auf 100 ich mein er zieht ja nicht schlecht ne er zieht ja gut ich bin ja uneinig einmal fahr ich noch den 7er BMW dann schaue ich ob die welchen stimmen hallo könnte ich noch einmal den 7er BMW fahren jetzt wo ich den gefahren bin es ist schwer also die Entscheidung ist zwischen den 2 Autos gerade ok 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 alles klar ich pack ja sieh mal BMW seht halt edle aus ein geschmack ein geschmack ander sein wo finden sie sie sehen gut aus ok was ich seh gut aus oh dankeschön ne ne also 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 ja danke mhm ja ja dankeschön ja 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 sorry so jetzt ich musste nur einmal Probe fanden jetzt sollte er offen sein dankeschön perfekt viel spaß danke schon sagen danke ebenfalls also Beschleunigung glaube ich ist ja ziemlich gleich ne ich guck vor aber wenn er bei 100 ist beschleunigt er richtig raus so oben da raus guck mal hier so aber kann auch sein dass man nur ein Bilde passt auf ich mach jetzt hier der Timer 2 2 1 ja Beschleunigung ist gleich also es ist man denkt halt nur nicht dass es zirka gleich ist wisst du warum weil der Sound halt ganz anders ist der erste Team hat so einen richtig kräftigen Sound der hier überhaupt nicht ja vielleicht ein bisschen langsamer 3,5 zwischen 3 und 3,5 kriege ich die ganze Zeit raus beim Beschleunigung von 0 auf 100 also es ist die sind von der Beschleunigung wirklich gleich hätte ich mir nicht gedacht aber ich überlege halt echt ob ich die nehmen soll weil das geile ist halt hier kann ich halt komplett alles dunkel und dicht machen wenn ich damit zivil auf Streife fahre wisst du der schiebt dann oben weiter raus hier da da denke ich schiebt er ein bisschen mehr mir kommt vor ist das besser das Auto ja wobei wenn ich mit ein bisschen mehr Schmackes in die Kurve fahre dann dann ist er doch nicht so geil in den Kurven dann ist er doch besser der erste Team boah alter ja nevermind da ist der erste Team auf jeden Fall deutlich besser ich checke noch mal ab wie das ist mit den Scheibentönungen und so und dann entscheide ich mich da brauchen wir auch ach ich bin schon wieder hier gefahren da brauchen wir gar keine Abstimmung Leute ich checke es einfach ab alter geht mir das auf den Sack ne das ganze FD geht ihr mir heute auf den Sack zuerst eine Stunde gewartet bis sie ihre scheiß Autos gekauft haben und dann packen sie auch noch den Bennys zu weißt du zum Kotzen ach komm leck mich am Arsch wirklich bitte voraus wirst du denken was macht der der Testwagen hier wenn es nur 7 mit dem Testwagen wird schau mal das ist halt geil schau mal wie dunkel man das hier machen kann das kannst du beim R7 nicht so dunkel machen wenn du den auch lackierst in in schwarz sieht halt Hammer aus der Wagen guck mal da kriegst du Angst vor dem Teil weil kann man noch Tuning machen eigentlich Anbauteile ich glaube aber nicht weil mit anderen Felgen wäre das ja auch so Hammer ne gut die sind schon Hammer die Felgen aber irgendwas mit sowas musst du ankommen mit sowas musst du ankommen ohja sowas ey genau sowas ich würde mir dann schwarz machen ich würde mir dann schwarz machen alle schreiben R7 sieht geil aus ja ich weiß nicht aber der BMW ist halt kannst halt dunkel machen weißt du guck mal wie edel das aussieht ist schwer wobei ich sagen muss R7 Handling besser für Verfolgung es ist leider so er ist doch in den Kurven wenn ich schnell fahre nicht so gut also ich glaube ich nehme R7 auch wenn auch wenn die Scheibentönung nicht funktioniert wie ich sie will aber wir können den ja immer noch kaufen immer drauf Bock habe ich glaube ich nehme R7 also 7er BMW versus R7 aber jetzt doch das Handling in schnellen Geschwindigkeiten ist der R7 deutlich im Vorteil das merkst du schon das merkt man schon dass der im Vorteil ist auch hier ne ja komm ab gehts R7 mitgekauft wird eingepackt ich weiß dann aber auch R7 gesagt das ist ein Traumwagen M3 oder sowas M3 wäre schon ein Träumchen ich finde neue M3 gar nicht mal so hässlich das ist relativ geil mit dem X6M den Fahrzeugbrief mhm den Fahrzeug Schein genau so ist das Ding den ersten Schlüssel und natürlich den zwei Schlüssel meine 249 Alexa wie denn geht der Timer noch? ich danke dir einmal einparken Alexa wie denn geht der Timer noch? jawoll 9 Minuten das geht sich noch aus und konnten sie schon eine Entscheidung fällen? ja es wird der R7 ok alles haben sie ihm noch mein Geld ne was ich jetzt ihnen gegeben ich habe ihnen einmal 22.000 Dollar und einmal was habe ich noch gegeben sie hatten mir quasi für den 7er die Kaution gegeben da guck ich gleich nochmal genau nach das müsste irgendwas um die 88.000 in zusammen gewesen sein ach die es waren irgendwas mit 60 waren sie ja genau 60.500 genau und dann nochmal glaube ich die 22.000 drauf also bei 82.500 also bei 82.000 soo dann kriegst du hier den Fahrzeugschein das ist 2.000 das ist 2.500 ich habe wieder komplett vergessen was ich ihm bezahlt habe und natürlich den 2. Schlüssel für den Venturer und hinten einfach 1 zu 7 und dann 2 ich glaube die erkennen mich auch gar nicht mehr ne bei dem Anzug und so Unmöglich, dass ihr mich noch erkennen könnt von damals. Abends gab es ja Bifi, Bifi. Perfekt, alles klar. Naja, vielleicht sieht man sich ja nochmal, ja? Ja, genau. Ja. Die Kaution auf jeden Fall schonmal zurück. Dankeschön. Was muss ich einzahlen, was bin ich Ihnen schuldig für das Auto? Äh, für den RS7 sind sie mir schuldig. Ähm, genau, 187.000. Jawohl, zahle ich ein. 187.000. So, wo war nochmal 200.000 raus, dann habe ich noch ein bisschen Geld aufgerade. 150 reicht aus. 187.000. 187.000. So. Na, die Zahlung ist auf jeden Fall schonmal eingegangen. 187.000. So, dann bekomme ich 500.000. Hat einfach mehr gegeben. Ne, ich habe nochmal 22 bezahlt für den anderen dazu. Ja, vielleicht zum Beispiel ein Autogramm von Ihnen. Jawohl. Ja. Ja, noch ein Kennzeichen dazu? Äh, ja. Perfekt. Alles klar, das passt soweit. Das ist das Sound auf der Spende. Jetzt sind die Akten dazu. Oh, Benni. Dankeschön für 5 Euro. Benni1983. Wohl. Alles klar. Äh, dann können Sie mir einmal rausfolgen, bitte. Schäfer? Äh, ja? Ist es okay, wenn ich aufs Dienste gehe? Es ist ebenso nichts mehr los heute, glaube ich. Äh, ja, ich mache jetzt gleich auch Feierabend. Alles klar, dann passt. Guter Wünschen, ja. Bin ich froh dann. Jo, dir auch. So. Dann bekommen Sie jetzt einmal von mir den Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief, Schlüssel Nummer 1 und natürlich den Ersatzschlüssel. Danke. Dann kriegen Sie noch als kleines Gimmick von mir ein Kennzeichen oben drauf. Danke. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß damit. Dankeschön. Vielen Dank. Und einen schönen Abend. Dann passen Sie auf sich auf. Danke, wünsche ich jedenfalls. Habe ich es doch gemacht. Ah, jetzt bin ich doch froh, dass ich die genommen habe. Ah, ich bin doch froh, dass ich den gekauft habe, Leute. Auf ihren Bruder Basis haben wir den gekauft. Ah, der Setup-Display. Stimmt. Bin es vergessen. Kann man hier noch machen. Kennzeichen vorne. Park-Sensor. Warte, was ist das Kennzeichen drauf? Ähm. Stonks, genau. Irgendwas, dass es richtig fancy aussieht, dass wir es mit einer 16. Sehen. Geil. Aber wenn wir es mit 16 reingemacht haben, einfach so das Verfahren hat funktioniert, dann das Kennzeichen weg. Auf 16 geändert, ja. Damit sieht es fancy aus, als hätten wir, ähm, ja auch Homeland. Ah, der macht's wohl Homeland. Oh nein, mein Auto. Da war der Rückwärtsgang drin. Da war jetzt nicht ernsthaft der Rückwärtsgang drin. Oh, nee. Äh, du musst aber jetzt alle diese Schaden, ey. Das ist der Regierungsfahrzeug, Mann. Ach, scheiße. Okay, das tut mir jetzt aber leid. Das tut mir jetzt im Herzen. Ich hab den gerade gekauft. Ich wollte den gerade versichern gehen. Oh, das hört mir aber leid. Der ist unversichert. Das heißt, wir haben keine Versicherung? Ne, ich hab keine Versicherung drauf. Okay, wie heißen Sie? Ich schreibe Daten auf, ich hole das, äh. Haben Sie einen Werkzeugkasten da? Das ist, äh, komplette Hecke ist jetzt im Arsch. Ich habe keine Werkzeugkasten, Mann. Ja, super. Wie heißen Sie? Äh, äh, Thomas Breziner. Thomas Breziner? Ja. Okay, haben Sie einen Ausweis für mich? Leider nicht. Ich, äh, bin ausweißlos. Ach so, ja. Da müssen wir Sie leider mitnehmen im Flugkasten. Der ist mein Ausweis, bitte schön. Ja. Ach so, Sie sind, äh, okay. Sie sind auch geoperiert. Äh, nein. Bin ich nicht. Sie sind keine geoperiert. Ja, hab ich geklaut. Sie haben geklaut? Den, den hab ich geklaut. Ja, vom Polizisten natürlich, den hier. Hab ich geklaut. Ach so, ja gut, dann, äh, ich drück die Hauke zu, ne. Ich hab das auch geklaut von, äh, äh, Koppel. Nein, bin ich nicht. Ja, glaub ich. Glaub ich auch. Gut, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ne. Ja, gleich. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Der Rückwärtsgang, ich hab den neuer gekauft. Ich kenn mich da nicht aus. Da alles die neue Elektronik da drin. Ach ja, das ist, das ist halt Audi. Ja, deswegen. Der hat, ich hatte Autopilot an und auf einmal war der Rückwärtsgang drin. Das ging richtig schnell. Ja. Okay, dann viel Spaß mit den neuen Autos. Ja, dankeschön, dankeschön. Ihnen auch. Ja, danke. Ich hab grad nur Homeland verarscht. Bagella. Hahaha. Das war natürlich mit purer Absicht, das reinfahren. Hahaha. Aber komm, das musste mal sein. Bagella. Wie sah denn der heute aus? Alter, habt ihr gesehen, wie der aussieht? Was ist das denn? Was hat er sich denn angezogen? Die Haare. Die Haare, Alter. Ich hab ihn nicht erkannt auf den ersten Blick. Ey, diese Haare. Bagella. Wir werden, ich glaub, wir werden das nächste Mal tunen, oder? Dann haben wir was fürs... Oh, schau mal, jetzt hier was erstmal US-Government-Kennzeichen. Guckt mal. Links seht ihr das? Im Plate-Reader. Das erste Mal, als ich das seh, weil ich nie ein Homelander-Auto durchfahren seh. Aber so sieht's aus, wenn ein Homelander durchs Radar fährt. Dann weißt du, okay, ähm, musst du dich anhalten. Jetzt auf dem Einsatz. So, auch nicht schlecht. So, jetzt, ich pack das Ding ein. Wir werden das nächste Mal tunen gehen, das Fahrzeug hier. Soll ich heute nicht mehr tunen. Vielleicht werden wir nächstes Mal ein bisschen was haben. Aber ich bin froh, dass ich ihn gekauft hab, den Waage. Ich mein, der Spoiler fährt immer noch aus. Ist zwar... Komplett verbogen. Joa. Ist keine Frittentheke mehr. Ist jetzt ne Wasserrutsche. Was könnte das noch sein? Das ist ein, äh... Keine Ahnung, was das sein soll. Mal ein McDonalds-Logo drausschnitzen. Ach, leckumio. Das war's jetzt wert, die 2000 Dollar. Das war's jetzt wert. So, auf jeden Fall, liebe Leute. Ich will für jetzt Schluss machen. Gleich wird mein Timer gehen. Aber sowas von schnell. Zweitschar, glaube ich. Der kann sein. Ich hoffe, dass es gefallen. Ich werde... Ich glaube, den Stil werde ich jetzt für Sven Rumpe beibehalten. Ich feiere das übelst mit dem Anzug und allem. Das ist... Das ist richtig... Das passt richtig gut zu Sven Rumpe. Vor allem, ich finde die Haare passen übelst gut. Und auch die Haarfarbe. Ich feier's voll. Ich lass' ihn so. Jetzt ohne Scheiß. Ich lass' ihn so. Der Charakter sieht so mega gut aus. Das ist... Also, hab' ich mir nicht gedacht. Ey, ich war das ja nur so just for fun. Aber mir gefällt das richtig gut. Ey, man sieht halt echt, dass er mal kumpel ist. Oh, da geht mein Timer. Da geht mein Timer. Das waren seine Lancers, glaube ich. Ja, stimmt. Stimmt, die Lancers sahen ja so aus. Alexa, stopp. So, Leute. Ich muss jetzt leider weg. Sonst verbrennt meine Lasagne noch im Ofen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Morgen oder was auch immer. Es ist schon wieder 1 Uhr... Bald 1 Uhr 7. Ja, um 1 Uhr 7 machen wir Schluss. Auf jeden Fall, Leute. Haut rein. Ich verabschiede mich. Tschüssi Sinkowski. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.